haben mir Menschen eine Unterkunft gestellt, haben sich herumgeführt und willkommen geheißen und sie haben den Wahlkampf organisiert, egal ob wir immer der gleichen Meinung sind. Und dafür möchte ich euch allen Danke sagen. Unsere Europaliste hat das ganze Spektrum dieser Piratenpartei vereint. Ich habe eine riesige Solidarität in dieser Liste erfahren und alle bis zum 12. Listenplatz haben dafür gekämpft, dass wir gemeinsam ins Europaparlament einziehen. Und das haben wir geschafft. Diesen Wahlkampf hat nicht ein Parteiflügel gemacht. Wahlkampf haben aber auch nicht alle Piraten gemacht, sondern Wahlkampf gemacht haben die, denen es wichtiger ist, die Gesellschaft zu verändern, als die Piratenpartei zu verändern. Und ihr Piraten, die Wahlkampf mit mir gemacht habt, ihr habt mir gemeinsam einen Traum erfüllt, nämlich den Traum, all meine Zeit in Zukunft in die Gestaltung der digitalen Revolution zu widmen. Anstatt der ewigen Proteste und Abwehrkämpfe in Europa, können wir jetzt endlich im Europaparlament etwas zum Positiven verändern. Wir können den Zugang zu Wissen und Kultur schaffen. Und ich werde alles tun, um euren Einsatz zu würdigen und euch Piraten in ganz Europa an meiner Arbeit zu beteiligen. Ich werde in Europaparlament euer Sprachrohr sein gegen TTIP, gegen TISA, gegen CETA und all die Abkommen, die unsere Demokratie untergraben. Ich werde euch einbinden in eine Reform des europäischen Urheberrechts und für den Erhalt eines freien Internets. Und ich werde mit euch gemeinsam die europäische Demokratie aufmischen, wenn ihr euch mit mir zusammen auf den Weg macht. Es ist aber auch völlig klar, das Ergebnis der Europawahl war für uns alle enttäuschend. Es hat uns nicht am Programm gemangelt, sondern es hat uns an Glaubwürdigkeit gemangelt. Zwischen unserem Programm und unserer politischen Praxis klafft im Moment eine riesige Lücke. Und es ist heute unsere größte Aufgabe, diese Lücke zu schließen. Unser Programm baut auf ein positives Menschenbild. Wir fordern ein BGE, weil wir glauben, dass Menschen sich für die Allgemeinheit einsetzen, wenn man ihnen die Angst vor der materiellen Not nimmt. Wir glauben, dass Menschen für Wissen und Kultur durchaus bezahlen wollen, wenn man ihnen ein faires Angebot macht. Aber unser positives Menschenbild hört bei unseren eigenen Leuten auf. Sobald jemand gewählt wird, egal ob in ein Mandat oder in den Vorstand, unterstellen wir ihnen, dass sie ihren Einfluss gegen die Interessen der Partei einsetzen wollen. Wir unterstellen ihnen, dass sie in ihrer eigenen Tasche wirtschaften. Und wir unterstellen ihnen, dass sie nur aus Geltungssucht ins Rampenlicht wollen, um sich dann von Piraten beschimpfen zu lassen. Und nicht, dass sie sich für unsere gemeinsamen Ziele einsetzen wollen. Das muss sich ändern. Wir können den Leuten noch so viel von unserem großartigen Programm erzählen. Aber man wird uns dafür nicht wählen, wenn man uns nicht glaubt, dass wir dieses Menschenbild, das wir dort formulieren, ernst meinen und auch leben. Diese Glaubwürdigkeit, dass sich unser Programm in unseren Taten widerspiegelt, die haben wir im Umgang miteinander in den letzten Monaten zerstört. Wir haben nun einen Parteitag, bei dem eine Vorstandswahl eine Richtungsentscheidung bringen soll. Aber schon jetzt, bevor wir angefangen haben, haben wir uns einen Teil unseres demokratischen Handlungsspielraums durch unsere eigenen Streitigkeiten genommen. Weil wir unseren Vorstand mit übelsten Anfeindungen, mit Drohungen und mit Klagen überhäuft haben, tritt von dem alten Vorstand niemand wieder an. Auf der Basis ist es völlig unmöglich, die bisherige Arbeit zu würdigen, zu bewerten und entsprechend zu wählen. Das zeigt mir, wir haben kein Ausrichtungsproblem, wir haben ein Kulturproblem. Viel wichtiger als der Vorstand, den wir heute wählen, ist, dass wir dem neuen Vorstand Vertrauen entgegenbringen. Dass wir nicht jede Meinungsverschiedenheit zu buchaufeln und zu einer Schicksalsfrage für die Piraten nutzen. Nur, dass wir den Vorstand unterstützen, wenn er denjenigen in der Partei die Tür zeigt, die bei den Piraten nur ihren Hass abladen. Insofern sage ich euch allen, viel wichtiger als was wir auf diesem Parteitag entscheiden, ist, wie wir uns hier verhalten und ob wir es schaffen, einander Solidarität und Verständnis entgegenzubringen. Die wahren politischen Kämpfe, die wahren Herausforderungen finden nicht in dieser Partei statt, sondern außerhalb der Partei. Ich bin nicht in die Piratenpartei gekommen, um mich über Aufkleber zu streiten, sondern um die digitale Revolution mitzugestalten. Dank euer aller Einsatz bin ich jetzt in einer Position, wo ich genau das tun kann. Und es gibt keinen wichtigeren Zeitpunkt für die Piraten, um im Europaparlament vertreten zu sein. Zum ersten Mal seit 15 Jahren kommt unser Gründungsthema, das Urheberrecht, endlich europaweit auf den Prüfstand. In einer Zeit, in der europafeindliche Kräfte überall in Europa Zulauf erhalten, haben sich über 10.000 Menschen an die Europäische Kommission gewandt und sie haben gesagt, beim freien Austausch von Kultur brauchen wir mehr Europa. Das ist unsere Chance. Es wird natürlich schwer, als einzige Piratenabgeordnete im Europaparlament Wissen und Kultur zu befreien. Aber von den Erfolgen der schwedischen Piraten in den letzten fünf Jahren bei ACTA und bei der Netzneutralität weiß ich, es ist möglich. Es ist möglich, wenn ich eben mehr sein kann als nur eine einzelne Abgeordnete, sondern die Vertreterin einer internationalen Bewegung und einer europäischen Partei. Und dafür brauche ich euer aller Unterstützung. Es wäre sicher leichter, wenn ich Kolleginnen an meiner Seite hätte, wie Voti oder wie Anke, die im Wahlkampf wirklich alles gegeben haben. Oder Piraten aus Schweden, aus Tschechien, aus Luxemburg oder aus Slowenien, die großartige Wahlergebnisse eingefahren haben, die aber keinen Sitz erringen konnten, weil sie aus kleinen Ländern kommen. All diese Piraten in ganz Europa möchte ich vertreten und ich möchte ihnen eine Stimme geben. Ich werde all meine Energie darauf verwenden, für alle europäischen Piraten unser Kernthema voranzubringen, die gesellschaftliche Teilhabe. Ich habe mich der Fraktion der Grünen EFA im Parlament angeschlossen, wie das auch die schwedischen Piraten vor mir schon getan haben. Und ich habe mich dort in den Vorstand wählen lassen, damit ich mit diesem Mandat so viel wie möglich tun kann, um die europäischen Piraten in Europa auf die Tagesordnung zu bringen. Aber mir ist auch klar, als eine von 750 Abgeordneten in einem Parlament mit einer konservativen Mehrheit können wir Piraten nur Erfolg haben, wenn wir als europäische Piraten an einem Strang ziehen. In 15 Ländern sind wir Piraten zur Europawahl angetreten und das Ergebnis der Piratenpartei Deutschland liegt irgendwo im Mittelfeld. Davon, dass wir deutschen Piraten uns zusammenraufen, hängt aber das Bild und der Erfolg aller europäischen Piraten ab, weil wir in einer exponierten Situation sind. Also seien wir uns der Verantwortung bewusst. Europa grenzenlos heißt auch, dass wir deutschen Piraten nicht der Nabel der Welt sind und auch nicht immer die Speerspitze der Revolution. Reißen wir uns an diesem Wochenende zusammen, überwinden wir unseren Wut und unser Misstrauen gegeneinander und tragen wir dazu bei, dass die Europäische Piratenpartei diese Zukunftspartei eine gemeinsame Zukunft hat. Dankeschön. Applaus Hi, ich bin es nochmal. Wir kommen jetzt zum Formalfuh. Bevor wir damit aber anfangen, zwei organisatorische Durchsagen noch. Das Team Barrierefreiheit findet ihr da drüben, das Awareness-Team findet ihr da hinten. Wenn ihr einen von beiden braucht, wisst ihr, wo ihr suchen müsst. So, und jetzt machen wir ein kleines bisschen Formalfuh. Wir haben zu zwei Veranstaltungen eingeladen und deswegen werden wir jetzt auch nacheinander zwei Veranstaltungen eröffnen. Wir fangen mit dem BPT an, ich eröffne das Ding, wir wählen eine VL, machen eine Tagesordnung, dann wird der unterbrochen, dann machen wir das für den ABPT und der wird dann fortgesetzt. Ist dieses, das Vorgehen irgendwie nachvollziehbar oder gibt es da Fragen dazu? Wir stimmen über dieses Vorgehen nicht ab. Also danke für die Handzeichen, aber das ist gerade leider. Es wäre glaube ich hilfreich, also das ist jetzt gerade wie gesagt ein bisschen Formalfuh, deswegen wäre Aufmerksamkeit hilfreich, Trille pfeifen bitte nicht. So, ich eröffne hiermit den Bundesparteitag 14.2 in Halle. Danke. So, wir kommen gleich zum ersten Punkt, nämlich die Bestimmung einer Versammlungsleitung. Gibt es da für Kandidaten? Gibt es weitere Kandidaten? Michael. Es gibt offenbar keine weiteren Kandidaten, willst du dich kurz vorstellen? Hallo zusammen. Ja, ich will mich mal kurz vorstellen. Mein Name ist Mike Saunus, ich komme auf dem KV Zelle. Ich habe schon ein paar Mal Versammlungsleitung gemacht und wir hatten uns in unserem Team in unterschiedlicher Konstellation auch schon in Bremen angeboten, euch die Versammlung zu leiten mit euch zusammen und auch diesmal würden wir gerne wieder die Versammlung leiten mit euch zusammen. Wir sehen uns weder als Feinde der Versammlung, noch hoffen wir, dass wir eure Feinde sein werden. Wir möchten nur einen gangbaren Weg finden, wie wir die beiden Versammlungen insgesamt über die Bühne bekommen und dafür würden wir uns zur Verfügung stellen. Wir werden den BPT unterbrechen, um dann den ABPT durchzuführen. Das heißt also, das wird wahrscheinlich dann als nächstes stattfinden, wenn wir die Formalia hier durchgeführt haben. In meinem Team zur Vorstellung habe ich Sven Clement, Vorsitzender der Piratenpartei Luxemburg, Daniel Düngel aus NRW, der macht da was im Landtag, Claudia Koller aus München. München Land, besteht sie drauf, München Land, besteht sie drauf. Der Christoph aus Hessen wird auch am Mikrofon sein. Als Assistenten haben wir den Klaus, den Christian, den Jan, den Michael, die jeweils auf der Bühne euch das kredenzen werden. Ich werde versuchen, das Ganze zu koordinieren und hoffentlich wenig regulierend einzuschreiten. Ja, wir hoffen eigentlich auf eine gute Versammlung mit euch und würden uns wünschen, wenn wir das für euch regeln könnten. Vielen Dank. So, jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ihr die Handkarten braucht, die Stimmkarten. Ihr könnt sie mit gleichzeitig hochheben, wer spricht sich für bzw. gegen Mike als Versammlungsleiter, also Mike und sein Team als Versammlungsleiter aus. Ich teile der Versammlung mit, dass das überwiegend positiv ist. Ihr habt den Job. Vielen Dank für das Vertrauen. Dann wollen wir mal hoffen, dass wir das hier zusammen schaffen, denn ohne euch würde es nicht gehen. Also, ich werde jetzt in das Versammlungsleiter-Team das komplette Front- und Backoffice aufnehmen, denn die müssen organisatorisch dazugehören. Hier vorne am Frontoffice werdet ihr eure Sorgen, Ängste, Nöte und auch Geo-Anträge los. Auch Fragen werden dazu beantwortet, zu Verfahrensabläufen, falls man das nicht unbedingt am Mikrofon in der Mitte für alle machen kann oder möchte oder vielleicht auch, weil man die Zeit sparen möchte für die Versammlung. Ich benenne die jetzt nicht namentlich. Dazu habe ich noch den Jan Schaper und ein paar andere innerhalb, die die Redeschlangen sortieren. Falls jemand dagegen Einwände hat, dann möchte er sich jetzt bitte melden. So, gut, lassen wir das dabei. Anfangen wird der Sven Clemont mit der GU und dann der TU. Danach werden wir unterbrechen für den ABPT. Ja, das hier geht. Wow. Okay, gut. Wir bestimmen erst mal einen Wahllatter. Ja. Hast du Vorschläge? Gut, damit wir das Ganze vom Malfuh hier einigermaßen geordnet über die Bühne bekommen, morgen allerseits erst mal. Wir würden dann anfangen mit... Lauter! Okay, gut, dann versuche ich jetzt nicht hier ins Mikro zu schreien, sondern versuche die Technik dazu zu bewegen, das lauter zu machen. Geht das? Ja. Gut, danke. Dann kommen wir erst mal zu der Wahl eines Wahlleiters, der uns hier als Versammlungsteam auch hilft, Meinungsbilder und so auszuzählen. Gibt es da Vorschläge und Kandidaturen? Ich sehe noch keine Vorschläge. Wir bräuchten einen Wahlleiter, sonst machen wir hier nicht weiter. Machst du? Gut, ich habe einen Wahlleiter. Dann stell dich kurz vor, dann können wir weitermachen. Ja, ich mache es kurz. Hallo, ich bin Michel Marsching. Ich stelle mich hier als euer Wahlleiter vor. Ich habe die Wahlleitungsvorbereitung gemacht, zusammen mit dem Piratenschlumpf und mit dem Andreas Graf von der Aal. Wir haben uns Bereichsleiter geholt. Vielleicht kommt ihr kurz hoch, damit man euch einmal sieht. Wir haben uns Bereichsleiter geholt. Das ist der Sebastian Kroos, die Julia von der Aal, der André Neuhäuser und der Sebastian Zisch, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, wahrscheinlich nicht. Ja, wir haben die Wahl vorbereitet. Wir stehen euch zur Verfügung. Wir versuchen, das Ganze neutral durchzuziehen, so wie sich das gehört. Freiheit ist auch immer die Freiheit der Andersdenkenden. Gut, dann würden wir jetzt das mit den Karten noch mal üben. Grün für Ja, Rot für Nein. Bitte jetzt abstimmen. Ich stelle fest, dass das überwiegend eindeutig Ja ist. Damit hätten wir dann Wahlleiter. Danke. So, und jetzt kommen wir dann zu dem ganzen Formalfu, der vorhin angekündigt wurde. Wir fangen an mit der Tagesordnung. Sind wir jetzt schon einen Punkt nach vorne gesprungen? Aber wir fangen dann mal an mit der Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung. Gibt es Einsprüche gegen die Ladung? Ich sehe ein, zwei Einsprüche gegen die Ladung. Drei, vier, fünf. Gut. Das ist auf keinen Fall eine Mehrheit. Ich würde die mit den Einsprüchen dann bitten, sich beim Frontoffice zu melden. Dann können die aufgenommen werden und dann können wir die dann auch behandeln. Ich würde dann Punkt drei der vorläufigen Tagesordnung noch abhaken, nämlich Zulassung von Pressegästen, Streaming, Ton- und Filmaufnahmen. Ihr kennt das, das müssen wir einmal formal beschließen. Einfach jetzt einmal abstimmen, ob wir das zulassen oder nicht. Das ist eindeutig. Damit haben wir dann auch die Presse und Gäste zugelassen. Danke, dass ich hier sein darf. So, und dann kommen wir zum Beschluss. Wenn ich im Moment hier Zugang zu einem Rechner hätte, dann würde ich euch die auch anwerfen. Aber wir haben noch keine Tagesordnung beschlossen. Das wollte ich jetzt als nächsten Schritt machen. Und da gibt es Tagesordnungsvorschläge für den Bundesparteitag. Wer hat die eingereicht und wer will die vorstellen? Ich habe hier jemanden, der einen Tagesordnungsvorschlag machen will. Dann bitte. Ja, guten Morgen. Ich erkläre zwei kleine Dinge. Also formal stimmen wir jetzt erstmal natürlich nur über die Tagesordnung des BPT ab und kommen zum Teil ABPT später. In meinem Tages- oder in dem Tagesvorschlag von dem Bundesvorstand und der Antragskommission ist es so, dass wir die beiden Versammlungen verschränken und würden bei dem BPT, einige Punkte haben wir jetzt gerade schon erledigt, weitermachen mit Wahl der Rechnungsprüfer, Satzungsänderungsanträge, die die Zusammensetzung des Bundesvorstands betreffen, dann Nachwahl zum Bundesschiedsgericht, Wahl der Kassenprüfer, Satzungsänderungsanträge zur PPU-Delegation und dann den BPT schließen. In den Auszählpausen, beziehungsweise immer wenn wir zum ABPT wechseln, finden dann selbstverständlich die Wahlen des neuen Vorstands statt und Tätigkeitsberichte, Entlastung und dann wird auch dieser geschlossen. Ja, wir haben hier Redner. Dann fangen wir an. Nein, Pro zuerst. Bitte. Versuch's mal. Ne, versuch mal den. Könnte mal bitte jemand das Pro-Mikrofon Test einschalten? Ist eigentlich eingeschaltet. Es ist bei uns eingeschaltet, also liegt es an der Technik. Rat, 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 test. Ah, wunderbar. So. Geoantrag auf Abruf des Bundesparteitags. Und? Nicht des ABPT, aber des Bundesparteitags. Die Rechtsmäßigkeit dieses Bundesparteitags ist genauso, als ob ich dazu eingeladen hätte. Ein kommissarischer Vorstand darf es nicht. Punkt. Ich habe dazu, glaube ich, sofort eine Wortmeldung von dem Herrn Bokor. Der wird ja dazu, glaube ich, als Gegenrede. Also, Entschuldigung, dazu fällt mir eigentlich nur ein Wort ein. Blödsinn. Sorry. Ich weise übrigens darauf hin, dass es diesen GO-Antrag so nicht gibt. Dementsprechend ist er dann auch unzulässig. Während eines laufenden GO-Antrags kein zweiter GO-Antrag. Aber ich möchte erst dem Antragsteller, du bist gleich dran, Ich möchte dem Antragsteller kurz mitteilen, dass das sowieso nicht möglich ist. Um nochmal so zu sagen, wir haben diese Reihenfolge mit Bedacht gewählt und uns auch schon wochenlang vorbereitet. Wir werden nur die Formalia jetzt durchführen und dann den Bundesparteitag sofort wieder unterbrechen. Dann werden wir den ABPT und eine Vorstandswahl durchführen, die zwingend erforderlich ist. Die Diskussion über den BPT können wir dann gerne nach der Wiedereröffnung des BPTs führen. Aber es raubt uns Zeit am Anfang. Ich habe nichts gegen die Diskussion. Ich finde, es ist nur der falsche Zeitpunkt. Bitte. Ich möchte gerne einen GO-Antrag auf Meinungsbild stellen. Ich möchte gerne wissen, wer der Meinung ist, dass wir den BPT sofort wieder schließen sollen, nur den ABPT durchführen, da wir ohnehin keine Zeit für den BPT hätten und die Rechtmäßigkeit ohnehin... Dieser Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes ist zulässig. Ich würde dann dieses Meinungsbild abfragen. Wer ist der Meinung des Antragstellers? Wer ist anderer Meinung? Ich stelle dem Antragsteller fest, dass das überwiegend positiv bescheinigt würde. Ich würde weiterhin aber, da wir im Tagesordnungspunkt Beschluss der Tagesordnung BPT sind, nochmal darauf hinweisen. Es ist von der Versammlungsleitung angedacht, dass wir nach dem Beschluss der Tagesordnung BPT den BPT erstmal aussetzen, den ABPT eröffnen, den ABPT abhaken und dann zu dem BPT zurückkommen. Dazu würde ich vielleicht gerne mal was sagen. Das hängt dann eben auch von der an abgestimmten Tagesordnung ab. Doch. Nein. Die Tagesordnung regelt nur den Ablauf des Bundesparteitages, kann aber keine Aussetzung in der Form vorsehen. Das ist, wenn dann ein Zeitplan, den die Versammlung gerne als Richtlinie weitergeben kann. Aber es ist nicht so, dass eine Tagesordnung ein Aussetzen und ein Eintreten in eine andere Versammlung mit berücksichtigen kann. Das wäre nämlich vom BPT den ABPT beschnitten oder umgekehrt. Das können wir so nicht beschließen. Dann habe ich eine Verständnisfrage zu dem Tagesordnungsvorschlag, der gleich noch kommt, beziehungsweise zu dem, den wir erstellt haben. Nehmen wir mal an, der würde angenommen werden. Wann wollt ihr Satzungsänderungsanträge zur Zusammensetzung des Vorstands machen? Wann wollt ihr die Rechnungsprüfer wählen? Wann wollt ihr die Kassenprüfer wählen? Wenn ihr sagt, dass ihr einfach mit dem ABPT weitermacht, dann sind diese Sachen ja erstmal hinten rüber gefallen. Das wird vom BPT beschlossen. Wir sind gerade im BPT. Wenn der BPT einer Unterbrechung des BPTs nicht zustimmt, dann wird das im Anschluss an diesen GO-Antrag gemacht. Falls der BPT einer Unterbrechung des BPTs zustimmt, dann wird das gemacht, wenn wir wieder in den BPT eintreten. Das wird nach unserem Dafürhalten nach dem Abhalten des ABPTs sein. Ja, dann gebe ich als Letztes noch zu bedenken. Wenn wir nach dem Verfahren verfahren, dann ist es tatsächlich so, dass wir eine komplette Änderung der bisherigen Bundesparteitage haben. Und zwar werdet ihr uns als Bundesvorstand oder Vertretung nicht mehr befragen können. Die Tätigkeitsberichte rutschen in der anderen Tagesordnung nach hinten. Das heißt, ihr könnt weder Fragen stellen, noch können wir was dazu sagen. Und die Entlastung findet auch erst statt nach der Wahl des neuen Bundesvorstands. Das nur als Angelegenheit. Danke, das war die Vorstellung des Eintrags. Ich habe einen GO-Antrag. Gehen wir an das eins rüber? Eigentlich eher eine Frage. Haben wir eigentlich schon eine GO abgestimmt? Ich finde das sehr interessant, dass hier immer von GO gesprochen wird. Aber wir haben, glaube ich, noch keine abgestimmt, oder? Doch, die Geschäftsordnung ist bundesparteitagsübergreifend. Bleibt die in Kraft. Das heißt, wir arbeiten im Moment auf der Fassung von dem letzten Bundesparteitag. Ja, okay, dann habe ich das richtig verstanden. Gibt es alternative Vorschläge zur GO? Tagesordnung. TO, sorry. Einen schönen guten Morgen miteinander. Zu das Team Front-Office, Back-Office, die damals designierte zwischengewählte Versammlungsleitung und die Wahlleitung haben sich da mal zusammengesetzt. Erstens den neuen GO-Vorschlag ausgearbeitet, der kommt später noch dran. Und uns dann auf der letzten Sitzung auch über die Tagesordnung Gedanken gemacht und da einen Vorschlag erstellt, hinter dem wir uns dann alle stellen. Der sieht vor, dass wir erst die Pflicht machen, dann die Kür. Die Pflicht ist die Wahl eines neuen Bundesvorstandes. Von daher würde das jetzt vorsehen, dass wir diesen Bundesparteitag jetzt, den wir formal eröffnet haben, gleich wieder schließen, mit dem ABPT anfangen, das durchmachen. Vielleicht mal in einer Auszählungspause zurückgehen zum Bundesparteitag, um die Zeit zu nutzen, aber auch nur vielleicht. Auf jeden Fall keine Satzungsänderungsanträge machen, die die Zusammensetzung des Vorstandes beinhalten, weil mitten in einer Vorstandswahl die Zusammensetzung des Vorstandes zu ändern, ist, glaube ich, uncool. Und dann haben wir so einen Tagesordnungsvorschlag, der dann so Sachen wie Wahl der Rechnungsprüfer, Satzungsänderungsanträge zu den PPEU-Delegierten und so weiter vorsieht. Also Sachen, die relativ unkritisch sind. Die ganzen Satzungsänderungsanträge, die formal korrekt eingereicht wurden zur Vorstandszusammensetzung, die haben wir ganz ans Ende geschoben. Da wird dann der neue Vorstand schon gewählt sein. Ich gehe aber davon aus, dass wir eh nicht mehr dazukommen. Die Sachen, die wir da für den ABPT gemacht haben, stelle ich dann vor, wenn es darum geht. Gut, das war der Konsensvorschlag, der zusammen mit sowohl Versammlungsleitung, Wahlleitung und Michael abgeklärt war. Wir haben also zwei konkurrierende Anträge an die Tagesordnung. Ich habe einen GO-Antrag. Ich weiß nicht, wie ich denn eine alternative Tagesordnung einreiche. Ich würde sonst noch eine Alternative vorschlagen, die aus einem einzigen Tagesordnungspunkt besteht, nämlich der Schließung des BBT. Ich sehe das als einen weiteren konkurrierenden Antrag. Damit hätten wir drei konkurrierende Anträge für die Tagesordnung. Ich würde trotzdem jetzt dann bitten, die drei nacheinander abzustimmen. Die treten gegeneinander an. Wir fangen an mit dem Antrag von Niki. Wer würde dem zustimmen oder den ablehnen? Der Tagesordnungsantrag wurde vorgestellt und erklärt von der Antragstellerin. Wir sind jetzt in der Abstimmung. Das ist überwiegend negativ. Dann kämen wir zum zweiten Antrag von Michael Ebner. Wer würde dem zustimmen, wer würde den ablehnen? Das ist überwiegend positiv. Und dann kämen wir zum dritten Antrag. Wer würde dem zustimmen, wer würde den ablehnen? Das ist eine geringere Mehrheit als für den zweiten Antrag. Dementsprechend hätten wir die Tagesordnung von Michael Ebner angenommen. Danke. Da wir jetzt eine Tagesordnung haben, da wir jetzt die Versammlungsämter gewählt haben, würde ich dann als Versammlungsleiter die den Bundesparteitag unterbrechen bis zum Ende des außerordentlichen Bundesparteitages. Ich habe aber noch einen GO-Antrag. Nein, kein GO-Antrag. Ein Hinweis auf die Geschäftsordnung. Und zwar, wenn mehr als zwei konkurrierende Anträge zur Abstimmung stehen, wird erst ein Approval gemacht, über welchen Antrag abgestimmt wird. Der gewinnende Antrag muss dann noch einmal angenommen werden. Zu deutsch, du hast eine Abstimmung vergessen. Danke. Das war, weil wir uns auf zwei vorbereitet hatten. Da fällt das mal runter. Wir stimmen dann also noch mal über die Tagesordnung ab. Wir stimmen also zuerst darüber ab, welcher abgestimmt wird. Dann fangen wir, um das formal richtig zu machen, noch mal mit allen drei an. Die Juristen vom Dienst nicken. Dann würde ich bitten, wer möchte über Antrag Nummer eins von Niki abstimmen? Das ist eine geringe Anzahl an Menschen. Dann, wer möchte über den Antrag von Michael Ebner abstimmen? Das ist eine große Anzahl von Menschen. Und wer möchte über den Antrag Nummer drei abstimmen? Das ist eine geringere Anzahl an Menschen als für Antrag Nummer zwei. Dann stimmen wir jetzt Antrag drei gegen zwei ab. Dann frage ich zuerst, wer ist für den Antrag von Michael Ebner? Das ist eine große Mehrheit. Und wer ist für den Antrag Nummer drei? Das sind weniger Menschen. Dann haben wir definitiv jetzt eine Tagesordnung für den Bundesparteitag. Ja, wir stimmen den ja jetzt ab. Wir stimmen dann noch die Tagesordnung von Michael Ebner ab. Wer ist für die Tagesordnung von Michael Ebner? So, gut, danke. Das ist überwältigend angenommen. Jetzt haben wir eine Tagesordnung. Ich hoffe, die festet jetzt niemand mehr an. Wir kämen dann zur Unterbrechung des Bundesparteitages bis zur Beendigung des außerordentlichen Bundesparteitages. So, wir machen jetzt das, worauf ihr alle gewartet habt. Hiermit eröffne ich den außerordentlichen Bundesparteitag 2014-2 in Halle. Und wir machen jetzt noch ein bisschen weiter mit dem Formalfug. Und natürlich brauchen wir auch hier eine Versammlungsleitung dafür. Ich frage, wer stellt sich zur Verfügung als Versammlungsleiter für den außerordentlichen Bundesparteitag? Okay, wir haben Mike. Gibt es weitere Kandidaten? Keiner rennt, keiner bewegt sich, keiner winkt. Ihr seht, das ist nicht der Fall. Möchtest du dich nur kurz vorstellen? Ja. Ja, hallo, ich bin der gleiche wie vorhin. Es ist das gleiche Team. Wir machen es mit der gleichen Qualität. Ob gut oder schlecht, beurteilt ihr danach. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Gut, ihr habt das mit den Kartenzeichen jetzt schon geübt. Ich bitte um Führ- oder Gegenstimmen für Mike und sein Team als VL. Ein mehr grüner Karten. Vielen Dank, Mike, du hast den Job. So, auch in diesem Fall bedanke ich mich dafür, dass ihr die neue Vorstandswahl in unsere Hände gelegt habt. Und auch hier hoffen wir, dass wir ein gutes Ergebnis am Ende mit euch zusammen hinbekommen. Auch den ABPT wird Sven Clemont eröffnen mit den üblichen Formalier. Wir werden eine Wahlleitung, die wesentlicher ist für den ABPT, wählen. Eine TO und eine GO. Und ja, lasst uns doch mal alle zusammen wieder ein bisschen Spaß haben. Danke, Mike. Damit übernehme ich nochmal. Ich würde ähnlich wie beim Bundesparteitag dann zuerst mit der Wahl der Wahlleitung anfangen, um im Zweifel bei Auszählungen Hilfe zu haben. Ich habe da auch schon den Michele, der sich vorstellen will. Ja, ich mache es kurz. Das Gleiche wie bei der Versammlungsleitung. Hier ist nochmal der Andreas, der stand gerade nicht auf der Bühne. Ja, gleiche Qualität, gleiches alles. Danke für die Wahl gerade. Ich hoffe, wir machen das jetzt nochmal. Gut, dann gibt es weitere Kandidaten für die Wahlleitung. Das ist nicht der Fall. Dann würde ich abstimmen, ob die Wahlleitung so angenommen wird. Wer ist dafür, wer ist dagegen. Das ist, ich sehe gerade keine orange Karte. Das wäre also einstimmig. Ich habe eine gesehen. Zwei. Okay, gut. Es sind zwei Gegenstimmen gewesen. Dann kämen wir jetzt zum Punkt drei, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung. Gibt es Zweifel an der ordnungsgemäßen Ladung des außerordentlichen Bundesparteitages? Falls dem so ist, dann würde ich auch die an das Frontoffice verweisen. Da werden die aufgenommen und dann im Laufe der Versammlung noch behandelt. Dann kommen wir zum Punkt vier, Zulassung von Presse, Gästen, Streaming, Ton und Filmaufnahmen. Wer ist dafür, wer ist dagegen? Das ist überwältigend. Und ja, damit werden dann auch Gäste und Presse wieder zugelassen. Und dann kommen wir zum Beschluss der Tages- und Geschäftsordnung. Gibt es Vorschläge für die Tagesordnung des außerordentlichen Bundesparteitages? Ich habe einen Vorschlag. Ja, der Spielraum auf dem ABBT ist ja relativ knapp. Deswegen sind die jetzt auch gar nicht so wesentlich unterschiedlich. In meinem Vorschlag ist es halt so, wie wir das üblicherweise immer tun. Die Tätigkeitsbericht und Entlastung des aktuellen Vorstandes und danach selbstverständlich die Wahl des neuen Bundesvorstandes in der Reihenfolge, wie sie üblicherweise abgehandelt wird. Also erster Vorsitz, zweiter Vorsitz, Pol G11, Gensek und so weiter und so weiter. Danke für den Vorschlag. Ich sehe, dass Michael aufsteht und auch kommt. Das heißt, er hat einen Alternativvorschlag. Michael? Ja, wie vorhin schon angedeutet, das ist auch nicht meine Tagesordnung, sondern die haben wir im Konsens, Frontoffice, Backoffice, Versammlungsleitung, Wahlleitung erstellt. So, wir haben zwei Sachen anders. Die erste Geschichte ist, dass Tätigkeitsberichte und Entlastung auf dem Bundesparteitag sind. Das haben wir eigentlich schon gerade angenommen. Und die andere Geschichte ist, dass wir die Reihenfolge leicht anders haben. Das Argument, wie wir es immer machen, zählt nicht, weil wir es jedes Mal anders gemacht haben. Wir haben das nachrecherchiert und haben das jetzt so gemacht, dass wir die Möglichkeit haben, das heißt nicht, dass wir es tun müssen, aber wir haben die Möglichkeit, kandidierenden Vorstellungen bereits in die Auszählpausen zu legen. Das könnte die Sache beschleunigen, wenn wir zeitlich knapp werden. Das heißt, die Reihenfolge wird sein, erst der Vorsitzende, dann nicht dessen Stellvertreter, sondern der Schatzmeister. Danach der politische Geschäftsführer, danach der Genseck, dann der stellvertretende Vorsitzende, dann der stellvertretende Generalsekretär. Damit haben wir die Pflicht erfüllt. Danach die optionalen Ämter, erst Schatzmeister, Stelf Polgev, Stelf Genseck. Und als Lückenfüller haben wir dann noch Redebeiträge von Parlamentariern, sonstige Redebeiträge. Das heißt, wir können die Auszählpausen sowohl mit Redebeiträgen füllen, als auch mit kandidierenden Vorschlägen. Da gibt es dann noch ein, ist das ein dritter Vorschlag? Eine Ergänzung. Eine Ergänzung zum Vorschlag Nummer 1. Eine Sache vergessen, die mir gerade bei der Vorstellung noch eingefallen ist. In den Auszählpausen haben wir eben vorgesehen, wie auch angekündigt, eingeladene Redner reden zu lassen, die Impulse in die Partei geben können, wie es weitergehen kann. Das würde bei uns in den Auszählpausen gemacht. Gut, danke. Dann gibt es zwei Anträge. Es gibt einen GO-Antrag. Ich bitte darum, erst abzustimmen, wenn wir lesen können, worüber wir abstimmen. Es wird hier so viel gesprochen. Es ist so wichtig heute. Und ich möchte, dass da schriftlich dokumentiert wird. Das ist kein GO-Antrag, der in der GO vorgesehen ist. Ich werde aber der Versammlung das zugutehalten. Und ich würde dann schauen, dass wir das irgendwie auf dem Beamer bekommen. Okay, wir haben noch technische Probleme. Ich würde dann, ehe wir die TO jetzt beschließen, habe ich... Kann ich mal bitte... Also, ich bin für den Beamer zuständig. Ich hatte gestern ganz fiese Augenprobleme und konnte sogar sechs Stunden nicht am Bildschirm arbeiten. Mir fehlen also sechs Stunden Arbeit, ganz einfach. Das ist der Punkt und deswegen haben wir noch keinen Beamer. Ich versuche das während dem BBT noch fertig zu machen, funktioniert leider gerade nicht. Ja, genau. Das ist das Problem. Ich hoffe, dass ihr mir das verzeihen könnt. Aber gut, läuft halt so. Dann kann man doch sicher einen Computer anschließen, oder nicht? Das ist nicht so einfach und das ist kein zulässiger Redebeitrag. Ich würde dann nochmal die beiden Antragsteller bitten, in Ruhe die Tagesordnungsanträge vorzustellen, Punkt für Punkt vorzulesen. Dann kann sich jeder Notizen dazu nehmen und dann kann jeder im Wissen, über was er abstimmt, abstimmen. Ich kann jetzt den Beamer von hier aus auch nicht reparieren. Ich würde dann Niki bitten, zuerst Ihren Antrag... Okay, Niki hat auch technische Probleme. Dann lasse ich zuerst Michael den Tagesordnungsantrag Wort für Wort vorlesen. Ja, ich habe... Ich habe... Hallo. Ich habe... Freigeschaltet. Dankeschön. Ich habe es ausgedruckt und somit keine technischen Probleme. Eins bis vier haben wir ohnehin schon hinter uns. Punkt fünf, Beschluss der Tages- und Geschäftsordnung. Das machen wir gerade, aber das ist ohnehin in beiden Vorschlägen identisch. Dann Punkt sechs, Wahl des Bundesvorstandes. Während der Auszählung eines Wahlgangs kann bereits mit der Vorstellung des nächsten Wahlgangs oder Top sieben Lückenfüller für Top sechs begonnen werden. Und die Vorstandswahl in folgender Reihenfolge. Erstens Vorsitzender. Zweitens Schatzmeister. Drittens Polgev. Viertens Genzek. Fünftens stellvertretender Vorsitzender. Sechstens stellvertretender Genzek. Dann die drei optionalen Wahlgänge. Stellvertretender Schatzmeister. Stellvertretender Polgev. Stellvertretender Genzek. Und als Lückenfüller für Top sechs die Redebeiträge. Und als Tagesordnungspunkt acht das Schließen des außerordentlichen Parteitages. Ich hoffe, das war jetzt langsam genug für jeden zum Mitschreiben. Dann wird jetzt noch Antrag Nummer eins von Niki vorgestellt. Weil ich muss es aus dem Kopf machen, weil bei mir leider die Technik auch versagt hat. Aber bei uns ist es so, dass wir erst die Entlastung und Tätigkeitsberichte für den aktuellen Vorstand haben. Dann würden wir übergehen zur Wahl des neuen Bundesvorstands. Da eben mit dem Vorsitz anfangen. Zweiter stellvertretender Vorsitz. Politischer Geschäftsführer. Schatzmeister. Genzek. Erster stellvertretender Genzek. Das sind die Pflichtposten. Und dann die optionalen Posten hinterher. Das ist zuerst der zweite stellvertretende Genzek. Dann der stellvertretende Schatzmeister. Und dann der stellvertretende Polgf. Das wäre Vorschlag Nummer eins zur Tagesordnung vom ABPT. Vorschlag Nummer zwei ist ja bereits vorgelesen worden. Wir sehen das ja jetzt auch gerade auf dem BIMA. Ich weise übrigens die Versammlung darauf hin, dass es Zweifel daran gibt, dass die Entlastung des Bundesvorstandes auf einem ABPT stattfinden darf. Und der Konsensvorschlag ist wie vorhin Vorschlag Nummer zwei. Ich würde dann abstimmen, über welchen wir abstimmen sollen von beiden Anträgen. Wer ist für den Vorschlag von Niki? Wer soll das jetzt zeigen, bitte? Das ist eine geringe Anzahl. Wer ist für den Vorschlag Ebner? Das ist eine große Anzahl. Dann beschließen wir jetzt noch formal den Vorschlag Ebner. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Dann wäre der beschlossen. Wir kämen dann übrigens noch zu ein bisschen Formalfrut, der vorhin runtergefallen ist. Wir bräuchten noch Protokollanten, die wir beschließen. Wir haben hier schon Leute, die das sehr toll machen und die auch schreiben. Könnt ihr euch mal kurz zeigen? Gibt es Einwände gegen diese Protokollführung? Ich nehme das, es gibt keine Einwände gegen die Protokollführung. Ich nehme das dann als per Akklamation gewählt ins Protokoll auf. Ich weise dann die Kandidaten für die Wahlen darauf hin, dass jeder von euch noch Unterstützerunterschriften hier vorne im Frontoffice abliefern muss. Das heißt, falls ihr denkt zu kandidieren oder falls ihr das vorhabt, dann würde ich euch binden, eure Unterstützerunterschriften hier vorne im Frontoffice abzugeben. Dann würde ich zum nächsten Punkt kommen, Einsprüche gegen die ordnungsgemäße Ladung. Hat die jetzt jeder hier vorne angemeldet oder gibt es noch Leute, die das nicht getan haben? Das scheint jeder gemacht zu haben. Dann würde ich bitten, die, da sieht die Satzung eine Aussprache zuvor, dann würde ich die bitte ans Saalmikrofon bitten, um ihre Bedenken gemäß der ordnungsgemäßen Ladung zu machen. Ich warte darauf, dass jemand ans Saalmikrofon kommt. Also Leute, wenn ihr einen Einspruch habt, dann wäre jetzt der Moment, den vorzutragen. Gut, dann würde ich die Versammlung bitten, die ordnungsgemäße Ladung des außerordentlichen Bundesparteitages festzustellen. Wer ist da mit mir auf der Seite? Das ist eine große Anzahl von Menschen. Dementsprechend ist dann die ordnungsgemäße Ladung auch festgestellt. Der Jurist vom Dienst wollte schon Einwände erheben, ist aber jetzt zufrieden. Gut, dann kommen wir jetzt zum Beschluss einer Geschäftsordnung. Gibt es Vorschläge zu einer Geschäftsordnung? Ich weiß, dass der Michael Ebner da einen Vorschlag unterbreiten wollte. Und der Michael ist auch auf dem Weg zur Bühne. Haben wir GEMA gezahlt? Dann darf ich Tetris hier tudeln oder so. Nee, ich glaube, wir haben keine GEMA bezahlt. Florenz müsste das wissen. Ja, GO ist jetzt zu lange, als dass ich das vorlesen könnte. Ihr findet den Vorschlag im Wiki. Es ist im Prinzip die vorangehende GO, die wir an einigen Punkten modifiziert haben. Die Modifikationen habe ich jetzt, da bin ich jetzt nicht vorbereitet, das habe ich nicht verschriftlicht. Wir haben eine eher relevante Änderung im Bereich der Wahlverfahren. Und ansonsten haben wir einfach Erfahrungen der Vergangenheit und die Sachen glatt gezogen, die 15-Uhr-Regelung raus und solche Geschichten, die sich einfach nicht so wirklich bewährt haben. Zum Wahlverfahren. Wir hatten ja bislang in der GO das normale Abhubel, die Akzeptanzwahl und ein Bewertungswahlverfahren. Dieses Bewertungswahlverfahren haben wir jetzt draußen und haben eine gewichtete Akzeptanzwahl. Im Prinzip ein Abhubel mit Punkten. Wie das genau funktioniert, wird euch dann ohnehin nachher nochmal Michelle erklären. Von daher reicht jetzt die kurze Erklärung. Ihr habt verschiedene Kästchen, wie ihr das vorher schon gekannt habt. Und könnt den einzelnen Kandidierenden oder wenn wir Anträge machen, den einzelnen Anträgen, verschieden viele Punkte geben. Null ist eine Enthaltung oder Nein-Stimme oder wie man das sagen wollte, also wenn ich auch beim Abhubel nichts ankreuze. Und 1 bis 6 sind einfach Punkte und ist eine Ja-Stimme. Und der Kandidierende braucht erst einmal 50% von Ja-Stimmen. Und dann ist derjenige gewählt, der die meisten Punkte hat. Michelle wird euch das nochmal erklären. Und das ist ein Wahlverfahren, das auch dem Stimmzettel, dem Ausgeteilten angepasst ist. Gibt es sonst noch Fragen zur Geschäftsordnung? Gibt es Aussprachebedarf zu diesem Geschäftsordnungsvorschlag? Das ist keiner, doch. Da sind Leute auf dem Weg zum Sammelkrofon. Moment. Okay, ja, ich bitte darum, dass wir die beiden Vorschläge zum Wahlverfahren getrennt abstimmen. Nochmal die Wortmeldung, bitte. Ich musste meine GO besorgen. Der soll die Frage nochmal stellen. Ja, Michael. Es gibt ja einmal Approval mit Bewertung und es gibt einmal das reine Approval. Ich bitte darum, dass wir das getrennt abstimmen. Wenn ich die Vorschläge in der, das ist der Konsens, den ihr in der GO reingebaut habt, da habt ihr das einfache Approval mit drin. Oder habe ich mich da verlesen oder ist das nochmal geändert worden? So, in diesem Geschäfts- und Wahlordnungsvorschlag sind beide Verfahren drin. Sie können alternativer verwendet werden. Der Default ist das normale Approval, die normale Akzeptanzwahl und auf GO-Antrag können wir auf das andere Verfahren wechseln. Okay, das sieht so aus, als ob der Fragesteller die Frage verstanden hat. Gibt es weitere Fragen? Dem scheint nicht der Fall zu sein. Ja, und das Front-Office sucht gerade den Babak Tubis. Babak Tubis bitte ans Front-Office. Dann kämen wir zum Beschluss der Geschäftsordnung. Gibt es noch Alternativen zur Geschäftsordnung? Dem ist nicht der Fall. Dann würde ich jetzt zur Abstimmung schreiten. Wer ist für oder gegen diese Geschäftsordnung? Das ist mehrheitlich grün. Dementsprechend wäre diese Geschäftsordnung angenommen. Danke, Michael, für die Arbeit. Dann würde ich jetzt die Versammlung für fünf Minuten unterbrechen, weil das Front-Office hier noch kleinere Probleme hat mit dem Internet. Und dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt Wahl 6, Wahl des Bundesvorstandes. Und wir würden da auch anfangen mit der Wahl des Vorsitzenden. Ich weise noch mal darauf hin, falls ihr kandidieren wollt, müsst ihr Unterstützerunterschriften haben. Die müsst ihr bitte beim Front-Office abgeben. Und am besten alle Kandidaten zum Bundesvorstandsvorsitzenden können sich schon hier vorne bei der Bühne sammeln. In fünf Minuten fangen wir mit den Vorstellungen an. Gut, dann würden wir weiterfahren. Okay, hier wird noch ein bisschen getestet. Dann warten wir noch ein bisschen. Ich würde den Wahlleiter auf die Bühne bitten, weil der muss jetzt hier ein bisschen Formalfuh machen. So, wir treten dann jetzt wieder in die Versammlung des außerordentlichen Bundesparteitages der Piratenpartei Deutschland ein. Wir sind gerade im Tagesordnungspunkt 6, Wahl des Bundesvorstandes. Und für Unterpunkt 1, Wahl des Vorsitzenden, übergebe ich das Wort an den Wahlleiter Michele Marschenk. Bitte. Ja, vielen Dank. Laut Geschäftsordnung eröffnet der Wahlleiter die Kandidatenliste für diejenigen, die kandidieren wollen. Ihr wisst, ihr müsst euch hier am Frontoffice melden mit den entsprechenden Unterstützungsunterschriften. Ihr bekommt auch alle Informationen. Damit das formal korrekt abgelaufen ist, eröffne ich hiermit die Liste für die Wahl zum Vorsitzenden. Danke dem Wahlleiter. Wir haben zwischenzeitlich einen GO-Antrag auf Änderung der Hausordnung bekommen. Dieser GO-Antrag ist so nicht in der Geschäftsordnung vorgesehen, ist also auch unzulässig. Organisatorisch würde ich dann jetzt bitten, die Kandidaten für das Amt des Vorsitzenden des Bundesvorstandes, sich so langsam hier an der Bühne bei der Treppe einzufinden, damit wir, sobald der Wahlleiter das beschließt, mit der Kandidatenvorstellung anfangen können. Wir können übrigens nicht mit der Vorstellung der Kandidierenden anfangen, ehe nicht alle Kandidaturen vorliegen, weil wir die Vorstellungsreihenfolge auslosen. Das heißt, nochmal der Aufruf an alle Kandidierenden, bitte euch jetzt beim Frontoffice melden. So, ich mache jetzt einen letzten Aufruf. Wer kandidieren möchte für den Vorsitz der Piratenpartei Deutschland, möge jetzt schreiend mit seinen Unterstützungsunterschriften vorne zum Frontoffice rennen. Hallo, hallo, hallo. Ja, gut. Könnte jemand bitte das Mikro hier auch noch hochpegeln? So, das hier. Ich musste das Mikro wechseln. Danke. Ja, geht das jetzt? Ich kann jetzt auch hier was erzählen. Es ist definitiv an. Ja, irgendwo ist das Mikrofon. Aber ich höre es nicht wirklich laut. So, wenn das andere Mikro nicht geht, dann nutze ich eben das hier jetzt. Wir haben einen kleinen Fu vom Frontoffice. Laut angenommener GO müssen die Quorumslisten Name, Akkreditierungsnummer und Unterschrift enthalten. Bei den ausgegebenen Listen war das nicht vorgesehen. Bitte alle, die bereits Listen abgegeben haben, zum Frontoffice kommen. Der Wahlleiter wird euch dann das weitere Vorgehen erklären. Wir lassen euch genug Zeit, damit das in Ordnung kommt. Der Jurist vom Dienst sucht übrigens jemanden vom Vorstand des LV Berlins. Falls sich jetzt jemand berufen fühlt, dass er LV Berlin Vorstandsamt bekleidet, dann soll er bitte zum JVD hier vorne direkt neben dem Frontoffice. Es ist einigermaßen dringend. Kurze Durchsage der Technik. Leute, die hier in der Halle sind, sollen bitte nicht zusätzlich zum Live auch noch den Stream anschauen. Das frisst gerade die Brandbreite weg. Also das ist so ein technisch, würde ich sagen, ungeschickt, sowohl den Stream rauszuschicken und hier wieder zu gucken. Von daher würde ich euch bitten, das zu unterlassen. Test, Test, Test. Liebe Technik, könntet ihr bitte das Mikrofon rechts hier auf der Bühne auch aufmachen? Das wäre sehr nett. Mach es doch mal lauter. Aber nicht lauter. Hallo? Ah, jetzt funktioniert es. Test. Hey. So, das hier ist, wie ich da in das Mikro reinspreche, in der gleichen Lautstärke und du hörst, wie es rauskommt. Soll ich jetzt da auch noch reinschreien? Ich höre dich, ja? Oh, das da ist laut. So, das hörst du auch, ja? Ich muss, dass es noch nicht auf die Boxen geht. Okay, gut, danke. Dann schreie ich da auch nicht mehr rein. Ich entschuldige mich beim Stream, dass ich hier ins Mikro reingeschrien habe. Ja, das hier klingt auf jeden Fall auf den Boxen jetzt schon besser. Danke. Hallo. Wir bräuchten im Backoffice kurzfristig Unterstützung mit jemandem, der gut Wiki-Syntax kann. Könntet also jemand kurz hier vorbeikommen im Frontoffice und sich melden? Das wäre ganz nett, weil wir müssen da ein paar Sachen machen und ja, ich bin gerade ein bisschen überlastet. Dankeschön. Liebe Versammlung, in Erwartung, dass die Kandidierendenliste irgendwann in vorhersehbarer Zukunft geschlossen wird, habe ich hier einen GO-Antrag auf Meinungsbild. Ich versuche das dann lauter zu machen. Geht das so besser? Ja. Wünscht die Versammlung, dass das Presseerzeugnis Kompass durch die Infostände verteilt werden darf? Das ist ein Antrag auf Meinungsbild. Wer ist dafür, wer ist dagegen? Das ist eindeutig, ich teile dem Antragsteller mit, dass das Meinungsbild positiv ausgegangen ist. Liebe Versammlungen, es war mir eine Freude, euch bisher begleiten zu dürfen. Ich übergebe dann jetzt erstmal bis auf Weiteres an den Daniel Düngel die Versammlungsleitung. Ich danke euch. Meine Damen und Herren, liebe Piraten, der Roland Mulzer möchte sich bitte vorne beim Frontoffice einfinden. Roland Mulzer, vielen Dank. Wir haben noch ein bisschen Zettelfuh im Moment, aber die Wahlleitung ist dran. Das wird alles laufen. Geht gleich weiter. Vielen Dank. So, ich ergänze das einmal ganz kurz, hier nochmal vom Frontoffice die Information. Einige haben ihre Kandidatur für den Vorstandsvorsitzenden, für den ersten Vorsitzenden vor Annahme unserer aktuellen Geschäftsordnung abgegeben. Es kann sein, dass diese Kandidaturen noch nicht die ausreichende erforderliche Anzahl von Unterschriften haben. Ich bitte daher alle, die vor Annahme unserer aktuell gültigen Geschäftsordnung bereits ihre Kandidatur hier erklärt haben, gegenüber dem Frontoffice nochmal hier nach vorne, damit wir wirklich gucken können, ob die Kandidatur soweit auch korrekt ist. Dankeschön. Eine kurze Durchsage zum Thema Wahldurchführung. Ich bitte euch, wenn ihr an den Rändern eurer Tische sitzt, mal links und rechts zu gucken, ob da so Zettel auf dem Tisch sind, so Liebesbriefchen, wo euch freundlich erklärt wird, dass ihr, wenn ihr diese Plätze einnehmt, dass ihr dann Wahlhelfer seid und für eine Urne zuständig seid. Es gibt noch einige Plätze, die sind nicht besetzt. Wir machen gleich den Wahlgang nicht, bevor nicht alle Urnen besetzt sind. Ihr müsst auch nicht an diesem Platz direkt sitzen, wenn ihr sagt, ich will nicht so weit außen sitzen zum Beispiel. Dann könnt ihr auch woanders sitzen, aber zur Wahl euch um diese Urne kümmern. Es wäre sehr nett, wenn ihr euch, wenn ihr seht, dass eine Urne da noch nicht besetzt ist, wenn ihr euch da melden würdet, und zwar bei den Bereichsleitern. Die heben jetzt mal wild ihre Hände und winken, damit wir sie sehen. Hier vorne ist der Vastel. Da hinten ist die Julia an der Urne. Der Maid läuft irgendwo da in dem Block rum und da ist der Sebastian, der mit seinem Zettel wedelt. Also, wenn ihr helfen wollt, wenn ihr Wahlhelfer sein wollt an den Urnen, meldet euch kurz, da sind noch ein paar Plätze zu besetzen. Vorher können wir die Wahlen nicht durchführen. So, noch eins, was ein bisschen der Übersichtlichkeit dient, auch jetzt für die Bereichsleiter. Diejenigen, die sich schon als Wahlhelfer gemeldet haben, stehen bitte einmal auf und winken, damit die Bereichsleiter in ihrem Block diese Leute sehen. Einfach wild mit den Armen wedeln, am besten stehend, damit man euch sehen kann. Ist das okay für die Bereichsleiter? Ich gucke einmal. Da drüben, ja. Alles klar. Danke. Liebe Versammlung, noch was ganz, ganz Wichtiges. Seid ihr gut drauf, soweit? Das ist gut. Ich habe noch was ganz, ganz Wichtiges. Den jungen Mann hier, den ihr vorhin zum Wahlleiter gewählt habt, ja, der hat heute Geburtstag. Mir persönlich wäre das eine Riesenfreude, wenn wir ihm vielleicht ein kleines Happy Birthday singen können. Kriegen wir das hin? Also, Happy Birthday to you. Ihr seid großartig, vielen Dank. Vermutlich mag der mich jetzt nicht mehr, aber naja. So, liebe Versammlung, ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir brauchen vielleicht von dem einen oder anderen Kandidaten nochmal einige Unterschriften, beziehungsweise da ist dann noch was zu klären. Ich kann euch vier Namen geben von Kandidierenden, bei denen das der Fall ist und die ich damit bitte nochmal hier vorne zum Front Office zu kommen, weil sie ja ansonsten nicht kandidieren können. Das sind die Nummer 576 Matthias Zehe, die 581 Franziska Jentsch, die 583 Bernhard Smolatz und die 584 Michael Ebner. Also, die vier bitte nochmal einmal hier vorne zum Front Office. Franziska hat mittlerweile in der Zwischenzeit, hat sich erledigt, aber die anderen drei bitte noch. So, die Wahlleitung hat die Sammelaktion beendet. Wir haben für jede Urne Wahlhelfer. Ich würde die Wahlhelfer bitten, dass sie sich einmal jetzt an ihre Urne begeben und sich zeigen, für welche Urne sie zuständig sind. Da sollten jetzt jedes Mal zwei Leute stehen. Am besten, genau, ihr hebt einmal die Urne an. Das ist eine super Idee, damit jeder euch sehen kann. Und damit ich sehen kann, dass jede Urne jetzt entsprechend besetzt ist und dass die Bereichsleiter das auch sehen können. Gut, es sind alle Urnen besetzt. Ich würde jetzt alle Wahlhelfer bitten, einmal ihre Urne hoch in die Luft, dass ich sehe, dass jede Urne besetzt ist, dass jeder seinen Wahlhelfer einmal sehen kann. Beziehungsweise seine Wahlhelfer. Das ist super. Jetzt kommt der formale Teil. Diejenigen, die jetzt da stehen als Wahlhelfer, die ernenne ich dann zu solchen. Gibt es Widerspruch dagegen, gegen einen oder gegen alle? Gegen alle wäre jetzt schlecht, aber gegen einzelne dieser Wahlhelfer. Da sehe ich niemanden rennen. Das heißt, herzlichen Glückwunsch, ihr habt den Job. Ich würde alle Wahlhelfer bitten, sich jetzt einmal mit mir hier vorne rechts von der Bühne zu treffen. Dass wir einmal durchsprechen, wie die Wahl abläuft und ihr einmal alles Nötige gesagt bekommt. Hier rechts von der Bühne treffen sich jetzt einmal alle Wahlhelfer. Schade, ich fand das gerade ganz gemütlich. So, liebe Versammlung. Ich will euch nur so über den aktuellen Stand kurz informieren. Ich finde es schön, Andro, dass du dich umdrehst, wenn ich die liebe Versammlung anspreche. Also, wir brauchen einfach momentan noch ein paar Minuten. Wie ihr seht, haben wir mittlerweile auch ein Beamer-Bild. Das heißt, die technischen Probleme sind soweit nach und nach behoben. Wir prüfen jetzt gerade dann nochmal die ganzen Unterlagen von den Kandidierenden, damit das auch alles soweit seine Richtigkeit hat. Sobald die jetzt gleich alle vorliegen, wird dann der Wahlleiter das Weitere übernehmen. Das wird sich also nur noch um ein paar Minuten handeln und dann kann es auch tatsächlich mit der Versammlung weitergehen. Ich glaube, ihr habt noch Zeit für eine Zigarette, aber beeilt euch dabei. Hallo, live aus dem Pistolo Ceicum. Ein letzter Wahlaufruf, damit wir alles formal richtig gemacht haben. Allerletzte Chance, jetzt mit einem ausgefüllten Unterstützungsunterschriftenzettel vorne zum Frontoffice zu rennen und sich als Kandidat eintragen zu lassen. Wer jetzt nicht rennt, in zwei, drei Minuten ist Schluss. Dann kommt ihr nicht mehr auf die Kandidatenliste. Hervorragend, lieber Wahlleiter. Dann habe ich einen Aufruf der Jochen Bokor. Der möchte einmal bitte, also ich hoffe, dass er möchte. Jedenfalls wird er hier vorne beim JVD gebraucht. Der bittet um Jochen Bokor. Da flitzt er schon. Wahrscheinlich hätten wir auch den Flo schicken können. Die merken das ja eh nicht. Ganz wichtig, habe ich gerade vergessen, Entschuldigung. Es geht jetzt nur um den ersten Vorsitzenden mit der Kandidatur. Nicht, dass da Missverständnisse entstehen. Es geht um die Kandidatur zum Vorsitzenden, zur Vorsitzenden. Hier jetzt dieser erste Wahlgang und nicht alle. Danke. So, die Zwischenzeit oder in der Zwischenzeit kann ich euch vielleicht schon mal das erste Mal mit dem weiteren Verfahren vertraut machen, so wie wir es in der Geschäftsordnung festgelegt haben. Ich werde das gleich auch nochmal erklären, sobald die Kandidierendenliste dann auch geschlossen ist. Aber ich nutze die Zeit jetzt schon mal. Wir haben jetzt gleich eine Anzahl, eine Anzahl X an Kandidierenden. Ich darf euch, liebe Versammlung, ich darf euch bitten, langsam aber sicher wieder zu euren Plätzen zurückzufinden. Langsam aber sicher wieder ein bisschen Ruhe einkehren zu lassen, damit wir dann mit dem Programm fortfahren können. So, also wir haben gleich eine Anzahl X an Kandidierenden. Wir werden eine Reihenfolge auslosen, wie diese Kandidierenden sich vorstellen können. Die Kandidaten und Kandidatinnen haben jeweils drei Minuten Zeit, sich vorzustellen. Die Versammlung hat danach die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Im ersten rutscht sozusagen fünf Fragen. Für diese fünf Fragen möchte ich euch bitten, an das mittlere Mikrofon hier vorne im Saal dann zu gehen. Das wird also für die Fragen benutzt. Das ist das Mikrofon, wo jetzt der Monopol steht und winkt. Ihr könnt euch auch an die Mikrofone links und rechts davon stellen. Das ist aber falsch. Also bitte versucht dann das mittlere Mikrofon zu nehmen. Das macht es uns hier vorne etwas einfacher, die Reihenfolge auch entsprechend einzuhalten. So, für diese Fragen, die dann gestellt werden können, gibt es laut Geschäftsordnung 30 Sekunden Zeit. Wir werden das von der Versammlungsleitung auch relativ rigoros so durchziehen. Also 30 Sekunden sind 30 Sekunden. Das bedeutet, und hier der Hinweis an die Mandatsträger in unserer Partei. Das bedeutet nicht, bei 30 Sekunden kann man doch mal einen Absatz aus dem Redemanuskript beginnen, sondern die 30 Sekunden bitte einigermaßen einhalten. Das Gleiche gilt dann auch für die Antwort des Kandidierenden. Für die Antwort hat der Kandidat, die Kandidatin zwei Minuten Zeit. Auch auf diese Zeit werden wir entsprechend genau achten. So, zu den Fragen nochmal. Ich werde euch also befragen als Versammlung, ob ihr den Kandidaten bzw. den Kandidierenden, die Kandidierende befragen wollt. Dann gibt es diese fünf Fragen und nach Abschluss der fünf Fragen gibt es nochmal die Möglichkeit, oder werde ich euch nochmal fragen, ob wir weitere fünf Fragen zulassen wollen. Das Ganze geht dann immer wieder so entsprechend weiter. Das kriegen wir aber, glaube ich, im Laufe des Tages dann hin, dass wir das alles vernünftig regeln können. Wenn es mehr als fünf Personen gibt, die Fragen stellen wollen in diesem ersten Durchgang, dann wird gegebenenfalls gelost, wer von den fünf halt die Frage stellen kann. Ansonsten, wenn fünf Leute oder weniger als fünf Leute am Mikrofon stehen, werden wir in der Reihenfolge der Fragesteller einfach durchgehen. Dann habe ich noch eine Durchsage und danach macht die Wahlleitung dann weiter. Ich lese vor, was hier steht. Alle, die bei Sasa noch etwas unterschreiben müssen, bitte zu Urne 3. Wo auch immer Urne 3 ist, aber ihr müsst zu Urne 3. Ach, Urne 3 ist da beim Bastel. Okay, also Bastel ist Urne 3 und bitte zu Urne 3. Und jetzt hat der Wahlleiter das Wort. Wenn das mit dem Babaktubis da alles gelaufen ist. Ist alles gut bei euch? Frontoffice? Alles gut? Ich gucke nochmal. Frontoffice? Frontoffice? Alles gut? Das Frontoffice zuckt mit den Schultern und sagt damit, ich weiß es nicht. Das ist gut, dann weiß ich das jetzt. Dann ist hiermit die Kandidatenliste für den Vorsitzenden geschlossen. Und wir können mit der Vorstellung beginnen. So, gerade bei der Aufzählung ist übrigens noch eins aufgefallen. Wir brauchen hier vorne in dem ersten Quadranten noch einen Wahlhelfer. Ach, du hast den? Ach, du hast den? Okay. Alles klar, wir haben den Wahlhelfer schon. So schnell geht das hier mit meinen Preisleitern. Ich nenne also da drüben, wo steht er da drüben, er hebt gerade die Hand, diesen Menschen zum Wahlhelfer. Hat jemand was dagegen? Hat jemand was dagegen, möchte Einspruch einlegen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Vielen Dank. So, das war zum Wachwerden. Liebe Versammlung, wir sind quasi im Anflug zur Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten für den ersten Vorsitzenden. Ich möchte euch jetzt nochmal bitten, eure Plätze wieder langsam aber sicher einzufinden oder euch auf eure Plätze einzufinden. Langsam aber sicher die Gespräche hier in der Halle einzustellen, beziehungsweise wenn ihr die fortführen wollt, das halt eben im Foyer zu machen oder draußen dann zu erledigen. Wir haben zur Zeit hier halt einen sehr großen Lärmpegel und ich möchte jetzt schon mal langsam dafür sorgen, dass das bei der Vorstellung der Kandidaten dann halt eben nicht mehr der Fall ist. Die Kandidierendenliste ist zu, hat der Wahlleiter ja eben verkündet. Wir werden jetzt in ein, zwei Minuten die Reihenfolge der Vorstellung auslosen, das wird gerade vorbereitet. Und dazu, das wird ebenfalls der Wahlleiter übernehmen, beziehungsweise die Nadja aus dem Team des Wahlleiters. Welche Funktion du auch immer da hast, ich weiß das gar nicht. Teamleiterin irgendwas. Teamleiterin Losfee. Teamleiterin Losfee, ja. Also das wird die Nadja dann machen. Und danach starten wir dann direkt mit den entsprechenden Vorstellungen. Es gibt einige Hinweise im Vorfeld. Ich werde mich bemühen, alle Kandidatinnen und Kandidaten mit dem vollen Vor- und Zunahmen anzusprechen. Selbstverständlich werden wir jeder Kandidatin und jedem Kandidaten den gleichen Respekt etc. gegenüberbringen wie allen anderen auch. Ich wüsste auch nicht, warum das nicht so sein sollte. Und ansonsten nochmal die Hinweise, die ich eben schon gemacht habe, nochmal in Kürze. Drei Minuten Vorstellungszeit jedes Kandidierenden. Danach werde ich euch fragen, ob ihr den Kandidaten, die Kandidatin befragen wollt. Dann gibt es, wenn ihr befragen wollt, die Möglichkeit, dass fünf Fragesteller eine Frage stellen können mit einer Redezeit von maximal 30 Sekunden. Die Antwortzeit ist dann beschränkt auf zwei Minuten. Sollte es mehr als fünf Fragesteller geben, werden wir die fünf Fragesteller dann auslosen. Also wer von den fünf halt dann fragen darf und wer nicht. Nach den fünf Fragen werde ich euch erneut fragen, ob ihr weiterfragen wollt. Und wenn ihr weiterfragen wollt, werden wir halt weiterfragen. Wir könnten die Zwischenzeit noch nutzen, gibt es noch irgendwie Fragen von euch? Also nicht Fragen an Kandidaten, sondern Fragen an mich, Verständnisfragen zum weiteren Prozedere, zur Vorstellung etc. pp. Das scheint nicht der Fall zu sein. So, dann ein Hinweis an die Kandidierenden. Ihr dürft gerne natürlich die ganze Zeit da stehen. Ihr könnt aber auch gerne hier vorne Platz nehmen. Also da sind noch einige Plätze frei, die mit JVD und was weiß ich nicht irgendwie beschriftet sind. Ihr dürft das gerne soweit tun. Wenn ihr euch aber gerne die Füße vertreten wollt, könnt ihr das auch machen. Seid bitte nur rechtzeitig bei eurer Vorstellung da. Das wäre irgendwie wichtig, glaube ich. Noch ein organisatorischer Hinweis bzw. eine Bitte. Einmal an die zahlreichen Pressevertreter, die hier sind, bitte keine Bildschirme ohne Erlaubnis des Bildschirmbesitzers abfilmen. Aber das müsst ihr mittlerweile ja eigentlich kennen. Dann ist mir herangetragen worden, dass im Stream offenbar Bildschirminhalte zu sehen sind. Das fände ich auch irgendwie blöd und da würde ich den Sepp hinten in der Technik bitten, das mal vielleicht zu überprüfen, ob da irgendwie eine Einstellung vielleicht irgendwie blöd ist oder wie wir das irgendwie ändern können. Und dann, Stichwort Kandidierendenliste. Ich werde nicht über Gendern oder Nicht-Gendern diskutieren, so steht sie in der GO, die ihr eben vorhin verabschiedet habt. Ich werde versuchen, mich daran zu halten, das so halt eben zu nennen. Kandidierendenliste. Gut, also ich bin soweit. Wir haben hier einen klassischen, durchsichtigen Lostopf. Da sind alle Namen drin, derer, die wir jetzt haben. Ich hoffe, dass Sie jetzt Lerion-Beamer sind. Sie sind auf jeden Fall weitergegeben worden an den Beamer-Tisch. Und die Reihenfolge losen wir jetzt aus. Das macht unsere bezaubernde Losferien. Natja. Vielen schön. Zuerst stellt sich vor Wolfgang Dudda. Dann stellt sich vor Florian-André Unterburger. Dann stellt sich vor Matthias Zehl. Als Viertes stellt sich vor Stefan Körner. Nummer 5 lebt Bodo Thiesen. Nummer 6 ist Franziska Jentsch. Oder Franziska? Was wird sie euch sagen? Und der Letzte ist Dennis Plagge. So, ich sage euch nochmal die Reihenfolge der Kandidierenden. Wolfgang Dudda, Florian-André Unterburger, Matthias Zehl, Stefan Körner, Bodo Thiesen, Franziska Jentsch und Dennis Plagge. Alle sieben Kandidatinnen und Kandidaten rufe ich dann hiermit schon mal auf, sich in der Nähe der Bühne aufzuhalten. Ich hatte ja eben schon gesagt, ihr könnt euch auch hier vorne hinsetzen. Und damit das mit der Vorstellung auch einigermaßen zeitig klappt. Wir machen jetzt kein langes Blabla mehr. Ich darf den Wolfgang Dudda auf die Bühne bitten. Bevor Wolfgang sich vorstellt, bitte ich euch alle nochmal Platz zu nehmen. Und bitte für einigermaßen Ruhe zu sorgen, damit der Kandidat hier auch eine vernünftige Gelegenheit hat, sich vorzustellen. Wolfgang, du hast drei Minuten Zeit für deine Vorstellung und die Zeit beginnt dann jetzt. Viel Spaß. Ja, guten Morgen. Ich bin Abgeordneter der Fraktion Schleswig-Holstein und habe mir die Frage gestellt, wie ich Politik machen soll, wenn meine Partei sich zerlegt. Wie ich die nächsten drei Jahre politisch überleben soll, glaubwürdig arbeiten soll, wenn ich keine Partei im Rücken habe. Das ist der Hauptgrund für meine Kandidatur und das ist auch ein Hauptgrund, dafür festzuhalten, dass ich nicht für ein Zurück nach 2006 oder 2009 stehe, weil das würde auch den Verrat unserer Wahlversprechen bedeuten für meine Fraktion, alle anderen Fraktionen und die 400 Kommunalpiraten. Trotzdem kann ich sehr viel anfangen mit dem Begriff beklemmende Netzpartei. Wenn gemeint ist, dass wir zu der Begegnungskultur, der Debattenkultur, zu dieser wunderbaren Demokratieform, die wir damals gepflegt haben, insbesondere 2009 zurückkehren wollen, da bin ich gerne dabei. Und in dem Sinne möchte ich gerne auch Kataschers Suite vom 19. Februar zitieren. Wer meine Partei kapern will, muss an mir vorbei und ich hoffe, der muss heute nicht nur an mir vorbei, sondern an euch allen. Diese Partei gehört keinem Flügel, sie darf keinem Flügel gehören und Flügelkämpfe sind dummes Zeug. Denn was wir tun müssen, ist was ganz anderes. Um ein Bild zu machen, wir können das beste, geilste, schnellste und hübscheste Auto der Welt zusammenschrauben. Was wir bei der Zeit tun, ist folgendes. Wir suchen dafür die rostigsten Nummernschilder und abgelaufene TÜV-Plaketten und das Ganze nennen wir Label. Das brauchen wir auch nicht und dafür stehe ich. Noch etwas, letztes Wort. Ihr seht um mich herum keine Fäden. Ich bin also nicht fremdgesteuert, ich bin auch keine Marionette, ich gehöre keiner Peer-Gruppe an. Ich bin ich und ich bin Pirat. Danke. Vielen Dank, Wolfgang Duda. Wolfgang, wenn du noch einmal zurückkommst, das habe ich gerade vergessen und gilt auch gleich für die anderen, für die weiteren Kandidaten, bitte bleibt so lange hier vorne stehen. Es kann ja zu einer Befragung kommen, damit ihr dann auch entsprechend antworten könnt. So, ich frage jetzt die Versammlung, ob ihr den Kandidaten Wolfgang Duda befragen möchtet und bitte einmal um entsprechendes Stimmkartenzeichen. Das ist eine Mehrheit für eine Befragung. Damit haben wir jetzt die Möglichkeit, in der ersten Runde fünf Fragen zu stellen. Wer Fragen stellen möchte, kommt bitte an das mittlere Mikrofon. Ich warte einen kleinen Moment, um zu sehen, wie viele Fragesteller gegebenenfalls fragen wollen. So, ich sehe auf jeden Fall jetzt schon mehr als fünf. Das heißt, wir werden eine Reihenfolge auslosen müssen, wer von den fünf fragen darf. Alter Schwede. Helft mir bitte einmal, wie viele Fragesteller stehen jetzt dort, damit ich das auch... Also, neun Leute. Ich werde jetzt folgendes machen. Ich habe hier eine Box, darin werde ich neun Zettel reinlegen, durchnummeriert mit eins bis neun. Eure Nummern sind jetzt von hier vorne eins, du bist eins und ganz hinten der Alios ist dann die Nummer neun. Ja, ich werde jetzt dementsprechend auslosen, wer von euch dann eine Frage stellen kann. Der Mike wird das dementsprechend nochmal kontrollieren, der steht auch mit dabei. Das sind wirklich neun, das hast du überprüft. Sehr gut, großartig. Wir können zählen. So, wir mischen jetzt gerade und so weiter und so fort. Also, ich werde jetzt direkt fünf Nummern hier rausziehen und dann stellen die fünf Leute, die ich jetzt quasi per Nummer dann hier herausfinde, sich dann in der entsprechenden Reihenfolge auf. Das ist einfach. Zuerst habe ich die Nummer eins gezogen. Du kannst also an Nummer eins so stehen bleiben. Der Monopol hilft da ein kleines bisschen. Zweiter Fragesteller ist die Nummer vier. Dritter Fragesteller ist die Nummer neun. Vierter Fragesteller ist die Nummer acht. Und ein fünfter Fragesteller ist die Nummer sieben. So, damit haben wir fünf Fragesteller. Ihr habt 30 Sekunden für eure Frage Zeit. Und, ähm, machst du die Zeit? So, die Zeit beginnt. Dein Mikrofon ist offen und bitte 30 Sekunden maximal. Welchen Stellenwert hat für dich das bedingungslose Grundeinkommen? Das bedingungslose Grundeinkommen hat für mich einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Wir haben es im ersten Ansatz in Chemnitz als Reset oder GP050 beschlossen. Das ist einer der wesentlichen zentralen Punkte des modernen Programms, das wir haben. Aber wir müssen das BGI natürlich auch unterfüttern, inhaltlich, genauso wie mit Zahlen. Vielen Dank, Wolfgang. Der zweite Fragesteller, bitteschön. Hallo, äh, könntest du ganz kurz die Vor- und Nachteile von Trennung von Amt und Mandat darstellen? Absolut. Das, was ich hier tue, schmeckt mir eigentlich gar nicht. Sollte eigentlich auch so gar nicht sein. Aber ich habe schon in Bremen überlegt zu kandidieren und, ähm, halte von der Trennung von Amt und Mandat gar nichts mehr, weil es Piraten ausschließlich befähigt sind und die es machen können. Es muss nicht alleine sein. Es gibt noch viele andere Fraktionäre, die es auch könnten. Davon halte ich gar nichts mehr. Okay, vielen Dank. Ähm, Fragestelle, ähm, Frage Nummer drei dann bitte. Als Schleswig-Holsteiner schätze ich dich, äh, und weiß, was du leistest. Kannst du mir darlegen, äh, wie du es schaffen willst, diese Doppelbelastung, die durch dieses Amt auf dich zukommen würde, wegzustecken und damit auch der Partei einen guten Dienst zu erweisen? Das muss ich machen wie jeder andere Pirat, der kein Fraktionsamt hat, nämlich auch neben meiner normalen Arbeitszeit. Das heißt, jeder, der bei uns ein Ehrenamt hat, ich kenne das auch von früher, der hat einen normalen 40-Stunden-Job, 40-Stunden-Woche und muss dabei auch noch Pirat sein. Das muss ich genauso machen. Allerdings habe ich durch mein Mandat das Privileg, meine Zeit völlig frei einteilen zu können und ich bin materiell völlig unabhängig. Wir kommen dann zu Frage Nummer vier. Mit welchen Themen und mit welchen Mitteln möchtest du die Aufmerksamkeit für die Piraten in der Öffentlichkeit wiederherstellen? Da habe ich das Credo, dass man Politik genauso platzieren wie machen muss. Das heißt, wir müssen das, wofür wir stehen, die tollen Inhalte, die wir reihenweise haben, wieder intelligent in die Öffentlichkeit tragen, durch Aktionen, durch Teilnahmen anrunden, durch Artikel. Es gibt da zahlreiche Möglichkeiten. Gleichzeitig müssen wir aber auch in der Sachpolitik überzeugen, auf der kommunalen wie auf der Landesebene. Und da können wir wieder auftreten. Und wenn wir das seriös tun, haben wir eine gute Chance. Und dann kommen wir zu Fragesteller Nummer fünf. Ausgeknobelt. Sorry, du warst jetzt nicht zu hören, Dirk. Wir haben einen ausgeknobelt, da der Alios zurückgezogen hat. Ah, okay. Wie willst du als 1V Aktionen wie Molligate und Bombagate verhindern? Verhindern kann man so etwas gar nicht. Man muss das nur hinterher sauber und schnell bearbeiten. Daniel, war es das? So, damit haben wir fünf Fragen durch. Ich darf die Versammlung dann fragen, ob ihr weitere Fragen stellen möchtet. Bitte einmal das entsprechende Kartenzeichen. Grün für Ja und Orange für Nein. Zeigt ihr mir bitte einmal nur die grünen Karten? Jetzt bitte einmal nur die Orangenkarten. Ich sehe eine leichte Mehrheit, die dagegen ist, eine weitere Befragung durchzuführen. Damit Wolfgang Gluda, vielen Dank. Danke. So, der nächste Kandidat ist Florian André Unterburger. Wo ist er? Da ist er. Hallo. Liebe Versammlung, wir sind hier heute zusammengekommen, weil es nicht mehr so weitergehen kann wie bisher. Ich bin Pirat geworden, weil ich die Chancen des Internets allen Menschen aufzeigen möchte, weil ich die Welt verändern will, weil wir die Partei der Zukunft sein können, die den Menschen, die Angst vor Überwachung, nein, die, sorry, Entschuldigung. Ich fange nochmal an. Wir sind heute hier zusammengekommen, weil es nicht mehr so weitergehen kann wie bisher. In den letzten Monaten habe ich so viel Hass, so viel Wut, so viele Verletzungen miterlebt, wie ich es niemals für möglich gehalten hätte. Ich bin Pirat geworden, weil ich den Menschen die Chancen des Internets zeigen möchte. Und wo stehen wir heute? Kein Lager kann diesen Kampf gewinnen, den wir führen. Wir streiten gegeneinander. Wir werden daran alle verlieren. Wir streiten gegeneinander. Wir kämpfen gegeneinander ohne Respekt. Wir freuen uns, wenn der andere austritt. So kann es nicht weitergehen. Wir brauchen diejenigen, die die Freiheit des Netzes verteidigen wollen, genauso wie wir diejenigen brauchen, die darüber hinausdenken wollen, die die Freiheit des Netzes auch nach außen tragen wollen, auf die gesamte Gesellschaft. Wir brauchen die Kernthemen, genauso wie wir die progressive Gesellschaftspolitik brauchen. Das gehört auch zusammen. Und diese Strömungen sind kein Widerspruch. Vielfalt ist unsere Stärke. Als Vorsitzender werde ich neue Brücken bauen zwischen den verschiedenen Strömungen. Denn nur gemeinsam können wir die Zukunftspartei sein, die es noch nicht gibt. Ich möchte, dass meine Kinder irgendwann sagen, zum Glück haben die Piraten in Halle das Ruder rumgerissen. Zum Glück haben die Piraten das Blatt gewendet, damals in Halle. Denn ohne uns Piraten würden sie nicht in einer Gesellschaft leben, die frei ist, die solidarisch und grenzenlos ist. Das ist unsere Vision. Wir ergreifen Partei für die Zukunft. Ich reiche allen meine Hand, die noch immer an dieses Projekt glauben. Kommt mit mir gemeinsam in die Zukunft. Vielen Dank, Florian-André Unterburger. Auch hier wieder das gleiche Prozedere. Ich frage euch hiermit, ob ihr den Kandidaten befragen wollt. Dann bitte einmal das grüne Kartenzeichen, wenn nicht das orange Kartenzeichen. Das ist eine Mehrheit für eine Befragung. Ich darf euch wieder bitten, zum mittleren Mikrofon zu gehen. Der Monopol ist, glaube ich, so nett und hilft mir wieder. Wir haben zehn Fragesteller. Wir haben zehn Fragesteller. Das heißt, wir werden jetzt wieder zehn Nummern hier reinschmeißen in den Lostopf. Ich werde die Reihenfolge dann wieder auslosen. Dann fangen wir an. Der erste Fragesteller ist die Nummer 10. Zweiter Fragesteller ist die Nummer 6. Dritter Fragesteller ist die Nummer 9. Vierter ist die Nummer 3. Und fünfter Fragesteller ist die Nummer 8. So, dann gleiches Prozedere wie eben. 30 Sekunden maximal für die Frage. Zwei Minuten maximal für die Antwort. Bitte schön, der erste Fragesteller. Ja, hallo, Florence. Meine Frage lautet, ist die Piratenpartei aus deiner Sicht eine progressive Partei? Und wenn ja, warum? Ich bin der Meinung, die Piraten können sich progressiv nennen. Das können sie. Der Begriff ist ein bisschen unklar. Viele verstehen darunter, beim Mammelgrillen oder beim Grillen wurde letztens gesagt, das hat ja irgendwas mit Linksaußen zu tun. Das sehe ich anders. Progressiv bedeutet, dass man dem Wandel positiv gegenübersteht, dass man Veränderungen bejaht, dass man positiv in die Zukunft guckt und dass man den Fortschritt, den technischen Fortschritt begrüßt und allen Menschen diesen technischen Fortschritt zum Wohle kommen lässt. Das ist das Wichtige. Dass man frei, oder man kann es ganz kurz auf einen Satz bringen, progressiv bedeutet, frei kann ein Mensch nur unter Gleichen sein. Okay, vielen Dank, Florian. Der zweite Fragesteller, bitte. Florian, du hast davon gesprochen, Brücken zu bauen. Du hast dich als integrative Person dargestellt. Wir haben jetzt in letzter Zeit erlebt, dass es einige Personen gibt, die über Grenzen schlagen, indem sie sehr diffamieren. A, siehst du das auch so? Und B, wie würdest du mit solchen Personen umgehen wollen als Vorstand? Also, Diffamierungen sind meiner Meinung nach absolut Fehl am Platz in der Partei. Das darf es nicht geben. Es gibt es leider, dagegen muss vorgegangen werden. Wir müssen gucken, wie wir dagegen vorgehen können. Der wichtigste Schritt erstmal insgesamt ist, wir müssen unsere Kommunikationskultur verändern. Die sorgt schon allein, die sorgt für den Nährboden, für solche Auswüchse. Aber, wenn jemand gewisse Grenzen überschreitet, müssen auch Sanktionen in Form von Ordnungsnachnahmen folgen. Okay, die dritte Frage, bitte. Wie siehst du bitte die Rolle der Piraten als Katalysator in der Gesellschaft und die Auswahl von Bündnispartnern, weil wir allein die Sachen nicht schaukeln können, und die Zusammenführung von anderen Bürgerinitiativen oder Piraten-ähnlichen Organisationen? Das ist eine sehr komplexe Frage. Also, die Piratenpartei sehe ich definitiv mit als Katalysator der digitalen Revolution, sozusagen. Wir müssen den technischen Wandel so gestalten, wie ich auch gerade schon gesagt habe. Der Fortschritt muss allen Menschen zugutekommen. Das ist ganz wichtig. Und dafür arbeiten wir mit den Parteien zusammen, die unsere Themen teilen. Das war ja immer die Ansage, und ich finde diese Ansage immer noch sehr gut. Und Bürgerinitiativen, Menschen, die sich zusammenfinden, um politische Ziele einzustehen, sind großartig. Und wir sollten die unterstützen, generell erstmal, aber natürlich auch gucken, was sind ihre Ziele. Aber grundsätzlich ist bürgerliches Engagement extrem wichtig und bedeutsam für die Gesellschaft. Okay, vielen Dank, Florian. Die vierte Frage, bitte. Hallo, Florian. Kannst du dir vorstellen, selbst an Mediation teilzunehmen und wirst du sie frühzeitig anderen im Streit Liegenden empfehlen? Ja, definitiv. Mediation ist eine wunderbare Möglichkeit, um Konflikte zu klären, die wir bislang in der Partei insgesamt viel zu wenig benutzen. Ich würde das forcieren, auch im Bundesvorstand, dass es so etwas öfter gibt. Aber wichtig ist auch, Mediation kann man niemandem aufzwingen. Es muss aus der Person kommen und man muss die Menschen auch ermutigen, einfach daran zu denken, ihnen Mut geben. Es ist ja auch immer ein Schritt, zu sagen, ich brauche Hilfe. Und diesen Schritt, diesen Mut, muss man ihnen auch zusprechen. Und der fünfte Fragesteller, bitte. Hallo, Florian, ich würde gerne von dir wissen, welche Erfahrungen oder Erkenntnisse du als Vorsitzender in Sachsen gemacht hast, die du auf Bundesebene dann als Vorsitzender anwenden würdest? In Sachsen haben wir, wie ich Landesvorsitzender wurde vor zwei Jahren, einen ziemlich zerstrittenen Verband gehabt, der viele Konflikte hatte, in vielerlei Hinsicht auch vergleichbar auf der großen Skala jetzt mit dem Bundesverband. Und das Wichtigste ist, um eine Befriedung wiederherzustellen, um Konflikte einzudämmen, dass man sich öfter persönlich trifft. Das muss unbedingt forciert werden. Wir müssen versuchen, mehr Präsenz treffen, durchzuführen, zu organisieren und so uns gegenseitig wieder in die Augen zu schauen. Denn dann gibt es soziale Kontrolle, dann schreit man sich zumindest mit einer viel geringeren Wahrscheinlichkeit nochmal an. Und das muss der erste Schritt sein. Am Ende muss man aber auch gewisse Grenzen ziehen bis zu Ordnungsausnahmen, wenn, und das haben wir in Sachsen auch gemacht, wenn jemand partout nicht sich, ja, menschlich, sozial verhalten möchte. Okay, danke Florian erstmal. Ich darf die Versammlung jetzt wieder fragen, ob ihr Florian weiter befragen wollt. Dann bitte ich euch einmal um das grüne Kartenzeichen, wenn ihr nicht weiter fragen wollt, um das orange Kartenzeichen. Das ist eine deutliche Mehrheit gegen eine weitere Befragung. Damit ist die Vorstellung von dir, Florian, ebenfalls erledigt. Wir kommen zum dritten Kandidaten. Das ist Matthias Zehe mit der Nummer 576. Ahoi. Mein Name ist Matthias Zehe. Ich bin Diplomhandelslehrer, 57 Jahre alt und selbstständig. Im Jahre 2012, 2013 war ich Kassenprüfer des Bundes und habe mich intensiv mit den Finanzen und den sich daraus ergebenen Strukturen auseinandergesetzt. Die in den Medien kolportierte Mitteilungen, die Piratenpartei sei pleite, war und ist falsch und hat zum Aufbau falscher Strukturen geführt. Die Finanzmittel sind nicht dorthin geflossen, wo sie benötigt wurden. Die schwachen Ergebnisse der Landtagswahlen Niedersachsen und Bayern als auch das Bundestagswahlergebnis waren auch die logische Folge von finanziellen Fehlplanungen. Das Geld lagerte und lagerte auf Festgeldkonten, anstatt es in politische Arbeit zu investieren. Das Jahr 2012, in dem wir angeblich pleite gehen sollten, also im Jahr vor der Bundestagswahl und den Wahlen in Niedersachsen und Bayern, wurde ein Überschuss von über 800.000 Euro erzielt. Bei ca. 800.000 Euro sonstigen Einnahmen aus der Parteienfinanzierung. Kein Problem der groben Fehleinschätzung ist erstens die interne Verteilung der Finanzmittel, die dazu führt, dass das Geld immer da ist, wo es gerade nicht benötigt wird, während andere Gliederungen leiden. Das führt zu Verschwendungen bei denen, die gerade im Überfluss leben und Absterben von Strukturen bei denen, die gerade Geld benötigen. Die Abschaffung des Finanzrates auf dem letzten Bundesparteitag war daher völlig kontraproduktiv und verschärft die Situation. Der zweite wichtige Grund für die Fehleinschätzung von Finanzmitteln liegt in einer 18 Monate rückständigen Buchführung und die damit verbundenen mangelnde Transparenz. Wo bitte ist der Bestand der Finanzmittel am 31.12.2013 ausgewiesen? Wie viele flüssige Mittel haben wir zurzeit? Wir haben Sage und könnten aktuelle Zahlen liefern. Die Buchhaltung des Bundes ist aktuell. Notwendig ist aber, dass auch alle anderen Gliederungen die Erlaubnis bekommen und befähigt werden, aktuelle Zahlen in Sage einzubuchen. Wie sollen bitte Vorstände irgendetwas planen, wenn sie im Dunkeln herumstochern? Dieses ist keine alleinige Aufgabe des Schatzmeisters, sondern eine Aufgabe des gesamten Bundesvorstandes und insbesondere des Vorsitzenden. Die Piratenpartei ist schuldenfrei, hat ihre Wahlkämpfe bezahlt und erhält in den nächsten Jahren nicht unerhebliche Mittel aus Parteienfinanzierung. Eine Partei braucht nicht nur Geld, sondern sie benötigt auch Mitglieder, die mitgestalten wollen. Nur Twitter-Politik funktioniert nicht. Aus diesem Grund ist es mein Vorschlag, die Mitglieder wieder stärker in die thematische Arbeit einzubinden. Thematische Arbeit verbindet, das habe ich bei dem Treffen der Wirtschaftspiraten, der Sozialpiraten oder vor 14 Tagen beim Arbeitskreis Wahlen in Frankfurt gesehen. Es mag völlig unterschiedliche Ansichten geben, aber thematische Real-Life-Treffen verbinden und sie fördern die Gemeinschaft. Persönlich möchte ich da regionale und bundesweite, themenspezifische Treffen und Parteitage fördern. Damit es funktioniert, müssen diese Arbeitskreise aber ernst genommen werden und wirklich mitgestalten können. Zurück zur Basis, zusammenarbeiten, Erfolge feiern. Vielen Dank. Danke schön für deine Vorstellung, Matthias. Gibt es Fragen an den... Ne, ich frage euch wieder erst, ob ihr den Kandidaten befragen wollt. Für Ja, das grüne Kartenzeichen. Für Nein, das orange Kartenzeichen. Das ist eine deutliche Mehrheit, die sich gegen eine Befragung des Kandidaten ausspricht. Matthias Zehe, vielen Dank für deine Vorstellung. Dann haben wir den nächsten Kandidaten. Das ist Ticket Nummer 577, Stefan Körner. Stefan, Stefan, bevor du anfängst, gib dir noch drei Sekunden zum Durchatmen. Dann, ein Hinweis schon mal an die Versammlung. Damit wir ein kleines bisschen Zeit sparen beim Fragestellen, darf ich euch einfach bitten, wenn ihr die Absicht habt, einem Kandidaten hier vorne eine Frage zu stellen, geht doch einfach während seiner Vorstellung schon mal langsam zum Mikrofon. Das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass die Versammlung entscheidet, dass wir nicht befragen wollen. Dann müsst ihr halt später wieder zurückgehen, aber das beschleunigt vielleicht ein klein wenig den Ablauf. Ansonsten, deine drei Minuten, lieber Stefan, beginnen jetzt. Ja, schönen guten Morgen. Bin ich zu hören? Ja. 2006 stand in der CT ein kleiner Artikel. In dem Artikel stand unter anderem ein Zitat. Und zwar stand da, im Zuge der digitalen Revolution sind die Würde und die Freiheit des Menschen in bisher unvorstellbarer Art und Weise gefährdet. Ich kandidiere für den Vorsitz der Piratenpartei, weil ich glaube, dass diese Partei das Wichtigste ist, was politisch in den letzten 20 Jahren in Deutschland passiert ist. Wir sind die Partei, die die Aufgabe hat, die digitale Revolution in die Politik zu bringen. Wir sind die Partei, die die Aufgabe hat, dafür zu sorgen, dass die digitale Welt in der Politik ankommt. Wir sind die Partei der Zukunft. Leider ist unser derzeitiger Zustand ein wenig desulat. Ernsthaft, 2009 zur Bundestagswahl haben uns fast eine Million Menschen gewählt, obwohl die meisten keine Ahnung davon hatten, wer diese Piraten überhaupt sind. 2014 zur Europawahl haben wir nicht einmal mehr halb so viele Stimmen bekommen. Ich glaube, wer in dem Zusammenhang sagt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, hat ziemlich eine Meise. Wenn wir eine Chance haben wollen, dann müssen wir diese Partei zurückführen zu Wahlerfolgen. Wir brauchen Erfolge, um in der Gesellschaft wieder wahrgenommen zu werden. Wir müssen wieder dafür sorgen, dass die Menschen wissen, wofür die Piraten stehen und wofür sie die Piraten wählen. Sollte ich gewählt werden, werde ich in den ersten 100 Tagen versuchen, zwei wichtige Punkte umzusetzen. Der erste Punkt ist, ich möchte eine Form eines Basisentscheids auf den Weg bekommen. Ich möchte wieder mehr Mitbestimmung in dieser Partei haben. Wir haben die Werkzeuge dazu und wir werden sie nutzen. Der zweite Punkt ist, ich will mehr Miteinander in dieser Partei haben. Wir werden eine GO des Bundesvorstands haben, die dafür sorgt, dass die Landesvorstände die Entscheidungen des Bundesvorstands kritisieren und im Zweifel auch mit einem Veto belegen können. Stefan, zum dritten Punkt wird es leider nicht mehr kommen. Ich habe das Mikrofon auch schon ausgeschaltet. Wir sind schon klein wenig drüber, ähnlich wie wir das gerade beim Kandidaten Matthias hatten. Ich gebe dir jetzt dennoch die Gelegenheit für einen letzten Satz, weil ich das unschön finde, die Rede einfach zu unterbrechen. Ich wollte das nur in Ruhe sagen und bitte ein letzter Satz. Wir müssen es schaffen, wieder miteinander Politik zu machen. Klar machen zum Ändern. Das waren zwei Sätze. Jetzt kommen wir vielleicht in eine Grammatikdiskussion. Möglicherweise waren das zwei Sätze. Okay. Ich sehe eine ganze Menge Leute, die Fragen stellen wollen. Ich frage jetzt aber zunächst die Versammlung, ob die Versammlung denn Fragen stellen möchte. Dann bitte das grüne Kartenzeichen. Wenn nein, das orange Kartenzeichen. Das ist eine deutliche Mehrheit für eine Befragung. Ich kann nicht so viel oder so weit zählen, aber irgendjemand kann das? 42! Dirk, ich habe dich übersehen. Wir haben 17 Fragende. So, wir haben 17 Fragesteller. Dann einen kleinen Augenblick bitte. Moment bitte. Es haben sich noch weitere Fragende eingefunden. Wir müssen erst noch mal zählen. Das muss beim nächsten Mal nicht so sein. Ihr wisst doch vorher, ob ihr den Stefan befragen wollt, Leute. So, ich sehe jetzt aber auch niemanden ansonsten mehr hinrennen. Damit ist das jetzt an der Stelle dann auch dicht, die Schlange. Und der Dirk sagt mir jetzt, wie viele Leute dann drauf sind. Wo ist denn mein Stift? Die zweite mögliche Anzahl bei Piraten. 23! So, wir haben nicht mit diesem immensen Andrang an Fragestellern gerechnet. Deswegen müssten wir gerade noch Zettelchen vorbereiten. Wir sind ja in der Technikpartei, deswegen losen wir das hier analog mit Papier und sowas aus. So, wir fangen an. Mit Fragesteller Nummer 10. Der zweite ist die Nummer 18. 18 hast du, Dirk? Dann die 22. Die 14. Und das ist einfach die Nummer 1. Also, ein Hinweis. Da stehen ja jetzt, wenn ich richtig gerechnet habe, noch 18 Leute, die nicht in Frage gekommen sind. Bleibt bitte so lange stehen, weil wir ja möglicherweise auch noch eine zweite, dritte, vierte, fünfte, was weiß ich nicht, wie viele Fragerunden noch machen können. Dann haben wir nicht ganz so viel Gerenne. In der Zwischenzeit machen wir mit der ersten Frage einfach weiter. Und bitte schön, dein Mikrofon ist offen. Ja, hallo. Ich bin der Dirk aus Duisburg. Wir hatten ja 2012 eine sehr erfolgreiche Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Dann hatten wir die nächste Landtagswahl in Niedersachsen mit einem ausgesprochen niederschmetternden Ergebnis. Während dieser Zeit, zwischen diesen beiden Wahlen, hatte ich keine Antifa-Flaggen gesehen. Das Wort Pirantifa hatte ich auch kein einziges Mal gehört. Und irgendwelche infantilen Nackedei-Aktionen sind mir auch nicht zu Ohren gekommen. Trotzdem sind wir abgestürzt. Die Frage ist, hast du eine Analyse, was in dieser Zeit passiert ist mit dieser Partei? Ich glaube, das größte Manko, das eine Partei haben kann, ist mangelnde Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, dass wir in der Vergangenheit immer wieder dafür gesorgt haben, dass wir in den Tagesthemen, wenn überhaupt, dann möglicherweise nur suboptimal vorkommen. Es hilft uns nichts, wenn die Nachricht der Piratenpartei in den Tagesthemen ist, dass wir für eine nachhaltige Besiedelung des Maß uns einsetzen. Das macht uns keine Wählerstimmen. Auch wenn ich den Antrag und den Beschluss witzig finde. Stefan, du hast gerade von Glaubwürdigkeit gesprochen. Wir haben hier starke Signale vernommen, dass der Vorstand auch durch die Glaubwürdigkeit lebt, wirklich gemeinsam die Piraten in die Zukunft führen zu wollen. Wie stellst du dir das vor, wenn du gleichzeitig den Ländern an Vetorecht einräumen möchtest, dass gewisse Strömungen Entscheidungen im Bundesvorstand blockieren können und wie willst du damit umgehen, wenn auf einmal einzelne Landesverbände innerhalb des Bufo dann einen Spalt rein treiben? Okay, lasst mich ganz kurz zwei Sätze dazu erzählen. Wir haben in Bayern die Parteienfinanzierung aufgeteilt und zwar ursprünglich so, dass 80% weitergegangen sind und 20% beim LV geblieben sind. Dann haben wir festgestellt, dass uns das Geld ausgeht und haben dann beschlossen, dass wir eine Charge einfach nicht aufteilen. Das gab in der Basis einen ziemlichen Shitstorm, nachvollziehbar. Hätten die Bezirke, also die darunterliegenden Gliederungen, die Möglichkeit gehabt, diesen Beschluss mit einem Veto zu belegen, hätten wir den Beschluss so nicht fassen können. Also hätten wir einen anderen Beschluss fassen müssen, der mehr Miteinander produziert. Und das ist das Ziel meines GO-Vorschlags. Okay, danke schön. Die dritte Frage dann, bitte. Meine Frage zielt in die Richtung, wie willst du mit Konfliktsituationen, die wir in dieser Partei hatten, aber auch zukünftig haben werden, umgehen unter dem Vorzeichen, dass du dich auf die Seite derjenigen gestellt hast, die mit ihrem Orga-Streik gezeigt haben, dass sie nicht demokratiefähig sind. Ich glaube, wir haben eine unterschiedliche Vorstellung davon, wie wichtig das Streikrecht in einer Demokratie ist. Und die vierte Frage. Du hast sehr positive Worte gesagt zu Gemeinsamkeit und dass wir den Wahlkampf stärken müssen, dass wir Wahlsiege einfahren wollen. Schöne Worte. Ich habe dich im Europawahlkampf anders erlebt. Ich habe dich als Spalter erlebt, was für mich sehr unangenehm war, denn ich war von der Basis demokratisch auf Platz drei dieser EU-Liste gewählt und habe dich wahrgenommen als Unterstützer der Kein-Handschlag-Bewegung, die einen Wahlkampferfolg aktiv verhindert hat. Wie standst du zu dieser Initiative, vielleicht habe ich das ja falsch mitbekommen, wenn du sie unterstützt hast, wie kannst du das vereinbaren mit deiner Rede vorhin? Und wenn du sie nicht unterstützt hast, was hast du aktiv dagegen getan? Ich kann verstehen, dass es demotivierend und ärgerlich ist, wenn man als Kandidat auf einer Liste steht und plötzlich mitbekommt, dass es Leute gibt, die sagen, dich oder euch unterstütze ich nicht. Aber es tut mir wirklich leid, es ist ein legitimes Recht der Mitglieder einer Partei, einfach für sich auch mal zu sagen, den Wahlkampf lasse ich aus. Und wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir in den letzten 24 Monaten unglaublich viel Wahlkampf gemacht. Und wenn der eine oder andere sagt, nee, danke, dann ist das auch okay. Und die nächste Frage, bitte, ja. In deiner Zeit als LAFU hast du auch Erfahrungen mit Basisbefragungen gemacht. Welche waren das und welche Erfahrungen, oder wie war die Rückmeldung aus der Basis zu denen? Wir haben in meiner Zeit als Landesvorsitzender im Prinzip zwei große Umfragen gemacht. Die eine war, weil wir wissen wollten, ob die bayerischen Piraten zum Thema BGE genauso ticken wie der Rest der Partei und wir haben festgestellt, dass dem so ist. Und die zweite Umfrage, die wir gemacht haben, war, wir wollten wissen, mit welchen Themen wir in den Landtagswahlkampf ziehen sollen. Die Ergebnisse dieser Umfrage wurden genutzt, um die Strategie für den Wahlkampf entsprechend zu machen. Funktioniert, geile Sache, so kann man Politik miteinander machen. So, vielen Dank. Das waren die ersten fünf Fragen. Ich darf euch wieder fragen, ob ihr weiter befragen wollt. Wenn ja, dann bitte das grüne Kartenzeichen, wenn nein, das orangene. Ich sehe zumindest, also in unserer Geschäftsordnung müsste eine klare oder deutliche Mehrheit für ein Ende der Befragung sein. Das sehe ich jetzt nicht. Das heißt, ich werde weitere fünf Fragen zulassen. Ja, Dirk? Wir haben noch 16 Fragesteller. Das ist gut. Ja, dann haben wir ja mindestens fünf, die noch Fragen stellen können. Dirk, können wir so weiter auslosen, wie es gerade war, oder schmeiße ich die ersten fünf wieder rein? Also habt ihr eine neue Reihenfolge von 1 bis 16? Bitte neu zählen. Das kriegen wir hin. Und ich würde auch bitten, bei diesem Verfahren dann zu bleiben, weil das hat jetzt auch ganz gut funktioniert. Wir haben das im Griff. Das werden wir so machen. So, in der Zwischenzeit ein Hinweis. Könnt ihr einen 17. Zettel dazu führen? Einen 17. Zettel kriegen wir auch hin, ja. Ein Hinweis, was die Einhaltung der Redezeit angeht. Wir haben die Redezeit relativ klar in unserer Geschäftsordnung definiert. Ich habe die mehrfach erläutert. Drei Minuten Vorstellung, 30 Sekunden Frage, zwei Minuten Antwort auf die Frage. Ihr seid diejenigen, die diese Geschäftsordnung ja mit abgestimmt haben. Das heißt, wir wollen uns natürlich an diese Redezeiten halten. Jetzt ist es immer lustig. Auf der einen Seite wird man dann eben kritisiert, wenn ich den Stefan bei seiner Vorstellung dann irgendwann auch unterbrochen habe, beziehungsweise ihm dann noch einen letzten Satz zugestanden habe. Und wird aber genauso gut kritisiert, wenn man bei 30, 33 Sekunden nicht sofort das Mikrofon abschaltet. Bitte überlasst es uns als Versammlungsleitung. Ich habe, ich persönlich, ich persönlich habe jetzt so mehrere Sitzungsleitungen im Landtag Nordrhein-Westfalen gehabt. Auch da brechen wir nicht sofort irgendwie, oder unterbrechen nicht sofort, dass den Satz, den man da gerade begonnen hat, oder den Inhalt, den man da gerade begonnen hat. Ich werde immer versuchen, dass der Satz, die Idee, die da gerade irgendwo hinter steht, zu Ende gebracht werden kann. Und dass das in einem vernünftigen Verhältnis stattfindet. Und vor allem, es wird da jeder gleich behandelt und keiner zu Unrecht. Und deswegen auch gerade beim Stefan so, dass er den letzten Satz noch nachschieben konnte. Und deswegen bin ich auch bei Anke nicht sofort eingeschritten, sondern habe gesehen, dass der Satz jetzt gleich beendet sein wird. Und dann hat sie vielleicht 35 Sekunden geredet. Ich bitte da um entsprechendes Vertrauen. Dankeschön. So, also, der Dirk möchte noch was sagen. Wir brauchen noch einen 18. Zettel. Und ich würde die Versammlungsleitung bitten, dann an irgendeinem Punkt, wenn ihr mit den Zetteln anfangt, zu sagen, jetzt ist Schlange Ende. Aber ich kann das hier nicht sagen. Das ist gut, vollkommen richtig. Ich habe übrigens einen merkwürdigen Hall jetzt. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwas am Ton verändert? Das ist komisch. Okay, dann lose ich aus. So, ich lose aus. Und wir fangen an mit der Nummer 14. 14. Dann geht es weiter mit der Nummer 16. Die Nummer 2. Die Nummer 6. Und die Nummer 17. So, gleiches Prozedere. Ihr kennt das. Bitteschön. Ja, hallo Stefan. Du bewirbst dich sozusagen aufs Top-Management unserer Partei. Letzte Woche wurde sozusagen der Audit-Bericht unserer Bücher, nämlich der Kassenprüfungsbericht, vorgelegt. Den hast du dir ja bestimmt schon angeguckt, um sozusagen zu wissen, welchen Laden du da übernimmst. Jetzt wäre meine Frage A. Was sind die Kommentare zu den Ergebnissen, die da drin sind? Was sind die Lessons learned für dich? Und was gedenkst du dann anders zu machen, um vielleicht diese Lessons learned irgendwie umzusetzen? Okay. Ja, ich habe den Bericht gesehen. Ich habe ihn durchgeblättert. Ich habe mir ein paar Punkte angeschaut und habe mich bei ein paar Zahlen tatsächlich gewundert, ob der Höhe. Ich bin allerdings noch nicht dazu gekommen, eine tatsächliche Analyse des Ganzen auszuarbeiten. Ich habe allerdings die Hoffnung, dass wir einen Vorstand zusammengewählt bekommen, der diese Aufgabe gemeinsam angeht. Okay, die nächste Frage, bitte schön. Hallo Stefan. Als Vertreter derer, die fast alles übers Internet machen, wie willst du die Leute, die uns auch wählen, mit ins Boot holen, die nicht so internetaffin sind? Also wir haben es jetzt im Kommunalwahlkampf gesehen, es wählen uns viele Leute, die mit Twitter und dergleichen überhaupt nicht in Berührung kommen. Die wählen uns deswegen, weil wir Leute vor Ort haben, die sie kennen und dergleichen. Und was dann natürlich torpediert wird teilweise, weil bei uns alles nur übers Internet läuft. Was hast du da für Ideen? Dankeschön. Okay, soweit ich weiß, haben wir als Piraten inzwischen etwa 450 Mandate. Diese 450 Mandate oder diese 450 Mandatsträger machen Politik. Und was wir dafür beitragen können, ist, ihnen den Rücken freizuhalten, indem wir aufhören, uns öffentlich zu zerfleischen. Vielen Dank, Stefan. Und der nächste Fragesteller, bitte. Möchtest du deinen dritten Punkt von der Eröffnungsrede jetzt fortführen? Danke, aber ich glaube, es wäre gut, wenn wir uns an die Regeln halten. Und die Regel war drei Minuten für die Vorstellungsrunde. Und auch für mich soll diese Regel gelten. Wir werden miteinander Politik machen. Vielen Dank, Stefan. Die nächste Frage, bitte. Ja, hallo, Stefan, mein Name ist Gernot Reipen, Sozialpirat AGBGE. Meine Frage an dich, welchen Stellenwert hat Sozialpolitik für dich innerhalb der Piratenpartei? Ich glaube, dass wir eine Partei der sozialen Gerechtigkeit sind. Wenn du die Mitglieder dieser Partei fragst, wie wichtig ihnen die soziale Gerechtigkeit ist, wirst du bei fast allen einen sehr hohen Wert dafür bekommen. Ich glaube aber auch, dass das nicht das Thema ist, mit dem die Piraten in der öffentlichen Wahrnehmung punkten können. Okay, es gibt dann jetzt die zehnte und erst mal letzte Frage. Bitte. Bitte. Wie siehst du das Problem des Einschleichens nationalistischer Tendenzen in der Gesellschaft, in Europa und auch vereinzelt in unserer Partei? Es gibt also die Möglichkeit, dass Leute gewählt werden, die nationalistische Tendenzen haben. Wir haben aber eine Gesellschaft, in der es nationale Minderheiten gibt, beispielsweise die Dänen, die Sorben, die sind anerkannt. Und darüber hinaus gibt es viele Nationalitäten, die deutsche Staatsbürger sind. Dankeschön. Zu diesem Thema, die beste Nachricht der letzten Tage nach meinem Gefühl war, dass die Rechtspopulisten es nicht geschafft haben, im Europaparlament eine Fraktion zu bilden. So, vielen Dank. Das waren die zehn Fragen jetzt, also die zweite Fragerunde. Ich darf euch wieder fragen, ob ihr weiter den Stefan Körner befragen wollt. Dann bitte das grüne Kartenzeichen. Wenn ihr die Befragung beenden wollt, das orange Kartenzeichen. Das ist eine deutliche Mehrheit für eine Beendigung dieser Fragerunde. Und damit darf ich dir, Stefan Körner, danken. Vielen Dank. So, eine kleine Durchsage einmal von mir. Bitte, oder ganz dringende Bitte, irgendwelche selbst erstellten Hotspots und was weiß ich nicht alles sofort auszuschalten. Das stört halt die sonstige WLAN-Technik der BPT-Orga und bereitet uns da ein bisschen Schwierigkeiten. Also bitte die Hotspots entsprechend ausschalten. Und ansonsten gibt es jetzt eine Durchsage vom Wahlleiter, der Michel. Hallo, Versammlung. Fällt mir ein bisschen schwer jetzt, aber okay. Wir wären nicht die Piraten, wenn wir nicht eine besondere Situation während unserer Wahlen immer hätten. Und deswegen muss ich euch jetzt mitteilen, dass wir einen Sonderfall bei der Kandidatenliste soeben haben. Und zwar hat der K-Bufo mit Zustellungsdatum heute Bodo Thiesen mitgeteilt, dass sie ihm für zwei Jahre die Fähigkeit, ein Parteiamt zu bekleiden, aberkennen. Die Juristen vom Dienst haben das gerade geprüft und sie sagen, dass Bodo zuzulassen ist zur Wahl, haben aber zurzeit noch keine Begründung. Damit das eventuell begründet werden kann noch und damit die Prüfung beendet werden kann, habe ich kraftamtes die Reihenfolge der Vorstellung geändert und habe Bodo Thiesen ans Ende der Vorstellungsliste gesetzt. Und wir fahren jetzt erstmal mit der Franziska Jentsch fort. Die Franziska hat darum gebeten, dass sie eine MP3-Datei abspielen darf während ihrer Vorstellung. Das habe ich nicht zugelassen, weil, und das möchte ich kurz begründen, dieser Wunsch wurde an mich herangetragen, als die Vorstellung der Kandidaten schon lief. Wenn dieser Wunsch vorher an mich herangetragen worden wäre, hätte ich allen Kandidaten die Möglichkeit eröffnen können. So möchte ich, dass der Gleichheitsgrundsatz gilt, alle haben die gleiche Chance. Also zur Not den Text der Datei oder was auch immer es ist vorlesen. Franziska, du hast das Wort. Okay, also nächste Kandidatin ist dann Franziska Jentsch. Ich möchte dich trotzdem der Form halber, Franziska, einmal fragen, ob das vom zeitlichen Ablauf für dich auch in Ordnung ist, weil du ja jetzt etwas früher sozusagen dran bist, aber du nix freundlich, das ist schön. Dann können wir weitermachen, ihr hört dann jetzt die Vorstellung von Franziska Jentsch. Wir ändern das bitte entsprechend noch auf den Beamer. Die Franziska hat die Nummer 581 und Franziska kann dann loslegen. Bitte schön. Liebe Parteigenossinnen, liebe Sitzpinklerinnen, liebe Stehpinklerinnen, ich habe mal den Bundesparteitag mit einem Festival verglichen. Das lag vor allem daran, dass mich die vorbeiziehenden Massen mit Mateflaschen an die Fusion erinnert haben. Just in diesem Moment findet die Fusion statt. Auf der Fusion gibt es für Sitzpinklerinnen, die Stehpinklerinnen werden wollen, die Fusioneller. Ich habe das natürlich ausprobiert und ein Kumpel hat mir die Psychologie des im Stehen Pinkelns erklärt. Tatsächlich konnte auch ich zunächst nicht, wenn jemand schaut. Letztendlich hat mir der Trick geholfen, der mir auch hilft, wenn ich sitzen nicht kann. Miss 10 zählen. Eins, zwei, drei. Ich schlage vor, dass wir das Konzept kapern. Statt dem russischen F könnte hier die Piratenflagge stehen und statt Fusioneller könnte dieses Device auch Pirateller heißen. Das Motto der Fusion ist Feiern in den Ruinen des Vorhergegangenen. Auf der Fusion machen Menschen gerade im Real Life Sachen, die in unserem Programm stehen. Und hier sitzen leider oft Menschen, die im Internet darüber diskutieren, wie die Welt sein sollte. Aber ihr Real Life wird überschattet vom fahlen Licht des mobilen Endgerätes. Letztendlich habe ich die Fusion auch mit dem Bundesparteitag verglichen, weil man sich trotz guter Absichten sowohl auf einem Festival als auch auf einem Parteitag unglaublich einsam fühlen kann. Man braucht Menschen, mit denen man feiern oder mit denen man politisch kann und die einem auffangen, wenn man abkackt. Man kann gar nicht mit all den Massen mit Mateflaschen Kontakt aufnehmen. Etwas auszuleben ist immer attraktiver als für etwas zu kämpfen. Und meiner Meinung nach sind Gamification, Maskerade, Remix, Parallelwelten erschaffen, die Methoden derer, die sich ihrer Schwächen bewusst sind. Dennoch, wenn ich auf einer Technoparty bin und nicht über Politik reden kann, dann langweil ich mich. Aber wenn ich auf einem Parteitag, sich zu viele Menschen hinter Bildschirmen verstecken, fröstelt es mich. Es gibt ein japanisches Sprichwort, das besagt, Visionen ohne Taten sind Tagträume. Taten ohne Visionen sind Albträume. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir Piraten wieder unsere Visionen vermitteln. Aber ich wünsche mir noch viel mehr, dass die, die so viel Energie in Parallelwelten stecken, auch mal die politische Arena betreten. Danke, jetzt wäre das Lied gekommen. Vielen Dank für die Vorstellung, Franziska. Ich sehe, dass sich wieder ein paar Fragesteller auf jeden Fall versammelt haben. Frage jedoch zuerst die Versammlung, ob wir den befragen wollen. Grün für Ja, Orange für Nein. Ich sehe eine Mehrheit, die gegen eine Befragung stimmt. Und damit ist deine Vorstellung erledigt. Danke, Franziska. So, dann kommen wir zum nächsten Kandidaten. Das ist Ticket 5595. Das ist Dennis Plage. Vorher möchte der Monopol noch ganz kurz was sagen. Ich hätte gern den Stefan Kornberger hier am Mikrofon, bitte. Okay. Dennis Plage ist da. Und haben wir auf dem Beamer. Hervorragend, dann beginnen deine drei Minuten. Bitte schön. Wo war ich stehen geblieben? In dieser Partei möchte ich mal eine Rede zu Ende bringen. Deshalb beginne ich mit den Worten an euch, die ich in Bremen nicht mehr sagen durfte. Dies ist ein Schicksalsparteitag. Ihr habt heute die Möglichkeit, einen Bundesvorstand zu wählen, der allgemeingültig und fair für alle Demokratie und Beteiligung gewährleistet. Ihr habt heute die Chance, einen Bundesvorstand zu wählen, der verhindert, dass einzelne Gruppen mit ihrer eigenen Agenda sich als die Piratenpartei darstellen können. Wir sind mal angetreten, eine bessere Demokratie zu ermöglichen. Wann fangen wir damit bei uns selbst an? Seit Bremen haben viele festgestellt, dass meine Worte leider wahr sind. Aber meine Partei ist endlich aufgewacht. Dennoch stehen sich unversöhnlich Gruppen gegenüber. Doch wie schafft man Frieden? Dies war nie ein Richtungsstreit, sondern einer um die Methoden der sogenannten Peergroup. Da ich weiß, dass es sonst niemand tut. Ich möchte mich bei allen Wählern entschuldigen, die an unsere Werte und Ziele geglaubt haben. Ich möchte mich bei allen Mitgliedern und Ex-Piraten entschuldigen, die Opfer dieser Methoden wurden. Und ich möchte mich bei all jenen für meine Fehler entschuldigen, die ich bei aller berechtigter Kritik begangen habe. Frieden diktiert man nicht, sondern man stellt sich den Fehlern der Vergangenheit. Ich trete an, weil ich Verantwortung mit übernehmen will. Aber ich möchte nicht mein Ego vor eine Lösung stellen und kandidiere deshalb nicht für den Vorsitz, sondern unterstütze Stefan Körner. Trotzdem könnt ihr mich als Stellvertreter wählen. Vielen Dank. Vielen Dank, Dennis Plagge. Zur Information an die Versammlung und auch zur Information an alle Kandidatinnen und Kandidaten, die heute noch kandidieren werden. Das genau, also der Rückzug auch der Kandidatur, ist für mich hier vorne dann auch der Moment, wo auch der Redebeitrag dann in dem Moment beendet ist. Also wenn Dennis Plagge jetzt nicht von sich aus gesagt hätte, dass er in dem Moment sein Wortbeitrag zu Ende war, hätte ich jetzt auch das Mikrofon ausgestellt. Nur damit ihr wisst, wie wir damit entsprechend umgehen werden. So, jetzt hätte ich gerne den Wahlleiter. Der Wahlleiter möchte auch. Das ist toll. Bitteschön. Ich mache gar nichts. Ah, ich mache es ganz kurz. Ich habe mich gerade vertan. Ich möchte mich bei der JVD entschuldigen. Es gibt natürlich eine Begründung von den Juristen vom Dienst, nämlich, dass die Ordnungsmaßnahme keine Begründung hat. So rum ist es richtig. Und deswegen ist Politisen trotzdem zugelassen und darf sich jetzt vorstellen. So, okay, dann rufe ich Bodo Thiesen auf. Da ist auch schon gleiche Verfahren wie bislang. Ihr dürft ans Mikro gehen schon mal, wenn ihr Fragen stellen wollt später. Ansonsten, Bodo, deine drei Minuten beginnen dann jetzt, bitteschön. Was ist Demokratie? Die meisten von euch denken jetzt, es ist ja einfach. Es ist Mehrheitentscheid. Einer meiner Lehrer pflegte uns Schülern zu sagen, die Demokratie lebt davon, dass Minderheiten untergebuttert werden. Ja, das ist die unmittelbare Konsequenz, wenn man Demokratie mit Mehrheitsentscheid gleichsetzt. Demokratie ist aber mehr als Mehrheitsentscheid. Und ich will das auch beweisen. Wäre Demokratie gleich Mehrheitsentscheid, dann wäre jede Wirtshausprügelei im Ergebnis eine demokratisch legitime Entscheidung. Denn auch dort gewinnt immer die Mehrheit. Für Demokratie brauchen wir also etwas ganz Wichtiges. Grundwerte. Wir Piraten haben einiger solcher Grundwerte. Zum Beispiel die Forderung von Transparenz politischer Entscheidungen. Unser selbsternannter kommissarischer Bundesvorstand hält davon nichts. Und entschied sich daher lieber im Geheimen zu tagen. Jede Kommunikation mit der Basis einzustellen und Beschlüsse unzureichend oder gleich gar nicht zu begründen. Haha. Wie wäre es mit einem anderen Grundwert? Themen statt Köpfe. Der Antrag ist gut? Dann nehme ich ihn an. Der Antrag ist schlecht? Dann lehne ich ihn ab. Der Antrag ist von der Idee her gut, aber handwerklich schlecht. Dann verbessere ich ihn halt und nehme ihn dann an. Mich interessiert nicht, wer ihn gestellt hat. 95 Prozent der Antragsteller kenne ich eh nicht. Einen ganz wichtigen Grundwert, den wir haben, findet sich auch auf den Plakaten wieder. Denk selbst. Das ist übrigens die Forderung der Aufklärung auf Piratisch. Was heißt eigentlich Aufklärung? Die Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Anleitung eines Dritten zu bedienen. Selbstverschuldet ist sie dann, wenn sie einzig aus der Faulheit heraus besteht, sich seines Verstandes ohne eine Anleitung eines Dritten zu bedienen. So, und wer fordert jetzt eine Wertedebatte? Richtig. Jene, denen diese Werte nicht in den Kram passen und sie zur Disposition stellen wollen. Wir brauchen aber keine Wertedebatte. Wir brauchen einen Vorstand, der sich mit unseren vorhandenen Werten identifiziert, sie respektiert und verteidigt. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Bodo Thiesen. Ich darf die Versammlung fragen, ob ihr den Kandidaten Bodo Thiesen befragen möchtet. Bitte einmal das grüne Kartenzeichen für Ja, orange für Nein. Ihr kennt das Verfahren offenbar. Die Mehrheit entscheidet sich gegen eine Befragung des Kandidaten. Damit ist die Vorstellung von Bodo Thiesen dann auch erledigt. So, die Wahlleitung bittet mich darum, die Versammlung für fünf Minuten zu unterbrechen. Das tue ich hiermit und wir machen dann weiter, ich mache sieben Minuten daraus und wir machen weiter um 13.40 Uhr. Ich bitte euch, dann pünktlich um 13.40 Uhr wieder hier zu sein, damit wir weitermachen können. Da oben drauf ist 13.37 Uhr. Ich wollte euch das nur sagen. So. Da beschweren sich Leute nur. Ich unterbreche die Unterbrechung oder so. Also wir machen weiter, soll das heißen. Und zwar, sobald ich den Mund leer habe. Ich durfte nicht essen. Ja, muss ich nicht. Irgendeiner hat gesagt, ey, die Schlange ist da hinten. Ich prangere übrigens. Die lassen den Wahlleiter nicht an der Essensausgabe vor. Das finde ich skandalös. Apropos Wahlleiter. Wie gehe ich essen, während die auszählen? Apropos Wahlleiter. Ich glaube, du willst bestimmt was sagen, Michel, oder? Dann hat der Wahlleiter das Wort. Ja, dass ich was sage, würde jetzt Sinn machen, nämlich um die Wahlmodalitäten zu erklären. Ich hoffe, dass noch ein paar Leute reinkommen. Stimmzettel, so ein Oranger, dieser Block, den könnt ihr weg tun. Den brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen Stimmzettel Nummer 1, so eine rosa Farbe auf dem anderen Block. Stimmzettel Nummer 1. Damit wählen wir jetzt den Schrägstrich die Vorsitzende im ersten Wahlgang. Das ist Wahlgang Nummer 1, Stimmzettel Nummer 1. Die Reihenfolge der Kandidaten, kriegen wir wahrscheinlich auf dem Beamer angezeigt, hoffe ich zumindest drauf, ist auf jeden Fall diejenige, wie gerade sich vorgestellt wurde. Also, die Nummer 1 ist Wolfgang Dudda, Nummer 2 Florian-André Unterburger, 3 Matthias Zehe, 4 Stefan Körner, 5 Franziska Jentsch, 6 Dennis Plagge, da sage ich gleich was zu, und 7 Bodo Thiesen. Da Dennis Plagge seinen Kandidaturverzicht erklärt hat, wer Dennis Plagge wählt, wählt ungültig. Ja, also die Stimme, nein, wählt nicht den ganzen Zettel ungültig, nicht falsch verstehen, diese Stimme, die zählt einfach nicht. Ja, also, erster Stimmzettel. Ihr wählt bitte die von euch ausgewählten Kandidaten und ihr markiert in den Feldern neben der Zahl eindeutig euren Willen. Wenn die Wahlhelfer euren Willen nicht erkennen können, müssen sie diesen Zettel zur Not aussortieren als ungültigen Stimmzettel. Wenn ihr etwas auf den Stimmzettel draufschreibt, ich rede jetzt etwas länger, weil das mache ich für die anderen Wahlgänge direkt mit, wenn ihr was auf den Stimmzettel draufschreibt, dann ist er ungültig. Wenn ihr die nummeriert, ist er ungültig. Wenn ihr ein Smiley malt, ist er ungültig. Bitte nur in den Feldern ein eindeutiges Zeichen machen bei den Kandidaten, die ihr wählen wollt. Macht ihr dabei einen Fehler und wollt euch korrigieren, dann schwärzt ihr dieses Feld komplett aus. Das ist für uns das Zeichen, dass diese Markierung nicht gilt. Merkt ihr, dass ihr beim Ausschwärzen einen Fehler gemacht habt und wollt die Kandidaten doch wählen, macht ihr neben dem Kästchen ein erneutes Kreuz, das eindeutig zeigt, doch, ich wollte diesen Kandidaten wählen. Wenn ihr eure Kandidaten angekreuzt habt, dann faltet ihr den Wahlzettel und das ist jetzt wichtig, bitte einmal und zwar nicht den kompletten Zettel, sondern so, dass man oben Stimmzettel Nummer 1 noch lesen kann und die Farbe sehen kann. Das ist für die Wahlleifer wichtig, weil nur ein Stimmzettel, auf dem die Stimmzettelnummer und die Farbe erkennbar ist, darf in die Urne. Ihr kennt das Prozedere, ihr geht dann mit eurem Stimmzettel, dem gefalteten und eurem Wahlzettel. Ja, sag ich gleich, kein Problem. Und eurem Wahlzettel und zwar brauchen wir den grünen, wir sind bei einer Akzeptanzwahl, den grünen Abstimmzettel hier. Stimmkarte heißt das, Entschuldigung. Die grüne Stimmkarte, euren gefalteten Stimmzettel und euer Bändchen, damit geht ihr zur Urne, gebt die Karte ab und lasst euch abkreuzen, dass ihr diesen Zettel in die Urne geworfen habt. So. Wichtig ist, das Bändchen ist bitte am Arm. Die Wahlhelfer werden keine Abgabe zulassen, wenn euer Bändchen nicht an eurem Arm ist. Also nichts mit Hosentasche rauszeigen und wieder reinstecken. Wichtig auch noch, wenn ihr geheim wählen wollt, haben wir da links und rechts am Rand jeweils drei Wahlkabinen. Da könnt ihr geheim eure Zettel markieren und dann geht ihr zu einer Urne eurer Wahl. Womit ich mir selbst ein Stichwort gebe, ihr dürft euch eure Urne frei aussuchen. Ihr müsst also nicht die nehmen, die direkt neben euch ist, wenn da gerade viele anstehen, verteilt euch bitte auf die Urnen, sodass es möglichst schnell geht. Noch etwas, die Urnen sind alle öffentlich, ihr könnt also alle gucken, was an den Urnen passiert. Will euch jemand daran hindern, meldet ihr das bitte. Die Wanderurnen sind offiziell anführlich. So. Jetzt noch zwei Dinge. Erstens. Wir haben zwei Wanderurnen. Einmal für den Pressebereich und die Akkreditierung. Und einmal für den Backstage-Bereich. Hinten Network Operation Control etc. Bla. Main Orga und Catering. Diese beiden Wanderurnen werden euch hier gleich genauso vorgestellt wie alle anderen auch. Und laufen dann einmal einen Weg ab durch diese ganzen durch Piraten besetzten Positionen und kommen dann wieder zurück hier in die Halle. Diese Wanderurnen habe ich mit drei Personen besetzt, die mit sechs Augen prüfen, dass mit dieser Urne auf dem Weg nichts passiert. Die Leute, die in den entsprechenden Räumen sind, haben auch nochmal den Hinweis, dass da Urnen kommen, dass da nicht manipuliert werden kann. Die werden auch offen und hoch getragen, dass sie da gesehen werden können. Ja. Darf ich einmal ganz kurz dazwischen, Michel? Bitte. Wir würden sehr gerne die Kandidatenliste aufs Beamer-Bild schmeißen. Ja. Geht aber gerade nicht. Da gibt es leider irgendwie ein technisches Problem. Ich brauche ja noch ein bisschen. Der Michel redet einfach noch ein bisschen. Wir werden uns irgendwie was einfallen lassen. Zur Not brauche ich gleich jemanden, der sich mit einem Zettel vor die Kamera stellt. Dann ist es in dem Stream quasi zu sehen, die Reihenfolge derer, die dann auf dem Wahlzettel stehen. Da brauche ich dann gleich jemanden, der sich freiwillig möglicherweise für Plan B zur Verfügung stellt. Sonst, genau. Also wir machen das ansonsten mit Plan B, wenn Plan A halt eben nicht funktioniert. So, Michel, du darfst weitermachen. Gut. Ein letztes habe ich noch, bevor wir das mit den Fragen machen. Wir hatten gerade wieder zwei Wahlhelfer, die uns verlustig gegangen sind. Und dafür haben wir zwei neue rekrutiert, die sich bitte einmal, nein, wir machen es so, alle Wahlhelfer zeigen jetzt bitte einmal auf. Die Personen, die jetzt die Hand heben, das sind die Wahlhelfer. Ich frage auch hier wieder, gibt es jemanden, der Einspruch, Widerspruch gegen jemanden dieser Personen hat? Das ist nicht der Fall. Alle, die jetzt aufgezeigt haben, ernenne ich dann formal zu Wahlhelfern. So, und wenn jetzt Fragen sind, dann fragt. Ansonsten erzähle ich noch eine Geschichte. Oder der Daniel sagt, ist alles gut. Nö, guck mal, da gibt es eine Frage offenbar am Fragenmikrofon. Das macht ja Sinn, wenn man eine Frage stellt. Also, du hast jetzt die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Ja, hallo. Da es noch keiner gemacht hat, würde ich gerne einen Geschäftsordnungsantrag stellen nach § 17i auf ein bestimmtes Abstimmungsverfahren. Und zwar auf die gewichtete Akzeptanzwahl. Ist das hier der richtige Form dafür? Das macht es, Kollege. Die Kollegen da vorne haben mich hierhin geschickt, deswegen bin ich hier. Die Frage beantworte ich dir mit, nein, das ist nicht der richtige Weg. Du musst das bitte als GO-Antrag im Front-Office einreichen. Okay, mache ich, danke. Der Harald hat auch eine Frage. Die ist da vorne irgendwo. Harald, bitte, Mikrofon ist offen. Du hast eben gesagt, die Leute sollen mit ihrem Bändchen kommen wegen der Nummer. Wo sollen die das Bändchen haben, in der Tasche oder wie? Das habe ich gesagt, bitte am Handgelenk tragen. Wer sein Bändchen in der Tasche hat, darf keinen Wahlzettel einschmeißen. Okay, ja, das machen wir. War das noch Michelle? Michelle? War das irgendwas Relevantes jetzt noch, was du vielleicht ins Mikro für alle sagen kannst? Oder war das nur, okay? Ja, wir sind bei der Reihenfolge noch dran. Ich sage noch eins kurz. Ja, ich sage sie noch mal. Kein Problem. Ich sage sie noch mal. Michelle? Ich habe noch eins ganz kurz. Die Akkreditierung wird nicht geschlossen. Da haben mich jetzt mehrere Leute darauf angesprochen. Das haben wir früher so gemacht. Die Akkreditierung läuft weiter, wenn es bis zum Ende des Wahlgangs jemand schafft, akkreditiert zu werden, noch zu einer Urne zu kommen, seinen Zettel ordentlich einzuschmeißen mit Bändchen. Dann ist das so. Dann hat er es geschafft zu wählen. Wir machen die Akkreditierung nicht zu. Eine Bitte. Liebe Anke, lieber Daniel. Wir können das ganz unaufgeregt machen. Wir machen das mit der Reihenfolge noch mal. Wir werden die Reihenfolge noch mal verlesen. Wir arbeiten an Plan B. Also, wir werdet jetzt gleich im Wahlgang die Möglichkeit haben, die Reihenfolge noch mal zu sehen. Aber die Bitte, wenn irgendwie solche Vorschläge sind, ganz ruhig, ganz gelassen können wir das hier vorne klären. Dafür haben wir hier ein paar nette Menschen im Frontoffice sitzen. Und dann kriegen wir das alles immer ganz, ganz schnell erledigt, ohne dass wir irgendwie aggressiv wirkend reinschreien müssen. Das ist immer so ein bisschen unangenehm. Man fühlt sich immer so, als würde man was falsch machen. Also, daher die herzliche Bitte, das so zu machen, wie gerade vorgeschlagen. Gut. Gibt es jetzt noch weitere Fragen an den Wahlleiter zum weiteren Prozedere? Das scheint nicht der Fall zu sein. Alles klar. Michelle, wie sieht es aus mit der... Andreas wollte was vorbereiten mit der Reihenfolge, damit wir das aufs Beamer-Bild kriegen können. Ich sehe den jetzt nicht, aber du kannst ihm funken. Michael Palm, Michael Palm, bitte zur Bühne. So, liebe Versammlung, ich darf euch wieder bitten, etwas leiser zu werden. Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag auf ein bestimmtes Wahl- oder Abstimmungsverfahren. Dieser Geschäftsordnungsantrag beantragt nach § 4 eine gewichtete Akzeptanzwahl durchzuführen. Der Antragsteller dieses Geschäftsordnungsantrags hat die Möglichkeit, seinen Antrag am Mikrofon zu begründen, falls er das tun möchte. Und es gibt eine formelle oder begründet, du möchtest sie gleich begründen. Erst hat der Antragsteller die Möglichkeit, seinen Antrag dann zu begründen. Wo ist denn der Antragsteller des GO-Antrags? Ich sehe nichts. Da hinten, du musst hier zum Mikrofon. Da hinten kann dich keiner hören. Oder möchtest du den nicht begründen? Okay. Du möchtest den GO-Antrag nicht begründen, dann gibt es aber eine begründete Gegenrede. Es gibt eine begründete Gegenrede vom Hans-Emmanuel. Die lasse ich jetzt auch zu. Die darfst du gerne am Mikrofon vortragen. Bitte schön. Wenn es eine Wahl gab, seit langer Zeit, wo wir keine komplizierten Tool-Debatten brauchen, dann ist das diese Wahl. Und wenn es eine Wahl gab, wo das vollkommen überflüssig ist, Dutzende von Sternchen zu verteilen, dann ist das diese Wahl, wo man klar sagen kann, ich will diese Person wählen als neuen Bundesvorsitzenden dieser Partei und darum beantrage ich, das abzulehnen und ganz klar für den zu stimmen, den ihr haben wollt, mit dem die Partei weitermachen soll. Vielen Dank. Ihr habt die Gegenrede gehört. Damit stimmen wir über diesen GO-Antrag ab. Wer ist dafür, diesen GO-Antrag anzunehmen? Das heißt, eine gewichtete Akzeptanzwahl durchzuführen, hebt das grüne Kartenzeichen, die anderen heben das orange Kartenzeichen. Und während ich noch laber, habt ihr längst entschieden, dass dieser GO-Antrag abgelehnt ist. Wir fahren also fort mit der ganz normalen Akzeptanzwahl. So, jetzt möchte ich noch mal den Andreas Graf bitten, noch mal diesen schönen Zettel. Ach nee, da steht es schon oben dran, habe ich gar nicht gesehen, hervorragend. Michel hat die Worte zur Wahl. Bitte. Ja, es passiert das, was ich befürchtet habe. Es kommen ganz viele Leute mit Fragen zu Dingen, die ich gerade erklärt habe. Ich mache es nur mal im Schnelldurchlauf. Wir machen Wahlgang Nummer 1. Wir machen nicht die gewichtete Akzeptanzwahl, wir benutzen also diesen rosa Stimmzettel Nummer 1, auf dem nur Stimmzettel Nummer 1 steht. Rosa. Das ist euer Stimmzettel. Die Reihenfolge steht jetzt da auf dem Beamer. Die brauche ich nicht vorlesen. Der Hinweis, wer bei Dennis Plagge ein Kreuz macht, das können wir machen, ist aber egal, wir werden es einfach nicht zählen. Diese Stimme, die gilt einfach nicht. Der hat seine Kandidatur zurückgezogen. Es bleibt aber in der Reihenfolge so, weil es alles so vorbereitet war, Nummer 7 bleibt dann Bodo Thiesen. Ihr nehmt den Zettel, wenn ihr eure Kreuze gemacht habt, wie ihr das macht, erklärt ihr es nicht noch mal, wenn, dann fragt bitte eure Wahlhelfer. Ihr faltet den Zettel so, dass man oben noch die Farbe erkennt und dass da noch Stimmzettel Nummer 1 steht. Einmal umklappen, Stimmzettel Nummer 1, reißt das Ding ab, schmeißt es in die Urne. Okay, dann bitte ich die BIMA-Leute, das jetzt zu berücksichtigen, was ich sage. Ja, jetzt kommt noch etwas. Bodo Thiesen hat seine Kandidatur gerade zurückgezogen. Also gilt für Bodo Thiesen das Gleiche wie für Dennis Plagge. Macht ihr da ein Kreuz? Schön, wir werden es einfach nicht mitzählen. Also noch mal, ihr faltet das Ding einmal oben, bitte die Farbe erkennbar lassen, Stimmzettel Nummer 1 erkennbar lassen. Ihr geht mit dem Ding zu eurer Urne, ihr habt das Bändchen am Arm nicht in der Hosentasche, auch das wurde ich gerade noch mal gefragt. Bitte am Arm, ihr geht mit eurem Bändchen und der grünen Stimmkarte zu eurer Urne. Die Urnen werden jetzt bitte einmal hochgehoben, und zwar, dass sie leer sind und dass da überall Wahlhelfer dran stehen. Das sieht man in einem. Da hinten sehe ich noch eine Urne, die nicht hochgehoben wird. Und da hinten sehe ich noch eine Urne, sehr gut, ihr seht, die Urnen sind leer. Ihr geht mit eurer grünen Stimmkarte, diesem Bändchen geht ihr zu eurer Urne, ihr bekommt abgekreuzt, dass euer Zettel eingeworfen wurde und dann könnt ihr euch wieder an einen Platz setzen oder essen oder was auch immer. Wenn es jetzt noch Fragen gibt, ist noch mal das Mikro offen. Ich sehe keinen zum Mikro rennen. Daniel? Ja. Da rennen noch Leute zum Mikro. Ich falte zum zehnten Mal meinen Zettel und wieder zurück. Ich nutze einfach die Zeit, während du noch auf Fragen wartest, falls noch Fragen kommen. Ihr seid sehr leise, ihr hört nicht richtig, was ich sage und möglicherweise ist das für irgendjemanden wichtig, denn wir haben einen Gewinner und zwar die Nummer 25104. Deine Wahlunterlagen liegen hier vorne bei uns im Frontoffice. Du kannst nicht wählen, wenn du die nicht vorher abholst. Das klingt, glaube ich, relativ einleuchtend. So. Dann gibt es noch eine Frage, bitte. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass wir mit Stimmzettel 1 rosa abstimmen, obwohl, nachdem ihr die Ergebnisse, äh, nachdem ihr die Kandidaten genannt habt, da noch mal jemand rausgedroppt ist? Das heißt, wenn Leute jetzt zum Beispiel Nummer 7 angekreuzt haben, jetzt auf einmal ungültig wählen, obwohl es nach der ersten Erklärung gültig war? Nein, ihr wählt nicht ungültig, sondern die Stimme für den Kandidaten Nummer 7 wird einfach nicht gezählt. Okay, danke. Gut, nachdem ich von meinen Bereichsleitern das okay habe... Michelle, gibst du mir noch mal eine Sekunde ganz kurz. Weil möglicherweise wollen noch mehr wählen und können nicht wählen und suchen verzweifelt ihre Wahlunterlagen. Ich habe noch einmal ein komplettes Set, die 25 316. Kann ich auch noch mal eine Frage loswerden? Ja, aber doch nicht während ich rede. Das macht doch keinen Sinn. Okay, warte einen kleinen Moment, dann darfst du eine Frage loswerden. Also, Nummer 25 316, deine kompletten Wahlunterlagen liegen hier. Die Nummer 26089, dein Stimmzettelblock liegt hier. Auch du wirst nicht wählen können ohne diesen Stimmzettelblock. Und dann haben wir noch zwei Stimmkarten. Auch du wirst nicht wählen können ohne diese Karten, die 26 115. Also, holt euch die Unterlagen bitte hier im Frontoffice ab und dann könnt ihr auch an dem Wahlgang teilnehmen. Bevor Michelle jetzt die Wahl eröffnet, werde ich... Nee, du hast noch eine Frage. Das machen wir erst mal jetzt so. Bitte schön. Dankeschön. Nur weil es unterschiedliche Aussagen gibt. Jeder nur ein Kreuz oder jeden Kandidaten, den man gerne mag? Es gibt unterschiedliche Aussagen. Wir können es ja noch mal für alle klären. Okay. Ist ja nicht schlimm. Mag ja Leute geben, die das Wahlverfahren noch nicht kennen. Tatsächlich, ich habe es nicht erklärt. Das ist ein Fehler von mir. Tut mir leid. Das ist eine Akzeptanzwahl. Ihr macht bei jedem Kandidaten ein Kreuz, den ihr als Vorsitzenden akzeptiert. Ihr könnt bei jedem Kandidaten ein Kreuz machen. Ihr könnt auch kein Kreuz machen. Völlig euch überlassen. Super. Danke. Okay. Es scheint keine weiteren Fragen mehr zu geben. Bevor Michelle den Wahlgang eröffnet, gebe ich die Versammlungsleitung an die Claudia ab. Die wird euch dann nachher belustigen und ich dann irgendwann später wieder. Und ansonsten wählt weise. Michelle, bitte schön. Okay. Ein letztes für diejenigen. Nein, ich bin gerade darum gebeten worden, noch mal zu sagen. Gewählt ist derjenige, der über 50 Prozent hat. Das steht so in unserer GO. Jetzt wisst ihr es. So. Da ich keine Fragen mehr habe, alles erklärt habe, meiner Meinung nach, über den Funk ja auch nichts mehr reinkommt, was ich irgendwie verpasst haben könnte, eröffne ich dann jetzt den Wahlgang Nummer 1 zum Vorsitzenden der Piratenpartei Deutschland. Viel Spaß. Und zur Vorsitzenden natürlich. Mist. Ich darf noch einmal kurz sagen, bitte verteilt euch auf die Urnen. Hinten sind Urnen, die haben gar nichts zu tun. Hier sind riesige Schlangen. Ihr dürft wählen, wo ihr wollt. Verteilt euch ein bisschen auf die Urnen, guckt euch um, wo es leer ist. Ihr müsst nicht in der Schlange stehen. Es sei denn, ihr mögt das. Also, ich sage noch einmal durch, wir haben da hinten außen, die Urnen sind beide relativ frei. Vielleicht, wenn die hier aus dem Mittelgang einfach darüber gehen, das ist die erste Völkerwanderung, dann sieht da hinten die Urne mittig, die ist relativ frei, da steht niemand an. Wenn einfach die hier aus der Mitte da hinten an die Urne gehen würden und ansonsten löst es sich ja langsam auf. Hallo, kann bitte KUX links zur Bühne kommen? Es war von der Technik eine Anfrage. KUX, wer auch immer das sein mag, bitte da links zur Bühne. Also, von euch aus rechts. Da sich die Urnen langsam geleert haben, mache ich jetzt einen vorletzten Wahlaufruf. Wer wählen will, geht bitte jetzt zur Urne. Ihr habt lang genug gewartet, die Urnen sind frei. So, ihr habt noch ein bisschen Zeit, weil die Wanderurne hinten braucht noch ein bisschen, da sind gerade viele Leute aus der Orga Mittagessen gegangen, aber für euch jetzt hier in der Halle der letzte Wahlaufruf. Ihr habt noch ein bisschen Zeit, aber wenn ihr noch nicht gewählt habt, dann macht das bitte jetzt. So, ich sehe meine Wanderunnen, sie sind wieder da. Ich entscheide jetzt, ihr hattet genug Zeit zu wählen und schließe diesen Wahlgang. Ab jetzt darf kein Wahlzettel mehr in eine Urne geworfen werden und ich bitte die Wahlhelfer darum, wie besprochen jetzt auszuzählen. Noch ein Hinweis, damit es alle mitbekommen haben, auch diejenigen, die es beobachten, die Kandidaten, die zählen wir nicht mit aus. Damit sparen auch die Wahlhelfer Zeit. Die holen wir dann wieder rein. Danke. Also in den Auszählpausen machen wir jetzt einige Redeslots. Die Caro wird euch da drauf einstimmen. Dankeschön. Hi. Das ist quasi das letzte Mal, das ist jetzt so, ich spreche hier. Einige von euch werden vielleicht gelesen haben, das haben wir auf dem Vorstandsportal veröffentlicht. Wir haben ein bisschen Rahmenprogramm vor für den AWPT. Das ist zum einen, dass wir euch ein Bällebad hingestellt haben, gewissermaßen, dass wir ein Mediatorenteam haben. Das heißt, wenn ihr also den Bedarf habt, Gespräche zu führen mit Leuten, wo ihr denkt, naja, hm, könnte ein bisschen problematisch werden oder wenn ihr Leute sprechen wollt, die ihr vielleicht nicht kennt, hilft euch das Mediatorenteam. Dieses Team erkennt ihr an den gelben Badges mit grünem Namensschildchen. Stehen in einem Wohnmobil draußen vor der Halle oder sind hier irgendwo unterwegs? Was wir noch geplant haben, das habt ihr dann auch gelesen, denke ich, hoffe ich, dass wir jetzt hier ein paar Redeslots und ein paar Vorträge halten lassen. Diese Vorträge haben quasi das Ziel, euch ein paar Ideen zu liefern, wie wir so einige Probleme, vor denen wir aktuell noch stehen, angehen können. Einige von den Slots drehen sich um Online-Entscheidungsfindungstools, also SMV, BO, Online-Parteitag, wie hier zum Beispiel in Schweden gemacht wird und andere Redeslots drehen sich dann um Kommunikationskonzepts, so Außenkommunikation, das macht dann ein Pirat aus der Schweiz. Diese Vorträge sind wie gesagt nur dazu da, dass ihr euch ein paar Ideen und ein bisschen Input liefern und die werden auch im Anschluss an diesen Parteitag, so in ein, zwei, drei Wochen, dann jeweils noch Folgetermine dazu, Mumble anbieten, wo dann nochmal mehr Ideen gesammelt werden können, wo Fragen gestellt werden können, wo das Ganze dann noch ein bisschen fortgesetzt werden kann. Also, lasst euch inspirieren, ihr könnt gerne dann auch Fragen stellen zu den jeweiligen Systemen, die vorgestellt werden, zu den Konzepten, die vorgestellt werden. Nehmt ein paar Ideen einfach mit und dann können wir dann nach dem BPT damit weiterarbeiten. Danke. Also, es gibt noch einen kurzen Interrupt vom Wahlleiter. Bitte zuhören, vor allem die Kandidaten. Ja, vor allen Dingen für die Kandidaten gilt Folgendes. Ich mache jetzt für alle weiteren Wahlgänge die Kandidatenlisten auf. Ihr könnt euch also jetzt für ungefähr so eine halbe Stunde hier unten am Frontoffice melden mit euren Zetteln. Viele haben das auch schon getan. Wenn ich so in etwa einer halben Stunde das Ding dicht mache, ist es dicht. Also, meldet euch bitte, damit wir jetzt schon besser planen können und jetzt schon planen können, wer kandidiert. Noch einmal, Kandidatenlisten mit Unterstützungsunterschriften etwa eine halbe Stunde unten am Frontoffice. Ich habe einen ganz kurzen Personensuchruf. An einer Urne wurde aus Versehen bei der allerersten Stimmabgabe statt der 1 die 17 auf der Karte angekreuzt, auf der Stimmkarte. Diese Person, die bei der 17 das Kreuz hat, möge sich bitte einmal vorne bei der Wahlleitung melden. Das ist da, links von der Bühne, wo die vielen Menschen gerade anstehen. Danke. So, also, noch ganz kurz zur Klarstellung. Es sind jetzt alle Kandidatenlisten im Moment eröffnet für alle Ämter, auch die optionalen Ämter, die noch zu wählen wären. Die bleiben jetzt offen, bis Michelle sie schließt. In der Zwischenzeit, während die Auszählung noch läuft, machen wir jetzt einen Redeslot. Ich übergebe das Wort jetzt an Sebastian, der die SDMV vorstellt. Ja, hallo zusammen. Ich wurde gebeten, einen kleinen Statusbericht aus Rheinland-Pfalz abzugeben. Dort haben wir ja eine dezentrale Mitgliederversammlung beschlossen, die wir SDMV getauft haben. Extra nicht SMV, dass es eine Verwechslung gibt, weil das eben ein Urnenverfahren ist, kein Online-Verfahren. und genau. Also erstmal möchte ich erzählen, wie das Ganze funktioniert. Das ist eigentlich eine relativ bekannte Sache. Wir haben uns an bekannten Methoden orientiert, die eigentlich jeder Pirat kennt. Wir haben eine Antragsfabrik im Wiki, da werden Antragsentwürfe eingestellt. Diese Antragsentwürfe können dann diskutiert werden, können Verbesserungsvorschläge gemacht werden, können natürlich auch schon mal im Vorfeld austariert werden. Hat der Antrag vielleicht Aussicht auf Erfolg oder nicht? Dann kann man Anpassungen machen, man kann Gegenentwürfe dazu entwerfen und so weiter und so fort. Und die Diskussionen dazu kann man über eine Mailingliste verfolgen. Wir haben uns extra für eine Mailingliste entschieden, um da eben nicht wieder irgendein zusätzliches Tool zu haben, in das man sich erstmal einarbeiten muss, sondern Mailinglisten kennt jeder von uns. Die Mailingliste ist mit dem Forum synchronisiert, das heißt, wer das gerne ein bisschen geordneter haben möchte, kann sich da auch entsprechend leichter einfinden. Jetzt ist schon zu weit gegangen. Genau, danke. So, und am Ende, wenn man dann sagt, okay, genug diskutiert, ich möchte den Antrag einreichen, dann schickt man den einfach wie gewohnt an den Vorstand und dann wird er zur SDMV zur Abstimmung gestellt. Wir haben eine kleine Einschränkung bislang, es dürfen nur Wahlprogrammanträge und sonstige Anträge abgestimmt werden, alles andere bleibt der LMV, also der Landesmitgliederversammlung vorbehalten, also Personenwahlen und so weiter bleiben da, werden nicht darüber abgestimmt. So, jetzt ist die Frage, wer darf daran teilnehmen? Es ist ein Parteitag für den Landesverband des Rheinland-Pfalz, dementsprechend dürfen natürlich nur Mitglieder aus dem Landesverband teilnehmen. Sie müssen ihre Mitgliederbeiträge bezahlt haben, so wie man das ja logischerweise kennt. Man muss sich persönlich akkreditieren, so wie es jetzt beim BO auch war, also ich muss da möglichst mit Ausweis oder mit persönlichem Kennen einfach beim Landesgeneralsekretär oder bei einem Kreisgeneralsekretär vorbeischauen und da bekomme ich dann eine Akkreditierungskarte ausgestellt, wie auf einem normalen Parteitag auch. Da steht eine Nummer drauf, über die bin ich dann eben pseudonym, sodass keiner Angst haben muss, dass er bei der Abstimmung irgendwie seine persönlichen Daten vorzeigen muss oder den Ausweis und ich muss mich auf eine konkrete Urne festlegen, an der ich dann an dem Tag auch abstimmen will. Das heißt, ich kann nicht einfach an jeder Urne in Rheinland-Pfalz abstimmen, sondern ich muss mir eine aussuchen, aber das kann man auch noch mal bis zu drei Tage vor wechseln. Also ich muss mich jetzt nicht einmal festlegen für den Rest der Zeit, sondern eben, man ist da flexibel. Damit man sich an Urnen anmelden kann, muss man natürlich auch welche gründen. Das funktioniert, also war am Anfang ein bisschen hölzern, man musste so eine Gründungsveranstaltung eben machen, war schon fast so wie eine Kreisabandsgründung, ein bisschen weniger formal vor, aber im Endeffekt muss es halt eine Präsenzveranstaltung sein. Das haben wir jetzt beim letzten Mal geändert. Man kann also einfach über Antrag an die Abstimmungsleitung mit drei Leuten, kann man eine Urne gründen und sobald fünf Piraten da akkreditiert, angemeldet sind für die Urne insgesamt, also inklusive der Helfer, ist diese Urne dann eben auch zur Abstimmung freigegeben. Derzeit haben wir neun Urnen in ganz Rheinland-Pfalz und kann man bitte nächste Folie machen? Danke. Okay, da sind jetzt die Farben ein bisschen hässlich. Ihr seht hier eine Karte von Rheinland-Pfalz. Die jetzt hier blauen Gebiete sind quasi die, wo eine Urnenabdeckung vorhanden ist. Also wir haben mal eine Lime-Survey-Umfrage gemacht, liebe Leute, wie weit wärt ihr denn bereit, zu so einer Urne zu fahren? Und da haben so im Mittel hat sich ergeben, 25 Kilometer in 30 Minuten ist so die Schmerzgrenze. Und das habe ich einfach mal hier in der Karte eingezeichnet, also rund um die Urnen, die blauen Gebiete erfüllen diese beiden Kriterien, die hier violetten oder magentafarbenen Felder, eins der beiden Kriterien und das, was rot ist, erfüllt keins der beiden Kriterien. Da sieht man eben auch schon ein leider vorhandenes Problem bei der SDMV. Dort, wo eben nicht genug Piraten zusammenkommen, hat man immer noch sehr große Flächen, wo man eben eine Urne nicht in der Reichweite hat. Das war von Anfang an klar, dass es passieren würde. Wir haben gerade in den roten Bereichen eben nicht sonderlich viele Aktive und von diesen Aktiven wollen auch nicht unbedingt alle sich die Urne ans Bein binden. Das heißt, hier muss man einfach damit leben in den Bereichen, dass es eben keine Urne in der Nähe gibt. Bleiben nur zwei Möglichkeiten, entweder selbst eine gründen oder für genug Aktivität in der Region sorgen, durch Stammtische oder so was, dass man in absehbarer Zeit eine bekommt. Wie sieht es aus mit der konkreten Abstimmung? Also es gibt eine Abstimmungsleitung, die besteht aus dem politischen Geschäftsführer und dem Generalsekretär und eventuell noch Beauftragten. Also derzeit haben wir noch einen Beauftragten, der uns da unterstützen möchte. die schicken am Tag davor vor der Abstimmung, also die legen erst mal einen Abstimmungstag fest. Die sagen also beispielsweise am 25. Oktober um 18 Uhr soll der Urnenschluss sein. Jetzt ist vorgegeben, dass die Urne mindestens zwei Stunden offen sein muss. Das heißt, damit ist auch der Start der Abstimmung mindestens vorgegeben. Wenn ihr Urnenhelfer habt, die sehr geduldig sind, können die natürlich die Urne auch länger aufmachen, also so lange, wie sie Durchhaltevermögen haben. Wenn sie sich abwechseln, können sie vielleicht sogar mehrere Tage am Stück die Urne offen halten, aber in der Regel ist es zwei Stunden der Abstimmungszeitraum. An jeder Urne liegt eine akkreditierte Liste aus und die weist eben nach, welche Piraten, also welche Akkreditierungsnummern an dem Tag an der Urne abstimmen dürfen. Das heißt, es ist gewährleistet, dass jeder Pirat wirklich nur einmal abstimmen darf, bei gleichzeitiger Anonymität oder Pseudonymität besser gesagt. Die Stimmkarte, die man bekommen hat, ist also nur der Ausweis und berechtigt euch da eben abzustimmen, aber wenn eure Nummer nicht auf der akkreditierten Liste draufsteht, dürft ihr trotzdem nicht abstimmen. Das heißt, da muss man vorher natürlich gucken, dass man sich ordentlich angemeldet hat. Jetzt ist schon zu weit. Danke. Eine Urne ist gültig, wenn fünf Teilnehmer ihren Zettel eingeworfen haben. Wir hatten leider schon Fälle, wo das nicht erreicht wurde. Das ist natürlich ärgerlich, aber wir wollen natürlich gewährleisten, dass die Abstimmung geheim bleibt. Und wir haben einfach im Landesverband gesagt, alles unter fünf Leuten ist dann eben nicht mehr geheim, weil man sich ausrechnen kann, wer wie abgestimmt hat. Die Vorteile der Urnen sind weiterhin ganz klar. Man muss kein Informatiker sein, um das Auszählverfahren zu verstehen. Man muss nicht irgendwelchen Programmen vertrauen, sondern die Urne ist halt wirklich am transparentsten. Hat natürlich den Nachteil, dass man hinfahren muss. Man kann eben nicht online abstimmen. Aber wie gesagt, das ist halt in Rheinland-Pfalz auch gar nicht Konsens gewesen, dass man online abstimmen möchte. Also es gibt es ja immer noch einige Leute, die sagen, ich möchte auf jeden Fall online abstimmen. Aber wir haben einfach der Kritik an Online-Abstimmungen Rechnung getragen, haben gesagt, na gut, dann machen wir es jetzt erstmal über Urne. Besser, als dass man eben gar nicht dezentral abstimmen kann. Ja, dann bitte nächste Folie. Es gibt ein paar Fristen. Also die SDNV-Abstimmungen sollen alle zwei bis sechs Monate abgehalten werden. Am Anfang haben wir das auch im Zweimonatsrhythmus gemacht, viermal insgesamt. Dadurch haben wir ein kleines Luxusproblem bekommen. Wir sind antragsstaufrei. Heißt natürlich auch, dass wir jetzt so lange keine Abstimmungen machen werden, solange es keine Anträge gibt. Also wir warten, dass wieder neuer Input kommt. Im Laufe der ganzen Wahlkämpfe war das natürlich so, dass da relativ wenig an der Programmatik gearbeitet wurde. Deswegen müssen wir jetzt schauen, jetzt wo die Wahlkämpfe rum sind, ob da wieder mehr Leben reinkommt. Zeitfenster hatte ich schon gesagt. Die Einladungsfrist muss vier Wochen im Voraus sein. Das heißt, jeder hat wirklich mehr als genug Zeit zu sagen, ich lese mir die Anträge in Ruhe durch. Ich kommentiere sie, ich hinterfrage sie, ich kann darüber diskutieren und dann eben auch abstimmen. Also nicht, wie es hier teilweise auf dem Parteitag ist. Ich hocke mich hin, es ist nach dem Motto, oh, Überraschung, da gibt es einen Antrag, habe ich nicht gelesen, ich stimme mal darüber ab. Das gibt es da einfach nicht. Hat natürlich den Nachteil, dass man jetzt nicht tagesaktuell abstimmen kann, aber das war bei der SCMV auch explizit gar nicht das Ziel. Genau, die Abstimmungsauszählung ist unmittelbar nach der Abstimmung. Das heißt, da gibt es nicht solche Geschichten, wie teilweise bei Kommunalwahlen, die Urnen landen nochmal irgendwo im Keller vom Rathaus, sondern die werden unmittelbar nach der Abstimmung ausgezählt, dass auch hier Transparenz herrscht. Und die Ergebnisse werden auch unmittelbar danach veröffentlicht, sobald die Urnenprotokolle bei mir erst im Fall der Abstimmungsleitung vorliegen. Also das in der Regel noch am selben Abend oder am nächsten Morgen dann. Ich mache da meistens Nachtschicht, damit die Ergebnisse möglichst schnell vorliegen. Ja, bitte nächste Folie. Zur Chronologie, also bevor wir die eingeführt haben, haben wir erst einen kleinen Probelauf gemacht, um zu gucken, ob das auch alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Daraufhin haben wir es auch geschafft, es auf einem Parteitag in die Satzung direkt zu übernehmen, um die Abstimmung verbindlich zu machen. Am 26.1. wurde das Ganze dann eben mitsamt der GO auch eingeführt. Drei Monate später kam die erste Abstimmung, war relativ zügig dann. Seither haben wir ein paar Änderungen beschlossen, um die Erfahrungen, die wir gemacht haben, bei diesen Abstimmungen eben einzuarbeiten. Diese Änderungshistorie kann man sich im Wiki bei der GO und bei der Satzung anschauen. Also wer der Interesse daran hat, wie wir das gemacht haben, kann das gut dokumentiert nachvollziehen. Wir haben derzeit in Rheinland-Pfalz, also die letzte Abstimmung war im Dezember. Im Januar waren dann natürlich wieder mit der Stimmberechtigung einige nicht mehr stimmberechtigt, weil einfach der Beitrag noch nicht gezahlt wurde. Der letzte Stand war 139 Akkreditierte in ganz Rheinland-Pfalz und die Abstimmungsbeteiligung lag irgendwo, je nach Abstimmung, zwischen 42 Prozent und 59 Prozent. Also könnte besser sein, ist aber auch teilweise tagesformabhängig, wenn jetzt dummerweise irgendwie ein größeres Event dazwischen platzt oder sowas, kann es natürlich sein, dass die Abstimmungsbeteiligung nicht so gut ist oder eben auch, wenn die Anträge an sich vielleicht nicht so ganz interessant sind. Und was vielleicht auch noch interessant ist, am 18.04. gab es ein Landesschiedsgerichtsurteil. Die dritte Abstimmung war es, glaube ich, wurde angefochten und das Schiedsgericht hat eben bestätigt, dass diese Abstimmung rechtmäßig war. War das Landesschiedsgericht, also ich weiß nicht, ob das noch bis zum Bundesschiedsgericht weitergeht oder ob das noch überhaupt angestrebt ist, weiterzugehen. Ja, soweit zur Chronologie. Als Ausblick, wie könnte man das jetzt weiterentwickeln? Wir haben in Rheinland-Pfalz Beschlüsse, dass wir eine Online-Abbildung der Urnen erproben wollen. Und zwar hat ein Pirat aus Rheinland-Pfalz, der Johnny, hat einen Mechanismus vorgeschlagen, wie man die Urnen quasi online simulieren könnte. In zwei Schritten. Der erste Schritt ist, ich nehme, also ich bin jetzt Laie in Informatik, also ich kann euch das nicht so gut erklären wie Johannes, aber ich versuche es mal. Im Endeffekt nehmt ihr euren Stimmzettel in digitaler Form, verschlüsselt den mit einem Schlüssel, der für jede Abstimmung neu gemacht wird, schickt den an eure Urne, das ist im Endeffekt ein Computer, wo ein Programm draufläuft, der sammelt die Stimmzettel und schickt die dann en bloc weiter zur Abstimmungsleitung. Das heißt, es ist gewährleistet, dass ihr abstimmen dürft und diese Online-Abstimmung wird dann auch eben über diese Urne anonymisiert und was bei der Abstimmungsleitung ankommt, ist ein verschlüsseltes Dokument, das nur die Abstimmungsleitung dann öffnen kann und kann das auszählen und ganz am Ende der Auszählung wird der Schlüssel dann eben auch veröffentlicht, sodass jeder alle Stimmzettel im Prinzip nachzählen kann, wenn er das möchte. Das läuft, glaube ich, auch unter dem Überbegriff Helios Voting, aber wie gesagt, wenn ihr da Interesse daran habt, würde ich euch an Johnny weiterleiten, Johannes Merkert heißt er, der kann euch das wesentlich besser erklären als ich. Und was auch noch oft kritisiert wird, ist eben die Diskussion über Mailinglisten. Das war aber auch von Anfang an klar. Ich meine, jeder weiß, wie schnell es auf Mailinglisten mal hoch hergeht. Das könnte man vielleicht ein bisschen strukturierter machen über Tools wie beispielsweise WikiArguments. Wir haben auf Landesebene ein Tool in der Mache, das nennt sich Findico. Da könnt ihr vielleicht mal den Elex oder auch den Johnny fragen, wie das Ganze funktioniert. Könnt ihr auch ausprobieren unter findico.piraten-rlp.de. Da läuft eine Probeinstanz. Und mögliche Schritte, habe ich mir jetzt noch gedacht, also wir haben ja gerade gesehen, wie die Kandidateninterviews jetzt zu diesem ABPT gelaufen sind. Das fand ich persönlich als sehr zielführend. Also ich fühle mich jetzt durch diese ganzen Mumbles und Interviews und so weiter, die da im Vorfeld gelaufen sind, so gut informiert. Also ich persönlich, dass ich jetzt die Kandidatenbefragung hier auf dem Parteitag eigentlich gar nicht mehr bräuchte. Also wenn es nach mir ginge, könnte man sich sehr gut überlegen, dass man eben die Kandidatenbefragung in Zukunft immer so ausführlich über Mammel und so weiter macht, über Streams und dann eben auch online die Kandidaten wählt. Und natürlich, was auch noch ganz interessant wäre, wäre eine Ausweitung auf Grundsatzprogramm und Satzung, aber das hat in Rheinland-Pfalz bislang keine Mehrheit gefunden. Gut, damit, bitte weiter. Genau, damit werde ich auch schon fertig. Wer Interesse an dem Thema, hat, kann mich gerne kontaktieren. Meine Piratenadresse lese ich jetzt erst am Montag wieder, aber ich bin da vorne irgendwo in dem Eck. Also ihr könnt mich gerne antwittern, könnt mich gerne anfragen. Ich stehe da gerne für Fragen bereit. Dankeschön. Also vielen Dank, Sebastian. Das war schon mal sehr interessant. Das können wir für Bayern auch brauchen. So, ich habe jetzt erst noch Michelle. Sieht jemand in unserem Wahlleiter? Okay. Also ich mache jetzt dabei noch zwei technische Durchsagen. Das eine ist, die Pressevertreter werden gebeten, nicht die Bühne zu betreten, da dies die Versammlung und die Redner auf der Bühne stört. Also bitte nicht hier raufkommen. Und das zweite war, es gibt ein silberner Opel aus Bochum, BOAX 283, steht auf dem Parkplatz mit offenen Fenstern. Wenn das keine Absicht ist, kann man zumachen. Also es gibt jetzt noch mal ein paar Minuten Pause. Der Wahlleiter sagt fünf Minuten, weil noch mal was nachgezählt werden muss und dann haben wir ein Ergebnis. Okay, wir sind ganz kurz vorm Ergebnis. Ich sage euch warum. Wir hätten schon vor fünf Minuten soweit sein können, aber ich sage euch warum. Zur Sicherheit, wir haben drei Stichproben gemacht, ob unkorrekt ausgezählt wurden, so wie angekündigt. Das ist jetzt durchgelaufen. Das wird jetzt noch eingetragen. Das Ergebnis kommt jetzt gleich. Ich möchte noch eben was sagen zu dem gerade auf Twitter wohl verbreiteten Gerücht. Es gäbe Zwischenergebnisse der Wahlen vorne an der Akkreditierung. Was ihr da seht, das sind die akkreditierten Zahlen dieses Parteitags. Ihr könnt da Zwischenergebnisse rauslesen, wenn ihr wollt, aber das sind nicht die Zwischenergebnisse unserer Auszählung. Also ihr dürft eure Tweets wieder löschen. Ihr bringt mich ins Schwitzen. Seit heute Morgen. So, wir haben ein Ergebnis. Ich muss das ein bisschen komisch vorlesen fürs Protokoller. Ihr werdet es merken und ihr werdet einmal schmunzeln. Das geht ab jetzt immer so, weil ich will euch die Spannung ja nicht nehmen. Wenn wir jetzt schon das Ding auf den Beamer bringen, dann wird es halt unspannend. Ja, das ist ja auch nicht die Folie, die ich angesagt habe. Ist schon okay. Also, wir haben auf Platz 5 Matthias Zehe mit 6,97 Prozent der gültigen Stimmen. Auf Platz 4, ja, ihr dürft auch applaudieren. Auf Platz 4 Franziska Jentsch mit 10,55 Prozent der gültigen Stimmen. Auf Platz 3 Florian-André Unterburger, 32,53 Prozent der gültigen Stimmen. Wir haben fünf ungültige Stimmzettel übrigens gehabt für die Statistik. 1.033 gültige. So, und jetzt Folie 646, bitte anzeigen. Auf Platz 2 Wolfgang Dudda mit 37,27 Prozent. Und gewählt ist Stefan Körner mit 62,05 Prozent der abgegebenen Stimmen. Um 15.45 Uhr ist die Pressekonferenz mit dem neuen Vorsitzenden. Möchtest du die Wahl annehmen? Ja, ich nehme die Wahl an. Vielen Dank. Nochmal zur Information. Um 15.45 Uhr ist die Pressekonferenz mit dem neu gewählten Vorsitzenden. Die Pressekonferenz ist im Pressebereich oben. Jetzt sind die Ergebnisse auch im Bild erhältlich. Also für alle zum Mitschreiben, hier könnt ihr nochmal nachschauen. Es wird gleich größer. Zur Information und während die Villa Rieber hier noch feiert, ich schließe jetzt die Liste, die Kandidatenliste zur Wahl des Schatzmeisters. Die ist jetzt geschlossen, damit wir gleich dazu kommen können. Also liebe Versammlung, wir machen weiter im Programm. Wir fangen jetzt an mit der Wahl zum Schatzmeister. Als erstes würden wir die Kandidaten bitten, sich hier vorne einzufinden, denn es wird jetzt die Reihenfolge ausgelost, in der ihr dann euch vorstellen könnt. Also alle Kandidaten für das Amt des Schatzmeisters bitte jetzt hier vorne einfinden. Danke. Genau, wir kommen zur Wahl des Schatzmeisters. Gibt mir die Kandidaten da jetzt mal? Ja, da. Achso, okay, die machen die Reihenfolge erst, wenn wir ausgelost haben. Wir haben drei Kandidaten. Wir losen eben die Vorstellungsreihenfolge aus. Nummer eins hat er direkt mal durchgerissen. Nummer eins ist Sebastian Krone. Nummer zwei ist Stefan Bartels. Und Nummer drei ist Philipp Schnabel. Das ist die Reihenfolge, liebes BIMA-Team. Erst Sebastian Krone, dann Stefan Bartels, dann Philipp Schnabel. Ist der Sebastian Krone jetzt da? Ja, wunderbar. Dann würde ich dich bitten zu deiner Kandidatenvorstellung. Du hast drei Minuten. Ja, ich habe ein bisschen technische Probleme hier. Das Pult ist nicht für einen Laptop geeignet. Okay, also ganz kurz nochmal für alle zum Mitdenken. Wir haben drei Minuten Redezeit für den, der sich vorstellt, für den Kandidaten. Danach sind die Fragen. Wer also jetzt schon weiß, dass er befragen möchte, kann sich bereits frühzeitig Richtung Mikrofon begeben, damit wir nachher schneller die Rednerschlange, die Frageschlange wieder schließen können. Ihr wisst Bescheid. Gut, also das Wort geht an Sebastian Krone. Danke. Ja, dann fangt mal an zu stoppen. Ich stehe hier an gleicher Stelle wie in Bremen und nichts hat sich verändert. Nichts hat sich verändert von dem, was mich damals bewogen hat, in Bremen zu kandidieren. Es ist alles schlimmer geworden und ich rede nur für das Ressort, für das ich hier zur Wahl stehe. Ich habe drei Relive-Trampen, ein Mumble-Grill hinter mir und stelle fest, es ändert sich sonst nichts. Deswegen kandidiere ich hier, deswegen stehe ich hier. Also ich möchte was ändern. Wir brauchen Einnahmen. Wir bekommen nur einen Bruchteil von der staatlichen Teilfinanzierung, der uns zusteht. Da müssen wir ran. Ich kann das und Steuerrecht kann ich nebenbei auch noch ein bisschen. Ich stelle mich heute für ein Jahr zur Wahl und nicht für eine Wohlfühlperiode. Ja, ich habe eine Vita und ja, ich bin nicht komplett pflegeleicht und ja, es gibt Leute, die mich nicht mögen. Und ja, wisst ihr was, das ist bei Berufus so üblich und es ist traurig genug. Ich glaube an die Idee, an die weltweite Bewegung, an diese Partei und das ist es, was zählt. Meine Agenda, Geld da einsetzen, wo es benötigt wird. Politische Arbeit ist die Priorität. Dafür bekommen wir Staatsgelte, dafür gehört diese Gelte eingesetzt. Ich werde Wege finden, den politischen Diskurs so zu organisieren, dass er funktioniert. Online-Parteitage sind so ein Tool. Wovor habt ihr Angst, dass Online-Parteitage funktionieren könnten? Ich sage euch den ersten Termin dazu. Am 6. September haben wir so einen Online-Parteitag und wenn wir Gas geben, sogar den Gebeo als Tool dazu. Zum Budget. Ja, auch Schatzmeister machen Politik, aber sie sollten mit dem ihnen anvertrauten Geld keine Privatpolitik betreiben. Denn das ist sowas wie ein Sündenfall. Und noch so ein Herzschmerzthema. Wir sind ein wesentlicher Teil der internationalen Bewegung. Das ist unsere Wurzel, das ist unsere Kraft, das ist unsere Zukunft und das muss unterstützt werden. Mit PPI und PPU sind wir gemeinsam ein starkes Stück vorangekommen. Dafür bin ich auch durch halb Europa gejettet. Und dafür bedarf es auch entsprechender finanzieller Unterstützung. Und liebe Leute, hier stehe ich nun, soll ich etwas versprechen? Kann man das überhaupt einer Partei? Nein. Aber ich stehe nicht für Top-Down, ich stehe für Dialog. Und Bufo-Sitzungen sind übrigens öffentlich. Ich stehe für vernetzte Landesverbände, denn die Landesverbände machen einen großen Job. Und ich stehe für transparente Finanzen, die so ins Wiki gehören. So wie wir das von allen anderen auch fordern. Mit mir bekommt der Vollblut keinen Wattebausch. Dankeschön. Ich bleib mal hier. Du bleibst da, weil es steht, ich sehe schon Fragen dort stehen. Würdet ihr bitte die Frageschlange, wer ist da der, der die beaufsichtigt? Gut. Also wir eröffnen jetzt die Frageschlange. Also wer Fragen stellen möchte, stellt sich jetzt bitte an. Entschuldigung, ich vergaß. Möchte die Versammlung den Kandidaten befragen? Die Ja-Karte, wer dafür ist, die orange Karte für Nein, das sieht für mich mehrheitlich grün aus. Damit wird der Kandidat befragt. Gibt es noch mehr Fragen, die Fragen stellen wollen? Sind das alle? Vier. Okay, damit schließen wir die, fünf, fünf. Damit schließen wir die Fragestellerliste. Die Leute, die am Mikrofon stehen, sind mit der Reihenfolge, wie sie da stehen, einverstanden? Das macht die Sache einfach, aber ich sehe, da ist jetzt gerade ein Sechster dazu gekommen. Okay. Na, die ersten fünf sind jetzt dran. Gut. Okay, dann... Mach dir die Schlange mal zu, dann bitte. Ich habe die geschlossen und habe gesagt, wir losen jetzt aus. Der Sechster kam danach, das heißt, also, dann müssen wir jetzt wohl leider auslosen, wenn er länger brauchte, weil er so weit laufen musste. Gut, wir haben sechs an der Redeschlange, wir losen kurz aus. Der erste Redner ist Kandidat, äh, der zweite aus der Schlange. Dann kommt die Nummer drei aus der Schlange. Nummer sechs. Nummer vier. Und die Nummer eins, bitte. Bitte, du hast das Wort. So, das ist die einzige Möglichkeit für mich, mit diesem Kandidaten zu sprechen, weil er sonst mit mir nicht redet, ist die Frage. Du weißt, dass ich bei dir nationalistische Tendenzen empfinde, da du die Sorben beispielsweise nicht als eigenständige nationale Minderheit antrittst, sondern als deutsche bezeichnest. Ich habe auch noch weitere Zeile. Wie bist du bereit, diese Empfindungen, die ich habe, abzubauen? Danke schön. Ich bin überhaupt nicht bereit, deine Empfindungen abzubauen. Wenn du mich beleidigen willst, kannst du das gerne tun, aber außerhalb des Saales. Danke. Hallo Bastian. Wir verstehen uns gut, wir reden auch miteinander, aber ich kann dir die Frage trotzdem nicht ersparen. Na klar. Du stehst für eine dezentrale Buchhaltung. Ich habe jetzt gerade, so habe ich das deiner Kandidatur entnommen, ich habe jetzt hinter mir die Buchhaltung für 2013 für Bayern mit über 40 Gliederungen, drei Gliederungsebenen plus Bund. Ich bin fix und fertig und wenn ich mir vorstellen würde, das Ganze müsste dezentral gemacht werden, das wäre für mich vollkommen unmöglich. Kannst du mich trotzdem in deiner Antwort davon überzeugen, so etwas dezentral zu leisten? Ich meinte dezentral in der Hinsicht von Machtverteilungspolitik. Wir brauchen schon eine dezentrale Verwaltung, die haben sie ja. Und die soll auch unterstützen und in einem gemeinsamen System zu buchen, macht ja Sinn. Aber es macht nicht Sinn, alles sich vom Bund abnehmen zu lassen. Und dafür stehen auch die Landesverbände in ihrer eigenen Verantwortung und die kann ich Ihnen nicht abnehmen. Ich brauche ja am Bund die gleiche Manpower wie in den Landesverbänden. Ich will sie nicht abnehmen, ich will sie einbeziehen, aber ich möchte auch, dass die Landesverbände mitarbeiten, so wie es bisher der Fall ist. Wie schätzt du deine Fähigkeit ein, unabhängig von persönlichen Empfindungen und politischen Richtungen, Peergruppen und ähnliche, deine Mitgliedschaft im Buwo wahrzunehmen, wenn du gewählt wirst? Relativ einfach. Ich bin kampfarprobter AG-Koordinator und habe auch einige Bundes-AGs als Koordinator. Und ich bin dafür bekannt, dass ich mit allen Gruppen zusammenarbeiten kann, auch AG-Interdisziplinär. Das ist ein anderer Punkt, in welchen Posten du bist. Bist du selber betroffen in der politischen Diskussion, ist das was anderes, als wenn du zwischen zum Beispiel Gruppen schlichten musst oder die Interessen von verliegenden Gruppen abwägen musst? Ja, Bastian, du bist aus der internationalen Koordination bekannt als zuverlässiges Arbeitstier. Es gibt trotzdem etwas, was deine Karniatur hier belastet. Und zwar, du bist in Paris auf der PPI-Konferenz geblacklistet worden, du hast dort kein passives Wahlrecht bekommen, bist trotzdem zum Schatzmeister der PPI gewählt worden. Aber der Punkt ist, du bist in einem Rechtsstreit mit der Piratenpartei verwickelt, wo niemand weiß, was dort der Hintergrund ist. Du machst es nicht öffentlich, die Partei sagt darüber nichts. Kannst du uns bitte hier aufklären, was dort konkret vorgefallen ist? Du genießt den Ruf, dass du schnell mit juristischen Maßnahmen um dich wirfst, auch bei verschiedenen Landesvorständen. Kannst du dazu mal was sagen? Also ich habe in einer Piratenpartei überhaupt noch nicht mit juristischen Maßnahmen um mich geworfen. Ich habe eine eingeleitet, das hängt mit einer Kündigung, einer fristlosen Kündigung als Bundesdatenschutzbeauftragte dieser Partei zusammen. Ich kann die Zusammenhängen leider nicht öffentlich machen, weil ich eine Schweigepflicht habe und der Bundesvorstand mich von der nicht entbunden hat. Gleichwohl ist an dieser Kündigung nichts haltbar. Das wird demnächst entschieden. Im Übrigen betrifft das, und ich kann das jedem nur einmal empfehlen, über sowas nachzudenken, meine wirtschaftliche Existenz. Denn mir werden Dinge vorgeworfen, die tatsächlich dazu führen, dass ich weniger verdienen darf. Danke dafür. Nicht. Bastian, ich habe mit Freude gehört, dass du dich der Transparenz, insbesondere im Wiki, verpflichtet fühlst. Und ich freue mich darauf, dass das auch so verwirklicht wird, gerade im Hinblick auf den jetzigen Zustand, auch im Bund. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, siehst du dich wirklich als eine Person, die integrativ wirken kann, wie es im Bundesvorstand notwendig ist? Noch mal, durch diese doch sehr umfangreiche Programmarbeit, die wir in dem Vorfeld der anderen Bundesparteitage geleistet haben in den AGs, habe ich sehr viele, und der Dirk wird das vielleicht auch bestätigen, sehr viele Sitzungen schlichtener Weise geleitet. Und meine Interessen zurückstellen müssen, weil es ging immer um die Sache. Und wir haben alle Kontrahenten zusammengebracht zu einem guten Konsens, und der Konsens wurde auch danach nicht aufgelöst. So sehe ich meine Funktion, weil man muss gucken, ob man professionell unterwegs ist oder nicht. Und ich zähle mich zu den Profis. So, damit sind die ersten fünf Befragungen durch. Wie sieht die Versammlung das? Möchte sie weiter den Kandidaten befragen? Ich bitte um grüne Karten für Ja, rote für Nein. Das ist mehrheitlich Nein. Damit wird der Kandidat nicht weiter befragt. Dann bitte ich jetzt den nächsten Kandidaten auf die Bühne. Das ist Stefan Bartels. Okay, Stefan, du hast das Wort. Ja, moin. Mein Name ist Stefan Bartels. Ich komme aus Kiel, bin seit zwei Jahren Landesschatzmeister in Schleswig-Holstein und war bis März, 16. März diesen Jahres auch Bundesschatzmeister bis zu meinem Rücktritt. Zu meinem Rücktritt bin ich ja schon viel befragt worden, habe ich auch vieles gesagt. Deswegen möchte ich mich da auch heute gar nicht zu sehr auslassen. Eigentlich nur mit einem Punkt. Ich habe in dem Gremium keine Grundlage mehr für eine Zusammenarbeit gesehen. Und außer mir haben das auch noch zwei andere so gesehen. Ich möchte da jetzt aber eigentlich auch gar nicht weiter nachtreten. Feststellen musste ich jetzt eigentlich nur, dass leider in einigen Berichten meine Arbeit nicht ganz korrekt dargestellt wurde. Das habe ich in meinem Tätigkeitsbericht mit einem Nachtrag noch einmal wieder richtiggestellt. Die Bewegung der Piratenpartei, die steuert nun wirklich hart am Abgrund lang. Und wer ist da eigentlich schuld dran? Es sind nicht die Trolle, nicht die Nörgler, nicht sogenannte Extremisten oder irgendwelche Mobber. Nein, schuld sind wir alle. Alle, die wir auch dazu schweigen und diese Diskussionskultur zulassen. Wir hatten uns als Bufo bei der Aufstellungsversammlung in Bochum schon hingestellt und hatten dazu schon eine Ansage gemacht. Leider scheint es nicht gefruchtet zu haben. Wer jetzt glaubt, der Bufo, der jetzt gewählt wird, der kann da jetzt eine vernünftige Diskussionskultur reinbringen. Nein, kann er nicht. Er kann deeskalierend wirken, er muss deeskalierend wirken, aber ihr müsst alle daran arbeiten. Solltet ihr mich wählen, möchte ich die Arbeit fortsetzen, die ich eigentlich schon begonnen hatte. Ganz wichtig, die Professionalisierung der Verwaltung, denn die Verwaltung muss vom Bufo gelöst sein und der Bufo von der Verwaltung. Ganz wichtig, wir müssen das Fundraising, ich habe in meiner Amtszeit noch das Go für die SG Fundraising gegeben, die Philipp auch sehr, sehr gut führt. Ich danke euch. Ich habe mir natürlich auch die Berichte der Kassenprüfer durchgelesen. Und ich muss erst mal sagen, recht herzlichen Dank für die gute Arbeit, die ihr gemacht habt. Wir werden uns natürlich hinsetzen müssen, das Budget neu überarbeiten müssen. Das aus Januar war nicht schlecht, aber da konnten wir nur auf geschätzte Zahlen setzen. Jetzt haben wir schon ein halbes Jahr rum und wir haben da wirklich schon stichhaltige und belastbare Zahlen vorliegen, worauf wir ein neues Budget aufarbeiten können. Entschuldige, deine Redezeit ist eigentlich abgelaufen. Einen Satz noch? Okay. Dann war es das auch. Danke. Danke. Möchte die Versammlung den Kandidaten befragen? Also es ist mehr grün. Wir werden ihn also befragen. Bitte alle, die Fragen stellen möchten, jetzt zur Rednerschlange. Jetzt? Läuft noch jemand? Da ist noch zwei noch hin, da rennt noch jemand. Ah, okay, da rennt noch jemand. So? Okay, dann drei, zwei, eins. Rednerschlange ist geschlossen. Vorerst. Wir haben jetzt zehn. Sehe ich das richtig? Zehn Personen am Mikrofon. Der erste Redner hat die Nummer zehn. Dann die Nummer sechs. Dann die Nummer vier. Die Nummer drei. Und die Nummer neun, bitte. Ja, Stefan, ich habe dir die Frage im Mammel schon mal gestellt. Ich möchte gerne von dir wissen, inwiefern du glaubst, dass du durch deinen Rücktritt als Bundesvorstand die Piratenpartei im Europawahlkampf unterstützen konntest. Also ganz klar, mit Sicherheit hat auch unser Rücktritt dem Ganzen geschadet. Das war die Antwort, dann die nächste Frage, bitte. Mich würde interessieren, für welche Berichte es bereits Prüfungen der Kassenprüfer gibt, für welche es noch nicht gibt, noch keine Kassenprüfungsberichte gibt und warum es diese noch nicht gibt gegebenenfalls. Also Kassenprüfungen finden ja nicht alle für komplett alles an einem Tag statt. Tatsächlich müsstest du diese Frage aber eher die Kassenprüfer stellen, welche sie schon durchhaben. Ich habe sie auch noch nicht alle gesehen. Servus. Nach deinem Tätigkeitsbericht warst du eine Woche vor deinem Rücktritt auf dem Verwaltungstreffen, auf dem sich gerüchteweise der damals funktionslose und jetzige neue Bundesvorsitzende Stefan Körner auch da war. Meine Frage an dich wäre, hast du auf dem Verwaltungstreffen mit ihm gesprochen oder auch sonst mit ihm Absprache getroffen? Und die weitere Frage, welche, hatten das Gespräch mit dem jetzigen, mit Stefan, Auswirkungen auf deinen Rücktritt eine Woche später und darauf, dass wir heute alle hier stehen? Moment kurz, könnt ihr bitte alle ein bisschen leiser sein? Es ist sehr laut im Moment. Danke. Gut. Also erstmal ist es auf dem Verwaltungstreffen durchaus üblich, dass Piraten, die aus der Nähe sind, dadurch auch immer vorbeigucken. Ja, ich habe da auch mit Stefan Körner gesprochen. Das hatte allerdings überhaupt keinen Einfluss auf meinen Rücktritt mehr, weil da waren wir eigentlich schon so weit gewesen, dass wir gesagt haben, wir werden zurücktreten. Danke. Du hast gesagt, du trittst an, um begonnene Aufgaben weiterführen zu können. Das stimmt irgendwie nicht mit deinem Rücktritt überein. Warum bist du dann zurückgetreten? Und können wir einen erneuten Rücktritt erwarten, wenn dir wieder etwas nicht gefällt? Also warum ich zurückgetreten bin, sagte ich schon, ich hatte eine Grundlage für die Zusammenarbeit in dem Gremium nicht mehr gesehen. Würde ich jetzt sagen, nein, du kannst dich darauf verlassen, ich würde nie wieder zurücktreten, würde ich lügen, weil ich nie weiß, wie sich eine Situation entwickelt. Andererseits trete ich hier nicht an und stelle mich hier nicht hin, um mir zu sagen, ach, ich werde demnächst mal wieder zurücktreten. Wir sind in der sehr unglücklichen Situation, dass ich jetzt darüber entscheiden soll, jemanden zu wählen, aber nicht weiß, ob er für sein im selben Amt gerade abgelaufenes oder teilweise abgelaufenes entlastet wird. Da kannst du jetzt nichts für, aber wie bewertest du diese Situation? Wie sollen wir damit umgehen? Das müsst ihr tatsächlich für euch entscheiden, wie ihr das handeln könnt und wollt, wie ihr das mit eurem Gewissen vereinbaren wollt. Andererseits werde ich nicht entlastet, heißt das ja nicht, dass ich deswegen die zukünftige Arbeit nicht weitermachen kann. Ich muss eben noch weiterhin für die alte gerade stehen. So, möchte die Versammlung den Kandidaten weiter befragen. Ich bitte um grüne oder rote Karten entsprechend. Grün ist ja, rot ist nein. Also es ist mehrheitlich rot aus meiner Sicht, das heißt, wir befragen ihn nicht weiter. Okay, danke. Dann bitte ich jetzt den nächsten Kandidaten aufs Podium. Das ist Philipp Schnabel, bitte. Okay, das ist. Okay, du hast das Wort. Philipp, bitte. Okay, liebe Piraten, wir sind eine junge Partei. Wir haben vieles noch zu lernen, darunter Danke zu sagen. Danke dafür, dass sich Menschen den Arsch aufreißen, um diese Partei am Laufen zu halten. Danke dafür, dass Leute dieser Partei Geld spenden und jeden Tag ihr Wissen in dieser Partei überhaupt bereitstellen. Wir haben zum gleichen Teil auch noch die weitere Aufgabe, uns zu überlegen, wie wir bitte sagen. Wir müssen bitte sagen, damit sich Leute für uns den Arsch aufreißen, damit wir Mitglieder gewinnen. Wir müssen bitte sagen, dass Geld für diese Partei gespendet wird. Wir haben am Ende dieses Jahres das Ziel, wieder eine ordentliche finanzielle Grundlage für diese Partei zu haben. Und dazu müssen wir planen. Und wir müssen endlich langfristig planen. Das heißt auch über zwei, drei Jahre hinweg. Wir legen jetzt den Grundstein für die Bundestagswahl, die in drei Jahren ist. Wir können jetzt Rücklagen dafür binden oder wir können sie jetzt ausgeben. Wir entscheiden heute den Erfolg von morgen. Und dazu müssen wir uns entscheiden, ob wir zwei Parteitage machen oder nur einen und den anderen dafür als Online-Parteitag abhalten, was uns wie immer 30.000 Euro Hallenmiete sparen würde. Wir müssen auch lernen, in dieser Partei miteinander umzugehen. Das heißt, wir müssen uns motivieren, im Team zusammenzuarbeiten. Die verschiedenen Fähigkeiten und auch die Mängel, die jede Person hat. Niemand ist perfekt. Niemand kann aus dem Glashaus mit dem Stein werfen. Deswegen müssen wir endlich zu lernen, gemeinsam für die Ziele dieser Partei zu arbeiten, die Vision, die wir haben, zu formulieren und nach außen zu tragen. Das ist unser Ziel. Danke. Sehr schön. Das war mal gut die Zeit eingehalten. Dann frage ich jetzt die Versammlung. Möchtet ihr diesen Kandidaten befragen? Ich bitte um ein Zeichen mit den grünen oder roten Karten. Also das Problem ist, ich müsste jetzt eine klare Mehrheit fürs Befragen sehen. Und ich sehe hier eine Mischung. Könnt ihr mal bitte alle nur die grünen Karten heben, die für die Befragung sind? Okay. Und jetzt nur die roten Karten, die dagegen sind? Nein, wir befragen. Also ich bitte alle, die befragen möchten, bitte jetzt. Das Mikrofon. Also gibt es noch Leute, die die befragen möchten, bitte jetzt in die Rednerschlange. Also wer jetzt noch befragen will, muss jetzt ganz schnell rennen und die Hand heben. Ich sehe niemand. Gut, wir haben das Ende der Rednerschlange. Wie viele sind es? Acht. Seid ihr euch sicher, wir hatten hier oben vorhin neun gesehen? Okay, wir können nicht zählen. Wir dürften ja auch einfach glauben. Also als erstes befragt Nummer drei, bitte. Nummer drei. Zweites Nummer fünf. Dann die Nummer sechs. Die Nummer vier. Und die Nummer eins. So, ihr habt wieder 30 Sekunden für die Frage, zwei Minuten für die Antwort, wie gehabt. Bitte. Du trittst als junger Kandidat gegen zwei an, die etwas mehr Erfahrung haben. Aber ich finde, das wäre sehr gut, wenn die junge Partei ihr Schicksal in junge Hände gibt. Und wie bist du bereit, dir Kompetenz von der Basis zu holen und um deine Aufgabe gut zu erfüllen? Also ich bin jederzeit bereit, mir von der Basis Ratschläge und Informationen zu holen. Ich habe es auch jetzt schon gemacht. Kannst du bitte noch mal ein bisschen mehr zu einer fachlichen Qualifikation erzählen? Danke. Ich habe innerhalb der Piratenpartei schon sehr oft sehr viel Geld verwaltet. Ich habe in Sachsen das Wahlkampfbudget mit Marc Neis zusammen verwaltet. Das waren 40.000 Euro. Ich habe zu europaweit den Plakatspendenshop betrieben und 10.000 Euro darüber ordentlich verbuchen lassen. Also eingesammelt, die Daten weitergegeben an die Buchhaltung. Das hat sehr gut geklappt mit dem Lastschrifteinzug. Ich habe das Fundraising, was Stefan Bartels schon gesagt hat, hier innerhalb der Partei jetzt das Konzept erstellt, die Struktur jetzt aufgebaut und jetzt kommt es zur Umsetzung der Konzepte. Ich komme aus einer unternehmerischen Familie. Ich habe Buchhaltung schon für meine Mutter mitgemacht. Ich kenne mich da aus. Und ja, das sind so meine fachlichen Hintergründe. Okay, ganz kurze Unterbrechung. Die Franziska Jentsch soll bitte zum Front Office kommen. Franziska Jentsch zum Front Office bitte. So und die nächste Frage bitte. Kleine Frage und zwar die Rückstellungen für den zukünftigen Wahlkampf. Bei welchen Positionen würdest du jetzt ansetzen, um hier Rücklagen zu bilden? Also die Rücklagen sind, ich würde nichts kürzen, sondern ich möchte Spendenkampagnen fahren. Ich möchte schon vorher, das heißt nächstes Jahr oder schon beginnen, erste Kampagnen dafür zu sammeln, einen Kampfpott sozusagen aufzubauen. Das sind meine Ziele. Das ist jetzt nichts wegzustreichen, sondern es sollen aktiv von den Mitgliedern geworben werden, um schon Geld zurückzulegen, was eben zweckgebunden gespendet wird mit diesem Ziel Bundestagswahl. Ich würde gerne von dir wissen, wie viel Kontakt oder Zusammenarbeit du schon mit dem Verwaltungsteam auf Bundesebene hattest und ob da schon Absprachen oder Kontaktaufnahme stattgefunden hat und wie das aussah. Ja, ich habe auf Bundesebene durch das Projekt Fundraising mehrere Treffen gehabt mit Svanheld und Irmgard auch. Wir haben mit Irmgard meistens über Swamble. Mit Svanheld war ich in Hamburg. Beim letzten BPT habe ich ein Treffen gemacht. Ich habe außerdem in die Bundes-IT-Treffen gehabt, um das Ganze umzusetzen, die technische Seite. Ich habe mit Lukas Pieper von der Buchhaltung, der für Spenden zuständig ist, zusammengearbeitet. Wir haben ein Treffen gehabt, erst jetzt wieder vor zwei Wochen im Mumble, wo wir die weiteren Schritte für das Fundraising bearbeitet haben. Also ich habe mit vielen Leuten aus der Verwaltung schon zusammengearbeitet. Ja, meine Frage an dich. Du hast vorhin gesagt, ganz am Anfang, und das ist mir auch sehr wichtig, dass du dich erst mal bei den Leuten bedanken willst. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir jemanden im Vorstand haben, der diese Art von Wertschätzung trägt. Und meine Frage ist jetzt einfach, also du hast jetzt die fachliche Frage schon beantwortet, aber meine Frage ist jetzt einfach, gibt es für dich irgendjemanden in dem Vorstand, wo du sagen könntest, das könnte dir die Arbeit erschweren, oder hast du irgendwas, wo du auch aus der Basis vielleicht sagst, das wäre dir hilfreich, wenn du das unterstützen würdest, oder wenn die dich unterstützen. Und ich will dir sagen, danke schön, dass du uns danke sagst, und danke, dass du dir diese Kandidatur antust. Danke. Also mir sind die Themen wichtiger als die Personen, deswegen stehe ich auch heute hier, und habe auch in meinem Grillen gesagt, ich kandidiere egal, wer gewählt wird, weil ich möchte diese Themen umsetzen. Ich möchte die Piraten dafür fit machen, wirklich Bitte und Danke sagen zu können. Und bitte fängt eben schon in Kleinigkeiten an. Das heißt, wenn wir unsere Spendenbescheinigungen am Jahresende versenden, dass wir auch ein Dankeschreiben mit reinlegen. Das ist was ganz Normales, was aber nie gemacht wird, was es eigentlich Kleinigkeiten sind, die aber zeigen, man denkt an die Leute. Und das ist es. Gut, damit sind wir in der ersten Gruppe vorbei. Wie sieht das jetzt aus? Ich frage die Versammlung, möchtet ihr den Kandidaten weiter befragen? Bitte die grünen Karten für ja, die roten für nein. Das ist eindeutig eine Mehrheit für nein. Das heißt, es ist klar, die Befragung wird beendet. Der Wahlleiter macht jetzt weiter. Gut, zunächst einmal würde ich darum bitten, dass sich die Wahlhelfer jetzt bereit machen. Wir kommen jetzt zur Wahl des Schatzmeisters. Das Prozedere kennt ihr. Wir benutzen jetzt den gelben Stimmzettel Nummer 2. Den gelben Stimmzettel Nummer 2. Die Reihenfolge der Kandidaten ist wieder die Reihenfolge der Vorstellung. Ihr findet sie da oben auf dem Beamer. Die 1 für Sebastian Krone, die 2 für Stefan Bartels, die 3 für Philipp Schnabel. So. Ein Hinweis habe ich noch, wo ich gerade von hinten auf meinen Stimmzettelblock gucke. Es gab Beschwerden, dass hinten auf dem Stimmzettelblock eure Akkreditierungsnummer steht. Ich sage vorsichtig, Wahlgang Nummer 32 ist ungefähr nächste Woche Donnerstag. Bis dahin haben wir das Problem gelöst. Also, gelber Stimmzettel Nummer 2. Ich würde darum bitten, dass die Wahlhelfer sich jetzt an der Urne einfinden, die einmal hochheben und zeigen, dass die Urnen leer sind. So, da hinten okay. Da vorne sehe ich noch eine Urne. Da fehlt noch ein Wahlhelfer da vorne. Macht euch keine lahmen Arme. Wir brauchen noch einen Moment. Wir haben da hinten noch einen fehlenden Wahlhelfer, der aber wohl angetrabt kommt. Nicht despektierlich gemeint, aber die Geschwindigkeit hatte er. So, bitte einmal alle Urnen hoch, an denen jetzt genug Wahlhelfer stehen. Ihr müsst noch nicht zeigen, dass die leer ist. Einfach nur hoch, damit ich das einmal sehe. Was ist mit der Urne da vorne? Da stehen zwei. Okay. Da, 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 da. Da ist genug. Alles gut. Ich habe immer noch eine Urne da vorne in der ersten Reihe. Gut, dann machen wir das so. Urne 17 fliegt jetzt raus. Da sind anscheinend nicht genug Wahlhelfer. Die gehen... Genau, also an der Nebenurne ist genug Platz, sagt mir mein Knopf im Ohr gerade. Die Wanderurnen gehen jetzt einmal kurz, kämpfen sich einmal kurz durch die Schlangen. Was wollte ich denn jetzt gesagt haben? Ach so, diejenigen, die jetzt an den Urnen stehen, alle Wahlhelfer, bitte einmal die Hände hoch. Wir müssen noch mal die, dass das noch mal die Versammlung sieht. Das sind eure Wahlhelfer. Wenn es Einspruch gibt, jetzt laut, weil wir haben wieder zwei ersetzen müssen. Ich mache das dann jedes Mal. Alles klar. Ich sehe keinen Widerspruch. Die Wanderurnen bewegen sich. Die Urnen sind besetzt. Gut, dann eröffne ich hiermit den Wahlgang zur Wahl des Staatsmeisters. Es gibt nachher wieder einen Redeslot. Ich würde denjenigen, der die Rede halten soll, bitten, hierher zu kommen, damit wir das rechtzeitig einsteuern können. Also bitte zum Backoffice kommen, wer auch immer den nächsten Redeslot hat. Frontoffice, Entschuldigung. So, das Gleiche wie gerade noch mal. Bitte verteilt euch an die Urnen. Ich sehe hier vorne da, freie Urne in der Mitte. Hier vorne ist eine Urne komplett frei. Dafür ist da eine lange Schlange, da hinten eine Schlange. Verteilt euch einfach. Müsst ihr nicht so lange warten, außer ihr steht drauf. Also, ich habe noch eine Durchsage, eine wichtige Durchsage. Ein Motorrad mit dem Nummernschild BSQ12 steht vor dem Behindertenparkplatz und der Fahrer von dem Auto möchte irgendwann wieder weg. Also das Motorrad mit dem Nummernschild BSQ12 bitte beiseite schieben. Danke. So, ich mache mal noch einen, ich mache es schnell diesmal vorletzter Wahlaufruf, wer noch nicht gewählt hat. Urnen sind frei. Ich habe nämlich gerade gehört, die Wanderunnen sind schneller dieses Mal. Also, macht euch bereit, wählt bitte jetzt. Gut, wir machen es wie gerade. Letzter Aufruf, jetzt noch zu wählen. Wer jetzt noch wählen will, rennt schreiend, winkend, sich irgendwie bemerkbar machend oder rollt zu einer Urne oder fliegt. Ich sehe niemanden mehr. Dann ist der Wahlgang hiermit beendet und wir schreiten bitte zur Auszählung. Danke. Also, es wäre jetzt Zeit für ein Redeslot. Ich weiß nicht, wer hier als nächstes dran gewesen wäre, aber wer jetzt kommt, kriegt den Redeslot. Okay, dann nehme ich doch den Redeslot. Leutchen, macht bitte eure privaten WLANs aus. Wir haben hier wirklich Probleme, dass die WLANs nicht laufen, weil Unmengen an irgendwelchen schwarzen, nicht registrierten privaten WLANs unterwegs sind. Das ist wirklich blöd. Bitte, wir können teilweise nicht arbeiten. Die Barrierefreien haben kein Internet, weil hier die WLANs nicht richtig funktionieren. Es bringt nichts, wenn ihr fünf Access-of-Points auf dem selben Kanal packt. Das könnt ihr euch schenken. Bitte schaltet diese privaten Dinge ab. Danke. Ich höre... Ah, dichter rangehen. Okay. Schönen guten Tag, Piraten. Es stehen dieses Jahr in vielen Landesverbänden mehrere Landtagswahlen an. Zum einen auch im Landesverband Brandenburg. Wir sind gerade kräftig dabei, Unterstützerunterschriften zu sammeln und haben möglicherweise auch dringende Unterstützung noch nötig. Also wer uns helfen kann, einfach auf Twitter, auf Twitter, Entschuldigung, sich einfach mal melden. Vielleicht auch schon an dem Tisch hier vorne bei der Urne 15. Da sitze ich auch, melden, dass wir da ein paar Leute zusammenkriegen, die uns noch helfen wollen. Uns fehlen noch Unterstützerunterschriften, wie gesagt. Die brauchen wir ganz dringend. Und wir in Brandenburg wollen verdammt noch mal in den Landtag und wollen ein bisschen Stimmung machen, damit wir diese komische Baustelle, die da steht, endlich loswerden. Also unterstützt uns. Ich danke euch, dass ihr mir hier kurz vorne zuhört. Ja, vielen Dank. Okay. So, wie viele von euch vielleicht schon wissen, ist am 30. August in Berlin wieder die FSA. Und natürlich sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass wir Piraten bei der FSA in Berlin, also die Freiheit statt Angst in Berlin wieder dabei sind. Weil was ist eine Freiheit statt Angst ohne Piraten? Das ganz große Problem, was wir dieses Jahr haben, ist ganz einfach das Geld. Wir haben leider ein Budget, was vom Bund bekommen, was ursprünglich nicht mal für die Beteiligung ausreicht. Deshalb sind wir am Geld sammeln. Dabei sein werden wir mittlerweile auf jeden Fall. Aber wir wollen natürlich wieder einen schönen Wagen haben, feiern, Giveaways und was weiß ich nicht noch alles. Das heißt, ich will ganz einfach eure Kohle. Da das gerade eben so spontan war, dauert es einen Augenblick. Der junge Mann und noch ein anderer werden jetzt gleich mit kleinen Dosen hier durch die Versammlung gehen. Und ich hoffe, dass ganz viele von euch der Meinung sind, dass die FSA es wert ist, ein, zwei, drei Euro da reinzuschmeißen. Die Leute, die der Meinung sind, die FSA ist nur 50 Euro, 100 Euro, 1000 Euro, und keine Ahnung, wie viel Geld wert, und die einen Quittungsbeleg haben wollen, die gehen am besten einfach zu vorne, zur Akkreditierung an die Kasse. Und so, denke ich, kriegen wir das Geld zusammen, dass wir nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr im August, mit drei Fahrzeugen auf der FSA dabei sein können. Ich danke euch. Es tut mir so leid, Technik. Immer, wenn ihr gerade Musik einspielt, kommt, einer will was sagen. Damit wir gleich fix weitermachen können, schließe ich jetzt die Kandidatenliste für die Wahl des, nickt mich zu, nickt mir zu, des Polgf. Damit ihr Bescheid wisst, jetzt keine Kandidatenannahme mehr für Polgf. Hallo, Versammlung. Eigentlich wollte ich ja jetzt direkt die Auslosung machen für Polgf, aber wir waren doch schneller als gedacht. Wir haben ein Ergebnis, und wir haben einen Schatzmeister auf Platz drei, also, Moment, wir haben drei ungültige Stimmen bei 899 gültigen Stimmen. Das ist schon mal besser als gerade, da geht noch was. Auf Platz drei haben wir Bastian Krone, 22,58 Prozent der gültigen Stimmen. Auf Platz... Auf Platz zwei, Philipp Schnabel, 35,71 Prozent der gültigen Stimmen. Ticket Nummer 668. Auf Platz eins, Stefan Bartels mit 59,84 Prozent der gültigen Stimmen. 6,68. Nimmst du die Wahl an? Danke, ja, ich nehme die Wahl an. So, wir machen weiter mit der Auslosung für das Amt des... ...politischen Staatsführern, richtig? Das Polgf, danke. Ihr und eure Reihenfolge. Los geht's. Zuerst Mirko da Silva. Marco da Silva. Silva ist auch gut. Dann Christopher Lauer. Cool, ne? Dann Christoph... Oh, jetzt wird's schwierig. Ich will das nicht falsch aussprechen. Tingilutis. War falsch, na gut. Du musst es gleich selber korrigieren. Tut mir leid. Wer ist das richtig? Tingilutis. Auf vier, Babaktubis. Auf fünf, Ali Utlu. Auf der sechs, Martin Klicher. Auf der sieben, Wolf Marvin Weidner. Und als achter, Laura Dornheim. Gut, dann machen wir das jetzt zuerst. Laura Dornheim hat gerade zurückgezogen. Also... Dann würde ich jetzt alle Kandidaten bitten, hier vor zur Bühne zu kommen, damit sie sich vorstellen können. Also, wir haben gerade festgestellt, der neu gewählte Schatzmeister ist auch noch Landesschatzmeister in Schleswig-Holstein. Und damit muss ich die Versammlung fragen oder den Parteitag fragen, ob sie zustimmen zu dieser Ämterkumulation. Also, ich bitte darum mit dem Handzeichen, die grüne Karte, wer zustimmt, dass Stefan Bartels gleichzeitig auch noch Landesschatzmeister von Schleswig-Holstein ist. Die rote, wer dagegen ist? Also, der Wahlleiter stimmt mir zu. Es ist mehrheitlich grün und damit stimmen wir der Ämterkumulation zu. Dankeschön. Dann bitte ich jetzt Mirko da Silva ans Mikrofon, um sich vorzustellen für das Amt des politischen Geschäftsführers. Danke. Hallo, Partei. Mikro auf. Hallo, Partei. Schön, dass ihr mir kurz zuhört. Bevor ich mich selber vorstelle, möchte ich unserem ersten neuen Vorsitzenden, Stefan Sekor, herzlich gratulieren zu seinem Wahlsieg. Grandios. Herzlichen Glückwunsch. Und ich stelle mich am besten so vor, indem ich an die Talking Points von Stefan anschließe. Er ist der NSV, er soll unsere Partei aus der Krise führen und als Zweifau sehe ich meine Aufgabe darin, ihn in seinen drei großen Aufgaben, die er uns benannt hat, zu unterstützen. Als erstes wäre das die Mitbestimmungsrechte, die Teilhabe, die digitale, online, wie auch immer, für innerhalb der Partei. Jeder kennt die bayerische Mitbestimmung, sie ist legendär, die SMV-Kriege, die haben die Bayern für uns ausgestritten. Ich als jemand, der aus Sachsen kommt, einem Landesverband, der so eine ständige Mitgliedervertretung erst seit kurzem hat. Wir sind gespannt darauf, vom Sekor und seine Erfahrungen aus Bayern zu lernen. Das gleiche gilt für die legendären Wahlerfolge in Bayern. Von Bayern lernen heißt siegen lernen, meine Damen und Herren. Und ich bin bereit, meine Wenigkeit in den Dienste der Sache zu stellen. Wir haben eine Partei gegründet, nicht als soziale Community, wie auch immer. Wir wollen Mandate ringen, wir wollen die Welt verändern und das muss unser Ziel sein. Darauf müssen wir uns heute, hier und heute konzentrieren. Das Wichtigste. Das Wichtigste, um an die übergeordneten Ziele anzuschließen, ist aber der Kampf gegen den uns alle jetzt im Moment überwachenden und kontrollierenden und an manchen Stellen den Globus auch tötenden Überwachungsstaat, der uns alle umklammert. Ich bin bald Vater von vier Kindern. Ich habe die größte Sorge und all meine Motivationen ruht darin, dass ich meine Kinder nicht in der Zukunft aufwachsen sehen will, wo jeder Mensch von vorne bis hin überwacht wird, kontrolliert wird und wo als zweiter Schritt dieser Überwachung auch eine Selektion stattfinden wird. Die Aufruhrstüfte von morgen werden heute überwacht und ausgeschaltet. Das ist die Zukunft und die möchte ich unseren Kindern nicht bieten. Wir müssen dagegen kämpfen, hier und heute. Und weil das so ist, meine Redezeit sehe ich leider nicht, ich beeile mich einfach mal, müssen wir zusammenstehen. Ich bin bereit, als sogenannter Linksextremist Abschnitte zu machen, nicht mehr zu provozieren. Wir müssen hier und heute an einem Strang ziehen. Alles ist wichtiger als unser Kleinkrieg, den wir hier führen. Und dafür möchte ich mich in der Dienst der Sache stellen. So, Ende gut. Ich habe gleich noch eine kurze Rede. Dankeschön. Halt, du solltest da bleiben, falls wir dich befragen wollen. Also, das war jetzt die Vorstellung von Mirko da Silva. Wie sieht es aus? Möchte die Versammlung den Kandidaten noch befragen? Ich bitte um Grün für Ja, Rot für Nein. Das ist einem... Könnt ihr euch nicht mal entscheiden und einheitlich sein? Also ist es keine klare Mehrheit für ein Ende der Befragung? Also, wenn jetzt nur die grünen bitte mal hochheben. Und nur die roten. Und jetzt noch mal beide. Es war mehr rot. Also, wir sind gegen eine Befragung. Ich danke. So, der nächste Kandidat ist Christopher Lauer. Bitteschön, du hast das Wort. Hallo München! Ja, wird mir hier auch irgendwie noch ein Film gezeigt oder wie viel Redezeit ich habe? Oder läuft es schon? Okay. Ja, liebe Piratenpartei, es ist jetzt 16.28 Uhr und ich glaube, mit Julia Reda haben wir heute die einzige politische Rede gehört. Nicht schlecht. Ich kandidiere zum Amt des politischen Geschäftsführers und möchte meine Kandidatenrede erstmal dazu benutzen, mich bei dem ehemaligen Bundesvorstand hier zu bedanken. Ich weiß auch überhaupt nicht, warum der K, warum der K-Bufo, warum der K-Bufo hieß. Es war für mich ein außerordentlicher, sehr arschgeiler und sehr aktiver Bufo. Ich möchte mich bedanken bei Veronique Schmitz, bei Thorsten Wirth, bei Gefion, bei Karo Mann-Gausewig und bei Alexander Zinser. Liebe Piratenpartei, ihr habt gerade den Stefan Körner, also ich habe ja gut reden als Landesvorsitzender eines Landesverbandes, der in den Umfragen bei 6% steht, aber ihr habt gerade einen ganz tollen ersten Vorsitzenden gewählt und ihr habt gerade auch einen Schatzmeister gewählt, der sich dadurch auszeichnete, dass er in dem Amt, das er hatte, vorher zurückgetreten ist, weswegen wir hier sitzen. Also ich möchte mich bei euch ganz herzlich bedanken für diese tolle Auswahl und ich finde es furchtbar, dass wir hier in dieser Partei nach einer verkackten Bundestagswahl und nach einer verkackten Europawahl nicht in der Lage waren, auch nur mal eine Stunde einer Aussprache darüber zu tun, was dort passiert ist. Dass wir als eine Partei, die mal zweistellig bundesweit in den Umfragen war, noch immer nicht aufgearbeitet haben, was dieser Erfolg in Berlin bedeutete, was das für diese Partei bedeutete und warum wir jetzt so hart bei bundesweiten Wahlen verkackt haben. Und liebe Leute, dass ihr jetzt hier so schreit und es nicht ertragen könnt, dass ich die Courage habe, hier mal die Wahrheit anzusprechen, das zeigt doch hier, was für eine apolitische Veranstaltung das hier ist und wes Geisteskind ihr seid. Wehes Geisteskind ihr seid. So was traut sich noch nicht mal die AfD. So was traut sich noch nicht mal die AfD. Entschuldigung. Mike, nimm bitte Mikro. Deine drei Minuten sind noch nicht um, aber der Versammlungsleiter hat gerade gesagt, ich soll den Cut machen, du kriegst die 26 Sekunden gleich noch. Umver Women, ich hoffe, es geht alle. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke, München. Danke, München. Und habe ich jetzt noch was? Wir sind jetzt in der Nachspielzeit. Ich wurde hier vom Schiri unterbrochen. Also, wir haben eine Zeit, in der wir ein Bundeskanzleramt haben, das an Frankfurt Kommunikationsdaten weitergibt über den BND an die NSA. Wir leben in einer Zeit, in der unsere Verteidigungsministerin automatisierte Waffensysteme kaufen möchte, um damit Leute umzubringen. So, jetzt waren die 30 Sekunden um. Entschuldigung. Ja, wir haben noch einen Absatz. Wir lassen nur einen Satz. Sei doch fair, wir lassen nur einen Satz. Halt, wir haben noch die Befragung. Christopher, ich nehme an, du möchtest befragt werden. Also, liebe Versammlung, möchtet ihr den Christopher befragen? Ich bitte um Karten. Okay, wir machen kurz die Probe. Bitte einmal nur die grünen Karten. Jetzt nur die roten Karten. Also, nochmal die grünen, bitte. Ja, also es ist keine klare Mehrheit für ein nicht stattfindender Befragung und damit werden wir ihn befragen. Tut mir leid. Also, wir haben wieder das übliche Verfahren. Bitte an die Redner Schlange anstellen. Wir losen wieder fünf Leute aus. Das sind die ersten fünf Fragen. Die Fragesteller haben 30 Sekunden und Christopher hat zwei Minuten, um zu antworten. Und Christopher, bitte die Kandidatenvorstellung machen. Potenzielle Fragesteller bitte in eine Reihe anstellen. Eine Reihe zeichnet sich dadurch aus, dass jeder nur einen Vordermann oder eine Vorderfrau hat. Und wir bitten die Versammlungsleitung für einen Moment, bis wir das durchgezählt haben. Also, es ist eine ziemlich lange Reihe, die hinten schon um die Ecke geht. Stellt euch bitte wirklich hintereinander auf. Wir kriegen das alles. Wir haben 32 Personen und ich bitte die Versammlungsleitung, das Anstellen zu beschließen. Also, wir haben jetzt 32 Personen in der Rednerliste und schließen damit die Schlange. Okay, wir losen jetzt aus. Die ersten fünf. Einen Moment. So, die erste ist Nummer 16 in der Schlange. Dann Nummer 6, bitte. Nummer 10. Nummer 3. Waren das schon fünf? Ja, nein. Nummer 24. Bitte alle, die jetzt in der Reihe stehen, in der Reihe stehen bleiben. Wenn die Versammlung noch weiter befragen möchte, nach den ersten fünf Fragen, seid ihr dabei. So, da bitte ich jetzt um die erste Frage. Es ist wieder 30 Sekunden für die Frage, zwei Minuten für die Antwort. Danke. Hallo, Christopher. Mir tut es nicht leid, im Gegensatz zur Versammlungsleitung, dass wir dich befragen können. Was möchtest du der Partei in zwei Minuten sagen? Ja, also erstmal muss ich sagen, wählt mich, weil mir wurde ja hier signalisiert, dass ich nochmal darauf hinweisen muss, dass ich hier ein Kandidat bin, der kandidiere. Und wenn es zu politisch wird, dann dreht man auch schon mal das Mikrofon ab. Ich wünsche mir eine Piratenpartei, die mal aufhört, endlich sich als Infrastrukturpartei zu sehen, sondern eine Piratenpartei, der klar ist, dass das Internet und der digitale Wandel in der Gesellschaft natürlich nur eine Nuance dessen ist, was wir derzeit an Umbau innerhalb der Gesellschaft erleben. Ich wünsche mir, dass die Piratenpartei eine Partei ist, die sich nicht diesem neoliberalen Paradigmenwechsel irgendwie hingibt, der das Versagen individualisiert und Verluste und Risiken verstaatlicht. Und wir müssten eigentlich die Partei sein, die auch sich sehr kritisch mit dem Vernetzten rechnen und dem, was dort alles stattfindet, auseinandersetzt. Denn was wir jetzt erkannt haben im Zuge der NSA-Debatte ist, dass Atomkraft Krebs verursacht. Und wir diskutieren leider nicht darüber, dass man die Atomkraft abschafft, sondern ob wir weniger Krebs bekommen, wenn man das Atomkraftwerk weiter in die Richtung stellt und es dann ein bisschen weiter weg ist. Wir hätten eigentlich das Potenzial, diese Partei zu sein. Oh, ich habe noch 43 Sekunden. Und wir machen es aber leider nicht und das ist sehr schade, weil wir es sein könnten, weil wir von unserem Wissen und unserer Ausbildung her und unserem, sag ich mal, kritischen Ansatz auch diejenigen wären, die die Möglichkeit hätten, dort Strukturen konstruktiv zu hinterfragen. Aber wir stehen uns halt, wie man an diesem Parteitag auch sehr schön sieht, gerne auf den Füßen und bepöbeln uns auf Twitter und nennen das dann Richtungsstreit. Das ist kein Richtungsstreit, das ist verbale Diarrhoe und da gibt es auch nichts dran, schön zu reden. Christopher, ich möchte mich bei dir entschuldigen, das war vorhin tatsächlich nicht in Ordnung von mir. Tut mir leid. Ja, Entschuldigung angenommen. Redebeitrag, bitte. Hallo, aus Sicht eines potenziellen zukünftigen politischen Geschäftsführers der Piratenpartei Deutschland, was denkst du denn waren die Gründe für dieses Abstürzen, wie du es vorhin in der Rede benannt hast? Ja, danke für die Frage und ich möchte zuerst eine zweite beantworten, weil, was ich noch nicht erzählt habe, ist, dass, also erstens wählt mich, damit hier aus meinem Wortbeitrag auch hervorher geht, dass ich mich hier bewerbe als Kandidat, aber zweitens, jetzt kommt das Verkaufsargument an die Partei. Ich war schon mal politischer Geschäftsführer. Ich habe zu Hause noch über 500 Visitenkarten, die kann ich sofort benutzen. Ich habe über 500 Visitenkarten, wo draufsteht, Christopher Lauer, politischer Geschäftsführer Piratenpartei Deutschland. Ich bin abwahleinsatzfähig. Was meiner Meinung nach dazu geführt hat, dass wir gewählt worden sind in Berlin, war, dass wir eben selbstbewusst nach vorne gegangen sind, dass wir gesagt haben, wir wollen einen fahrscheinlosen ÖPNV, wir wollen mehr Transparenz in Politik und Verwaltung, wir wollen eine andere Politik, eine Politik, die auch mal visionär ist und die sich nicht in diesen, sag ich mal, klassischen Denkmustern bewegt. Und natürlich hatten wir nicht irgendwie ein ausgerechnetes Konzept für irgendwas und unser damaliger Spitzenkandidat Andreas Baum hat ja auch bei der Frage, wie viel Schulden Berlin hat, richtig gesagt, viele, viele Millionen. Und ehrlich, das Niveau im Parlament geht ja nicht darüber hinaus. Das heißt, was es eigentlich bräuchte, wäre ja eine Politik, die sich einfach wieder traut, die Entscheidung zu treffen, die sie für richtig hält und die nicht innerhalb irgendeines unendlichen Kontinuums von jedem Zeitpunkt aus mal als richtige Entscheidung angesehen werden. Was meiner Meinung nach zu dem Absturz der Piraten geführt hat, ist, dass wir uns nicht eben mit diesem Wahlerfolg in Berlin auseinandergesetzt haben. Wir haben uns aber auch nicht mit den Wahlerfolgen in Saarland, NRW und Schleswig-Holstein auseinandergesetzt. Nämlich, wir haben nicht die Frage gestellt, haben die das aus dem Stand geschafft oder sind die quasi in dem Fahrwasser dieses Piratenhypes, den es Anfang 2012 war, gefahren. Und das ist meiner Meinung nach der Grund, weil wir dann auf Bundesebene so weitergemacht haben wie 2009 und das hat leider nicht funktioniert. So, die nächste Frage bitte. Ja, Christopher, du hast in deiner Rede einige wichtige Dinge angesprochen, Richtung Streit hier mal auszudebattieren, wäre vielleicht nicht falsch. Zu 70 Prozent gebe ich dir recht bei dem, was du gesagt hast, aber warum kackst du einen seit ein paar Minuten gewählten Bufo oder zwei neue Bufos an, wenn du hier Polgf werden willst? Wir haben eigentlich gerade damit Probleme, dass in der Partei wir gegeneinander schießen und du machst hier gradlinig genauso weiter. Was soll das bitte? Hättest du darauf nicht verzichten können. Ja, vielen lieben Dank, dass du mich nochmal auf meinen Umgangszon hingewiesen hast. Der passt natürlich sehr in diese Partei hinein. Ich kenne Stefan Körner, unseren jetzigen Vorsitzenden, als einen sehr konstruktiven Piraten. Er nannte das vom Bundesparteitag in Bingen beschlossene Liquid-Feedback-Programm zur Meinungsbildung Gesinnungsdatenbank, als wir in Chemnitz 2010 ein bedingungsloses Grundeinkommen und ein Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe beschlossen haben, zog er sich so lustige T-Shirts an, auf denen nochmal drauf stand, wie doof er das genau findet. Ich kenne ihn als jemanden, der sich immer dann, wenn diese Partei irgendwas Progressives gemacht hat, naja, abfällig darüber geäußert hat. Und ich habe mir gedacht, ein solcher Politiker mit Format, der den Landesverband Bayern ja auch etliche Jahre geführt hat und wahrscheinlich auch deswegen für den Erfolg dieses Landesverbandes bei der Landtagswahl und den Kommunalwahlen verantwortlich ist, Ich habe mir einfach gedacht, dass ein Politiker von diesem Format eine solche Schmähkritik von so einem Hans Wurst wie mir ertragen kann. Falls dem nicht der Fall sein sollte, bitte ich ihn hiermit nochmal ganz ausdrücklich und eindrücklich um Verzeihung. Es war tatsächlich nicht meine Absicht, ihn hier vor der Versammlung lächerlich zu machen. An sich hast du natürlich recht, die Debattenkultur in dieser Partei ist unterirdisch, dazu trage ich bei täglich. Und ganz ehrlich, wir werden da nichts dran ändern. Wir werden da nichts dran ändern, weil wir zwar immer sagen, wir müssen irgendwelche Grundwerte beschließen, wir finden das ja alles blöd und das ist ja alles ganz schlimm, aber dann stehst du morgen auf, hast deinen Kaffee noch nicht getrunken, machst du weiter. Das heißt, diese ganzen Lippenbekenntnisse sind eben nur das. Wir haben keine Kultur des Umgangs, wir haben auch keine Kultur der innerparteilichen Solidarität und wenn es das nicht gibt, dann geht das auch auf ewig so weiter, da mache ich niemandem Illusionen. So, ich glaube, wir hatten da gerade einen GO-Antrag, habe ich das richtig gesehen? Kannst du auch an das Kontra-Mikro gehen? Ich stelle den Antrag, die Redezeit auf eine Minute zu begrenzen. Das geht deswegen nicht, weil alle anderen Kandidaten auch zwei Minuten hatten und deswegen können wir das nicht machen. Okay? Das muss ich leider abweisen. Und zwar ohne Abstimmung. Jetzt kommt der nächste Redepretag, bitte. Äh, frag. Hallo, ich bin Lilli und ich danke dir für deine sehr aussagekräftige Kandidatenvorstellung. Danke. Ich würde gerne wissen, in welcher Art du das Spannungsfeld zwischen deinem eventuell jetzt angestrebten Job und dem, den du schon in der Partei innehast, siehst. Ja, in der Piratenpartei habe ich ja zwei Ämter, einmal Christopher Lauer und dann noch das Amt des ersten Vorsitzenden des Landesverbandes Berlin. Das muss man sich ungefähr so vorstellen, wie so ein Frühstücksdirektor posten. Wir haben da eine ziemlich klar aufgeteilte Geschäftsordnung. Meine Vorstandskollegen bestehen auch darauf, dass ich in ihre Bereiche nicht reinrede. Das wird dann nochmal insbesondere mit Hinblick auf den Rechenschaftsbericht 2013 ganz lustig. Ich nehme mir die Zeit dafür. Ich nehme mir die Zeit dafür und wenn du siehst, ich arbeite sehr effektiv. Zum Beispiel habe ich gestern über Thomas Heimann getwittert, also unser Justizsenator in Berlin, bei dem eingebrochen worden ist, prompt ruft die Presse bei mir an. Ich muss noch nicht mal mehr eine Pressemitteilung rausgeben, die rufen einfach bei mir an. Und das heißt, ich habe da wirklich diese Tools, für die die Piratenpartei ja auch bekannt ist, das nutze ich einfach. Da bin ich so ein Digital Native, wie man glaube ich auch sagt. Und da bringe ich mich natürlich mit ganzem Herzen in diese wunderschöne Partei mit ein. Und ich habe aber noch eine Minute und ich werde mich natürlich so einbringen, dass ich einmal das tue, wofür ich bekannt bin. Gute Stimmung, gute Laune, auch immer konstruktiv sein. Immer konstruktiv sein, weil wenn wir eins in den vergangenen fünf Jahren gemerkt haben, dann, dass wir mehr Konsense brauchen. Die Partei ist ja ständig im Begriff, sich zu spalten. Das war schon so, als ich 2010 Bufo war und politischer Geschäftsführer. Das ist jetzt nochmal der Werbeblock, der sich die Visitenkarten hat. Und deswegen, die Partei ist ja immer kurz vor der Spaltung und das gilt es, um jeden Preis zu verhindern. Weil, das hat ja auch schon Neumarkt gezeigt, da habe ich ja das letzte Mal von Spaltung gesprochen. Ich finde, wenn man sich anguckt, dass wir sowohl bei der Bundestagswahl ziemlich unerfolgreich waren und bei der Europawahl leider nur die sehr, sehr, wirklich sehr großartige Julia Rehda reinbekommen haben. Dann sollte sich bloß nichts daran ändern, wie wir auf Bundesebene aufgestellt sind. So, die nächste Frage, bitte. Ja, lieber Christopher, ich würde gerne wissen, was du in deinem Landesverband bisher getan hast, um die Probleme im Berliner Landesverband bisher geregelt zu bekommen. Das betrifft insbesondere Sachen irgendwie, wie den Entzug von Mitgliedsrechten, von möglicherweise Kandidaten, die hier sind oder anderen Leuten. Ich meine, du kannst dich ja gerne mal auch deine Qualifikation hier ein bisschen darstellen. Dankeschön. Ja, lieber Dennis, danke nochmal. Ich fand es ja übrigens sehr schade, dass du vorhin deine Kandidatur zurückgezogen hast. Ich hätte mich sehr darüber gefreut, wenn die Partei, also einen Mann von Format wie dich, als ihren ersten Vorsitzenden hätte. Es ist schade, dass wir jetzt nicht zusammenarbeiten können. Also das erstmal vorab. Dann, was für Qualifikationen, das ist ein schwieriges Wort, habe ich, ich bin Abiturient, habe ein abgeschlossenes, abgebrochenes Physikstudium, habe ein Studium der Kultur und Technik mit Schwerpunkt Wissenschafts- und Technikgeschichte, wo ich, glaube ich, im 13. Fachsemester bin oder so. Also ich sage mal so, das Studententicket in Berlin ist auch günstiger als so eine BVG-Karte. Habe aber trotzdem eine. Habe aber trotzdem eine. Habe trotzdem eine. Was ich im Berliner Landesverband gemacht habe, um die Probleme zu beseitigen. Nun ja, als ich das Amt des Vorsitzenden vom sehr großartigen Gerhard Anger übernahm, war die Piratenpartei Berlin in einer Krise. Sie war landesweit in den Umfragen nur noch bei 4 Prozent. Das konnte ich beheben. Wir sind jetzt bei 6 Prozent zur Umfrage zur Abgeordnetenhauswahl. Erstes Problem, erstes Problem beseitigt, wenn am Sonntagmorgen, also Landtagswahl wäre, die Piraten in Berlin wären wieder drin. Eine Kraft, mit der man rechnen muss. Und was ich ansonsten so an Problemen behoben habe, ja, weiß ich nicht. Das sprengt jetzt so eine Kandidatenvorstellung. Insgesamt bin ich ja da sehr leicht, was das Entziehen von Mitgliedsrechten angeht. Da müssen mich, das können meine Vorstandskollegen auch bestätigen, in diesen geschlossenen Sitzungen müssen die mich immer regelrecht zurückhalten. Ja, ich bin immer schon kurz davor, Eisenberg anzurufen und zu sagen, komm, schick eine Presseunterweisung raus. Aber der ist teuer, der Mann. Das können wir uns auch als Klammer-Landesverband nicht leisten. Aber meine Kollegen halten mich da immer ganz gut zurück. Und wenn Stefan Körner eines kann, wenn ich ihm eines zutraue, dann mich in dieser Partei zurückzuhalten. Und von daher sehe ich dem Ganzen gelassen entgegen. Und insgesamt habe ich da also einen ganz, glaube ich, guten Job gemacht mit meinen Vorstandskollegen in Berlin, um die Probleme dort anzugehen. Danke. So, wir haben damit die ersten fünf Fragen beantwortet. Es sind jetzt noch 27 Leute in der Rednerschlange. Wer möchte den Kandidaten weiter befragen? Bitte die grüne Karte. Wer nicht befragen möchte, die rote Karte. Das ist grün. Geheime Abstimmung. Okay, es ist grün. Wir werden weiter befragen. Wir haben jetzt nach meiner Rechnung 27. Stimmt es? Moment. 22. Es sind nur noch 22 in der Rednerschlange. Hinweis, die Schlange ist... Also wir haben einen Wechsel in der Versammlungsleitung. Wahrscheinlich seid ihr froh drum. Der Sven Klement übernimmt jetzt. Hinweis, die Schlange ist noch geschlossen. Wenn ihr sie noch mal aufmachen wollt, müsstet ihr sie noch mal aufmachen. Da müssen wir noch mal neu zählen. So, guten Nachmittag. Ich hoffe, ihr seid etwas wacher als heute Morgen. Ich habe bereits, ehe wir zur Auslosung der nächsten fünf Personen kommen, die Christopher befragen dürfen, habe ich einen GO-Antrag vorliegen. Der GO-Antrag lautet, Bastian Zapf, gegen den, der erfolgreich aus der Partei herausgeschmissen wurde, durch den Bundesvorstand und ein Hausverbot hat, der möchte gerne in die Halle. Und jetzt besteht die Frage auf ein Meinungsbild, ob die Versammlung den reinhaben will oder nicht. Das ist ein GO-Antrag, der zulässig ist. Ich lasse den deswegen zur Abstimmung. Wer will Bastian Zapf? Wir haben Gegenrede begründet. Okay, bitte. Der Antrag war ja jetzt nicht, den Mitmenschen reinzulassen, sondern hier darüber abzustimmen. Und ich bin dagegen, hier darüber abzustimmen, weil ich der Meinung bin, das soll die Versammlungsleitung entscheiden. Wir haben eine Versammlungsleitung gewählt, die hier verantwortungsbewusst mit den sensiblen Dingen umgehen soll. Ich will hier im Plenum keine Debatten über irgendwelche Freaks, die aus der Partei raus sind oder nicht. Wir haben Wichtigeres zu tun. Entscheidet ihr das? Darum kein Meinungsbild dazu. Da dieser GO-Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes besteht, hätte die Versammlungsleitung ganz gerne ein Meinungsbild zu dieser Frage. Die genaue Frage ist noch nicht verstanden. Könntet ihr sie noch mal wiederholen, bitte? Der GO-Antrag lautet, GO-Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes, ob die Versammlungsleitung das Hausverbot gegen Bastian Zapf aufheben soll. Wir führen jetzt das Meinungsbild gemäß GO durch. Es tut mir leid, die sind ohne Gegenrede an sich durchzuführen. Dementsprechend führen wir die jetzt durch. Ich sehe das Meinungsbild als negativ beschieden an und teile das dem Antragsteller dementsprechend mit. Ich danke euch für die kurze Unterbrechung. Und dann kämen wir zur, sorry Christopher für die Unterbrechung, aber GO-Anträge, du kennst das. Wir haben wie viele Leute im Moment in der Schlange stehen? 22 Personen. Danke, dann losen wir aus für die nächsten fünf Befragungen. Ich habe die Nummer 12, die Nummer 3, die Nummer 22, die Nummer 17 und zu guter Letzt die Nummer 11. Gut, sind alle bereit, dann würde ich die Fragerunde eröffentlichen. Okay, Christopher, erstmal finde ich es sehr löblich, dass du hier kandidierst. Was mich immer so ein bisschen treibt, ist die Frage, was motiviert Leute eigentlich, Politik zu machen? Also wenn du mir mal ganz kurz für dich beschreiben könntest, warum bist du in die Politik gegangen und dann ausgerechnet in eine Partei und dann ausgerechnet in die hier? Danke für diese Frage. Ich werde sie auch tatsächlich beantworten. Also ich war vor 2008 war ich so ein Rotwein-Linker. Da habe ich immer mit Bekannten dann so abends in der 400 Euro, 100 Quadratmeter unsanierten Wohnung im Friedrichshain saßen wir dann so und so, oh ja, ist ja alles scheiße so und die Welt ist voll ungerecht. Und dann hatte ich aber ein Auslandsjahr in China und das war sehr bizarr, weil dort konnte ich dann erleben, wie der Kapitalismus und die Diktatur sich so die Klinke in die Hand geben. Und das war sehr bizarr, weil man dort ein sehr westliches Leben führen konnte. Und das war Hangzhou, eine der zehn reichsten Städte in der Volksrepublik. Da fahren mehr Porsche Cayenne rum als im Prenzlauer Berg. Und das war sehr eindrücklich und gleichzeitig für mich auch bizarr, weil ich als ausländischer Student da von dem Staat erst mal in Ruhe gelassen worden bin. Und gleichzeitig halt die zehnfache Kaufkraft hatte wie ein normaler Chinese. Also ich hatte da 800 Euro im Monat zur Verfügung. Das ist dann das doppelte Gehalt eines Physikprofessors dort. Also das war alles sehr bizarr. Und zu sehen, wie Kapitalismus und eben diese Diktatur, ich würde eher sagen staatlich institutionalisierte, mafiöse Strukturen, das kennt man vielleicht noch aus Bayern, von der CSU, also wie die wunderbar mit Wohlstand funktionieren. Das hat mich sehr schockiert. Und als ich nach Hause gekommen bin 2009, hatten wir hier eine Vorratsdatenspeicherung. Wir hatten Internetsperren und ja, ich habe mir gedacht, nein, ich will nicht, dass Deutschland so wird wie die Volksrepublik China. Das geht nämlich schneller als man denkt. Und da war witzigerweise damals die Piratenpartei die einzige Partei, der ich das zugetraut habe, das zu verändern. Und eine Zeit lang sah es ja auch so aus. Ich muss einfach den Christopher Lauer einmal loben. Er hält sich hier wie kein anderer an die Redezeit. Auch das sollte mal von der Versammlungsleitung gelobt werden. Ich würde dann die nächste Frage stellen lassen. Lieber Christopher, vielen Dank erstmal, dass du hier Politik machst und nicht Cargo-Kult. Als Polgf bist du auch sowas wie das politische Sprachrohr der Partei zusammen mit dem 1.4. Das heißt, du wirst auch Alleingänge machen müssen in den Medien. Und ich habe deswegen eine relativ einfache Frage für dich. Kannst du für diesen Parteitag schlüssig darstellen, was der nach der Europawahl erfolgte Rechtsruck in Europa mit der Politik von Frau Merkel zu tun hat? Ja, wir haben, also wir haben erstens eine Politik in Deutschland, die die Folgen der Finanzkrise, ja, ich rede gerne lauter, wenn ihr das möchtet. Also wir haben erstens eine Politik in Deutschland, die immer so tut, als wäre die Finanzkrise so kompliziert. Ist sie ja gar nicht, ja. 2001 Dotcom-Blase zerplatzt. Deutschland brauchte schnelles, günstiges Geld. EZB senkt den Leitzins. Südeuropäer kaufen sich viel günstiges Geld, kaufen sich davon deutsche Produkte. Dann kommt irgendwie jemand auf die Idee, diese tollen Schulden in ein sogenanntes Finanzprodukt umzuwandeln, sogenannte Derivate. Das wäre so, als würde ich dir jetzt einen Schuldschein geben und dann tun wir das in den Sack und dann gehe ich wieder zur Bank und kaufe meine eigenen Schulden als Finanzprodukt. Und jada, 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 das explodiert alles und wer ist schuld? Zum großen Teil auch wir, insbesondere dessen, weil Deutschland auch europaweit ein krasses Lohndumping betreibt, das also nicht die Binnennachfrage ankurbelt und deswegen die Deutschen die schönen deutschen Produkte auch nicht kaufen können. Das wiederum hat dann, wenn man eine konservative Partei ist und es ganz geil findet, wenn die Bild-Zeitung von Pleitegriechen schreibt, natürlich zur Folge, dass irgendwelche konservativen Schnarchnasen wie der Lucke oder der Henkel, Oh Gott, ich saß mit dem mal beim Presseball, er ist ein ganz furchtbarer Mensch. Also solche Menschen werden dann natürlich von einer gewissen konservativen Presse hofiert und es ist ganz witzig, wenn man das anschaut, die AfD startete im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die fanden das halt irgendwie ganz geil, dass dieser Schnulli da so eine komische Partei macht und die Medien haben, denke ich, wenn auch nicht bewusst, aber zumindest unterbewusst gemerkt an uns, an uns Piraten, wenn man viel über eine Partei berichtet, dann kommt die irgendwann auch mal über die 5% und dann wird die irgendwann gewählt. Ich persönlich bin sehr glücklich darüber, dass die AfD jetzt im Europaparlament ist. Das wird nämlich dazu führen, dass die Skandalberichterstattung über sie in einem ähnlichen Maße zunehmen wird wie bei uns und sie dann auch relativ schnell wieder von der Bildfläche verschwinden wie wir. Fast Punktlandung, dann würde ich die nächste Frage bitten. Du hast eben gesagt, die Piraten waren lange Zeit die einzige Partei, von der du dir die Veränderung versprichst. Ich habe so ein bisschen den Eindruck bei deiner Rede jetzt hier, dass es eigentlich eine Bewerbung für die Partei ist. Bist du dir sicher, dass du dich hier als Polger für die Piraten bewirbst? Also ursprünglich war ich der Meinung, dass das hier jetzt der Kochkurs mit Johann Lafer ist, aber wo ich euch jetzt so sehe, bekomme ich langsam meine Zweifel und ich scheine hier tatsächlich für ein politisches Amt einer vielleicht politischen Partei zu kandidieren. Ich sehe meine politische Heimat tatsächlich bei der Piratenpartei und habe auch nicht vor, auch wenn ich immer damit kokettiere, mal zur CDU zu gehen oder so, aber das ist ja noch ein schlimmerer Sauhaufen. Also wenn ich mit der Piratenpartei aufhören würde, dann höre ich aber auch ganz komplett mit der Politik in Parteien auf. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Hallo Christopher, ich habe eine Frage an dich und ich finde es total sportlich von dir, wenn du die kurz und knapp als Entscheidungsfrage mit Ja oder Nein beantwortest. Meine Frage, versprichst du der hier anwesenden Versammlung hier und heute, dass du dein unbestreitbares politisches Talent im Rahmen deiner Amtszeit primär gegen den politischen Gegner außerhalb der Partei richtest, anstatt nachher Ja oder Nein? Ja. Da meine ursprüngliche Frage schon gestellt wurde, schließe ich mich dieser Frage jetzt in folgender Form an. War das nur wieder ein weiterer Witz oder war das ernst gemeint? Eine Oder-Frage kann man immer ganz gut mit Ja oder Nein beantworten, also sage ich einfach mal Ja. Gut, damit hätten wir dann diese Fragerunde mit Christopher Lauer abgeschlossen. Wünscht die Versammlung eine weitere Befragung? Ich fände dir Nein zu sagen, aber ist nicht klar, ne? Die Versammlungsleitung sieht deutlich mehr rot als grün. Damit wäre die Fragerunde abgeschlossen. Wir danken Christopher für seine Vorstellung und würden zum... Und dann kommen wir zum nächsten Kandidaten, das ist der Babak Tubis, laut meiner Liste, die ich hier liegen habe. Also laut der Liste vom Wahlleiter hier... Also nach Christopher hier reden zu müssen, ist echt eine Tortur. Ja komm, er kann wirklich gut reden, auch wenn es manchmal etwas nervig ist. Aber mein Name ist Babak Tubis, ich bin 42, ich komme aus NRW und lebe in Köln. Ich habe 2010, weil ich versuche eine eigene Vorstellung zu machen, den Kreisverband Köln mitgegründet und war bis 2013 auch im Vorstand. Als Piraten wollten wir mal für Veränderungen einstehen. An der Stelle bin ich mit Christopher einer Meinung. Wir wollten Verbesserungen einführen. Auch da bin ich mit ihm einer Meinung. Die bisherigen Politiker hatten uns genervt. Sie waren inkompetent, zum großen Teil, nicht alle. Und auch Fachleute wollten sie nicht hören. Zum Teil Leute, die jetzt bei uns gelandet sind. Wir wollten vor allen Dingen auch unsere Bürgerrechte nicht verlieren. Viele sehen diesen BVT hier heute als richtungsweisend an. Wenn wir hier rechts, links, sozialliberal, progressiv oder sonst was rausgehen. Sorry. Das sind für mich eigentlich nur Wortfetzen, Hülsen. Weil im Prinzip ticken wir ja alle ziemlich ähnlich. Doch, tun wir. Wenn du wirklich mit den Leuten zusammenkommst und redest, tun wir das. Allerdings werden diese Begrifflichkeiten mit einer Vehemenz verteidigt, dass es mir eigentlich Angst und Bange werden sollte. Aber sie zeigen mir vor allem auch, dass wir noch immer in einer Politik 1-0 stecken und nicht in einer 2-0. Selbst mit unseren Möglichkeiten, die wir haben, sind wir noch nicht mal bei 1-5 angekommen. Und ganz ehrlich, so wie wir miteinander umgehen, und das kenne ich alles schon, das hat mich eigentlich von den anderen Parteien weggetrieben. Überall in der Republik versuchen momentan Piraten wirklich Politik zu machen. Mittlerweile sind es über 400, die wir in Kommunalparlamenten, Landesparlamenten und sonst wo haben. Diese Leute brauchen auch unsere Unterstützung. Wir müssen ihnen ein Leitbild geben, wir müssen ihnen ein Gerüst und Rüstzeug geben, damit sie tatsächlich auch vernünftige Politik in den Kommunalräten, in den Bezirksämtern, in den Stadträten machen können. Wir müssen Vorbilder für eine Politik sein, damit die anderen Parteien tatsächlich auf uns neidisch werden. Sorry Christopher, mit dem, was du heute gemacht hast, ich glaube, das sind wir dann doch nicht. Das Ganze beginnt allerdings mit einem ersten Schritt. Und der erste Schritt ist im Prinzip Respekt, wie wir miteinander umgehen. Baba, bitte zum Schluss kommen. Wir wollen die Freiheit des Einzelnen schützen und wir wollen ein vernünftiges Sozialleben miteinander gestalten. Und um das mit uns gemeinschaftlich zu machen, stehe ich hier und kandidiere. Danke. Danke, Baba. Bleib einen Moment noch da stehen, bitte. Ich entschuldige mich im Namen des ganzen Teams hier für den BIMAFU, aber die Ticketnummern, die wir brauchten, waren zerrissen. Okay, gut, der Wahlleiter übernimmt die Verantwortung. Dann frage ich jetzt, will die Versammlung Baba Tubis als Kandidaten befragen? Das ist überwiegend grün, würde ich sagen. Dementsprechend öffne ich die Rednerliste. Dann bitte jetzt anstellen. Also das ist schön. Ihr wollt ihn alle befragen, aber keiner ans Mikro. Ich habe zwei am Mikro im Moment. Also jetzt bitte schreiend und handerhoben zum Mikro rennen, sonst würde ich, okay, wir haben, wir haben welche, gut. Wir haben vier im Moment. Da hinten kommt noch mindestens einer. So, jetzt bräuchte ich eine Zahl. Wir würden jetzt die Rednerliste schließen. Und wir haben wie viele? Acht Fragende. Dann ziehen wir die. Einmal die Nummer 5, bitte. Korrektur 7. Ich bin Andreas. Moment, Moment. Wir haben noch nicht fertig ausgelost. Die Nummer 4 als nächstes. Dann die Nummer 2. Die Nummer 6, bitte. Und die Nummer 7. Wie ihr seht, wir haben keine Nummer 8 gezogen. Das heißt, das Problem hat sich nicht gestellt. So, dann würde ich jetzt dem Fragenden Nummer 1 das Wort geben. Ja, also Babak, man muss ja sagen, wir hatten hier heute schon einen Kandidaten. Der ist hier rhetorisch absolut überlegen. Muss man neidlos anerkennen. Tue ich auch. Auf der anderen Seite, der hat halt Dinge aufgezählt, die jeder unterschreiben kann. Und das ist das Ding, das macht Seehofer auch. Das kennen wir. Das zieht. Ich wollte bei dir einfach nur mal wissen, du hast Lösungsvorschläge angeboten. Lösungsvorschläge. Du willst was in der Partei ändern. Kannst du das nochmal ein bisschen dezidierter, genauer darstellen, was du dir vorstellst, wie die Konflikte überbrückt werden können. Danke. Ich habe vor über zwei Jahren schon mal angeregt, dass wir zum Beispiel in NRW Ombudsleute haben sollten, bevor es ins Schiedsgericht geht. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn es Theater gibt, dann ist die einzige Möglichkeit, tatsächlich solch ein Theater aus dem Weg zu räumen, nicht über Twitter. Das geht nicht. Es geht ja noch nicht mal per Mail. Es geht noch nicht mal per Brief, also Snail-Mail. Es geht nur im realen Leben, dass man sich gegenüber sitzt, dass man tatsächlich den anderen Angesicht zu Angesicht gegenübersteht oder sitzt und mit ihm redet und zwar vernünftig. Das ist einer der Punkte. Ich glaube nämlich nicht, dass die, die sich als progressiv bezeichnen, so weit von der Mitte der Partei weg sind. Genauso wenig wie die sogenannten Sozialliberalen. Die streiten sich über Begrifflichkeiten. Wenn man da die richtigen Definitionen rauskriegt und das geht nur real, dann kann man die auch wieder zusammenbringen, dann hat man, okay, Leute nennen das Flügel, die einen wollen es etwas mehr so, die anderen etwas mehr so, aber man kann zusammen an einem Strang ziehen. Sonst geht das nicht. Wenn wir die ganze Zeit nur aufeinander einprügeln, da brauchen wir eine ganz andere Kultur. Christoph hat es völlig richtig gesagt, wir haben diese Kultur noch nicht. Die müssen wir entwickeln und zwar zusammen. Danke, dann kommen wir zur nächsten Frage, bitte. Hallo, Seko hat ja vorhin gesagt, ihm schwebt eine Geschäftsordnung des Bundesvorstandes vor, bei dem die Landesverbände über ihre Landesvorstände ein Mitspracherecht, eventuell sogar ein Vetorecht haben. Wie stehst du denn zu dieser Idee? Wie würdest du ihn dabei unterstützen, diese Idee auszubauen oder welche Alternativen schweben dir vor? Interessanterweise ist da die Lösung dieselbe, die ich gerade eben angesprochen habe, die Leute müssen reden. Dann brauchen wir kein zusätzliches Gremium und eine Überregulierung, wie sie, also ganz ehrlich, mich hat diese Art von Überregulierung eigentlich zu den Piraten getrieben. Heute habe ich auch ein bisschen hier von dieser Überregulierung mitgekriegt, okay, das geht noch, wenn er mir tatsächlich oder wenn die ganze Gruppe mir tatsächlich die gesamten Vorteile aufzählen kann und ich finde kein Gegenargument, bin ich dafür, werde ich ihn da in der Hinsicht richtig unterstützen, aber das habe ich noch nicht gekriegt und das würde ich gerne noch haben. Und diese Überzeugungsarbeit muss man bei mir noch leisten. Gut, danke. Nächste Frage, bitte. Kleine Frage. Das Reden ist sicherlich sehr wichtig. Die Frage ist jetzt, wie möchtest du oder welche Wege siehst du, die Leute zum Reden zu bringen, anstatt sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen? Die Problematik hierbei ist nicht die, dass wir sie zum Reden bringen, zwingen sollten. Also das geht nicht. Aber man muss den Leuten vor Augen führen und dafür braucht es jemanden, der versucht neutral zu bleiben, der versucht neutral zu bleiben, weil niemand kann tatsächlich objektiv bleiben und völlig neutral, das geht nicht. Aber wenn man die richtigen Leute zusammenkriegt und versucht dabei neutral zu bleiben, dann kann man die Befindlichkeiten im Regelfall rauskriegen, drüber reden. Und wenn es dann manchmal Leute gibt, die tatsächlich in keiner Weise denken, dass sie für das Wohl der Piraten an der Stelle zusammenarbeiten sollten, okay. Hopp, okay. Das ist allerdings dann eine Stelle, wo ich dann sage, es gibt auch einen Punkt, an dem es ein Point of no return, da gibt es nicht mehr weiter die Möglichkeit zu reden. Das ist schade, dass es das gibt, aber leider ist das Fakt. Und da muss man gucken, welche Möglichkeiten man hat, die Partei insgesamt weiter vor Schaden zu schützen. Weil deswegen sind wir hier, wir wollen politische Arbeit leisten, das müssen wir im Prinzip zusammen und das sollten wir auch versuchen, in einer Solidarität, die gerade angesprochen ist, dass die nicht herrscht oder noch nicht herrscht, die müssen wir entwickeln, damit wir in dieser Solidarität tatsächlich auch diese vernünftige Politik machen können, die wir irgendwann mal machen wollten. Danke, dann kommen wir zur nächsten Frage, bitte. Herr Heuberbach, ich kenne dich als Praktiker, deswegen meine Frage so, ich meine sie ernst. Wenn du merkst, dass der Bundesvorstand, der Nächste hier nicht mehr gemeinsam miteinander arbeiten kann, sich da zeigt, dass irgendwie der eine mit dem anderen so ein bisschen, ja, dass das alles nicht mehr so richtig klappt, würdest du für die Bande auch kochen oder was hättest du für eine Lösung? Ganz ehrlich gesagt, interessanterweise ist eine Essensrunde ein vernünftiges Mittel, um mal in Ruhe zusammen an einem Tisch zu sitzen, dass man sich dann anschließend bei einer Zigarette, bei einem Bier, bei einem Whisky auch vernünftig unterhalten kann, bringt im Regelfall diese Ruhe mit sich und ja, ich würde dann auch für die kochen und dann auch vielleicht ein Drei- oder Vier-Gänge-Menü. Danke, dann kommen wir zur letzten Frage dieser Fragerunde. Herr Heuberbach, ich wüsste gerne, ob du in einer bestimmten Frage mit mir übereinstimmst. Ich finde nämlich, dass man zwar reden kann, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt, ich finde es menschenverachtend, wenn Leute den Udo Vetter mit einem Nazi-Anwalt vergleichen, als Nazi-Anwalt beschimpfen. Ich finde es menschenverachtend, wenn unsere Technik mit Adolf Eichmann verrichten wird. Und ich bin der Ansicht, dass man an der Stelle nicht mehr reden kann. Wie siehst du das? Wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt einen Point of No Return. Es gibt einen Punkt, an dem man definitiv nicht zurück kann. Einer dieser Punkte, an dem man nicht mehr zurück kann, ist, wenn man tatsächlich das Gesetz an der Stelle überschreitet. Wenn man gegen das Gesetz verstößt. An der Stelle schützt auch die Partei uns nicht vor diesem Gesetz, weil sollten wir in diesem Lande hier leben wollen und das akzeptieren, dann müssen wir uns den Regeln entsprechend verhalten. Wir sind hier als Partei, damit wir einen großen Teil dieser Regeln ändern wollen. Aber wenn wir das von außen machen, ist das Aktionismus, ist okay. Aber die Partei ist nicht dafür gedacht, von außen zu agieren und dauernd irgendwas kaputt zu machen, sondern sie ist dafür da, um tatsächlich von innen heraus die Sachen zu ändern. Wir haben genug Willen dafür hier in Deutschland und das sollten wir dann auch einmal richtig durchsetzen. Bitte. Danke, Babak. Dann hätten wir noch zwei Fragen in der Reihe stehen. Wünscht die Versammlung, Babak weiter zu befragen? Das ist eindeutig nein. Dann danke ich dir, Babak und bis später. Dann kommt als nächstes Christoph Tinguilutis. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen und seinen Namen nicht zu sehr hier mitgenommen. Es scheint okay gewesen zu sein. Ich würde ihn bitten, seinen Namen dann auch einmal klar und deutlich vorzutragen. Also mein Name ist Christoph Tinguilutis. Ich bin 1V in Hessen. Ich bin total begeistert, dass der Kollege aus Berlin wahrhaftig nicht weiß, dass wir nicht in München sind, sondern in Halle. Ich bin total begeistert. Ich bin absolut begeistert, dass wir hier wieder uns gegenseitig angreifen. Er hat es sehr charmant formuliert. Fand ich total klasse. Also ich kann nicht so gut reden wie er. Er ist auch Berufspolitiker. Ich mache das aus Hobby. Ich liebe diese Partei. Ich bin damals reingekommen. Als ich reingekommen bin, habe ich WoW gezockt. WoW ist ein Online-Game. Da war ich ungefähr so beschäftigt wie jetzt heutzutage bei den Piraten. Damals habe ich TS genommen. Heutzutage gibt es andere Tools. Genauso haben wir uns damals gestritten, um etwas zu erreichen. Und wir als Piratenpartei haben jetzt die Möglichkeit, wirklich nach vorne zu gehen und zu gucken. Ich möchte mit Sekur zusammenarbeiten. Ich möchte mit Stefan zusammenarbeiten. Ich möchte diese Partei nach vorne bringen. Diese Partei bringen wir nicht nach vorne, indem wir uns hinstellen und wieder so anfangen wie vorher. 2010 erinnern sich die Alten. Da war doch letztens noch so einer im Bufo. Was da passiert ist, wisst ihr ja. Und warum wir hier stehen und Probleme momentan haben, die wir nicht lösen. Lösen können wir sie wirklich nicht über Twitter, über irgendwelche anderen Medien, sondern indem wir uns treffen. Indem wir uns jederzeit zusammen hinsetzen und treffen. Und nicht, dass ich irgendwo einen Schwanzvergleich über Twitter, ob ich 20.000 Follower habe oder 5.000 oder 1.000. Das ist nicht unsere Parteimedium. Ansonsten müssen wir mal darüber nachdenken, dieses Twitter zu kaufen, damit wir darüber miteinander kommunizieren. Wir haben Regionalkonferenzen, die wir machen müssen. Wir müssen arbeiten und zwar politisch und zwar nicht nur eine Person oder zwei, sondern wir alle als Mitglieder. Dafür haben wir irgendwo mal die Bio beschlossen. Verdammt, wir müssen und brauchen sie. Und die müssen wir auch mal umsetzen. Und nicht immer sagen, dieses Tool gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, das dritte gefällt mir nicht. Und da haben wir wieder eine Diskussion. Nee, wir müssen einfach nach vorne gucken. Innerparteilich müssen wir nach vorne gehen. Und innerparteilich heißt für mich, wir müssen diskutieren. Hier sitzen wir, die ganzen Leute, wirklich über fast 1.000 Piraten und wir reden. Wir kacken uns nicht an. Wir gehen raus und wir gucken uns sogar in die Augen. Und das ist egal, ob es die Anne Helm ist, mit mir oder mit wem, auch immer. Wir reden. Und das brauchen wir öfters. Wir müssen reden, kommunizieren. Und dann haben die anderen Angst. Es kann doch nicht sein, dass die Grünen uns verarschen. Sie stellen sich da einfach hin und sagen, wir sind die neue Datenschutzpartei. Von Arsch sind sie. Das sind sie nicht. Die Grünen sind es nicht. Wir sind es. Wir sind das original. Wenn ich mir angucke, wie die SPD über unsere Mandatsträger in Berlin redet, dass das Spinner sind. Leck mich doch am Arsch. Was seid ihr denn? Ihr wart mal die Arbeiterpartei. Das sind sie nicht mehr. Wir müssen nach nach außen fahren. Bitte zum Ende kommen. Oh, Entschuldigung. Ja, ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich weise die Versammlung darauf hin, dass die Frage jetzt lautet, wollt ihr den Kandidaten befragen und nicht, wollt ihr ihm Herzchen zuwerfen, dementsprechend bitte grüne oder orange Karten zeigen. Das ist eine überwältigende Mehrheit, die weiter Fragen stellen will. Dann würde ich euch bitten, euch am Mikrofon einzufinden. So, das sieht so aus, als wäre die Rednerliste fast komplett. Jeder, der jetzt noch dahin will, soll bitte sich deutlich bemerkbar machen. Dann würde ich jetzt die Rednerliste schließen. Da kommt noch einer. 15. Ich habe noch einen dabei. Dann zähl noch mal. Jetzt schließe ich. Jetzt keiner mehr anstellen. Fertig. 17. 17 sind es dann. Dann ziehen wir mal. 5 aus 17, Nummer 1, die 10. Ziffer 2, die 3, bitte. Und ich höre jetzt auf, euch zu verwirren. Die 8, bitte. Die Nummer 9. Und die Nummer 11, bitte. Das wären dann 5 aus 17, sind 10, 3, 8, 9 und 11. Bitte in der Reihenfolge noch stehen bleiben, falls wir weiter befragen. Ich würde dann die erste Frage zulassen. Ich bin es schon wieder, Andreas. Christos, du hast gerade mit Werf dafür gesprochen, dass wir zusammenrücken müssen, dass wir die Gemeinsamkeiten auch sehen und erkennen müssen. Auf der anderen Seite, klar, du präsentierst dich, du willst überzeugen. Für mich war noch nicht so ganz erkennbar, wie du Menschen zusammenführen willst. Also bringst du die Geduld mit und bringst du auch die Kraft mit, zuzuhören und bringst auch die Bescheidenheit mit, mal dich selbst zurückzunehmen. Und warum, wenn du das glaubst, warum glaubst du, dass du das mitbringst? Also jeder, der mich normalerweise kennt, weiß, dass ich zuhöre, dass ich alle Lager mir anhöre, in der Regel. Insofern, dass ich nicht vorher durchbeleidigt worden bin. Insofern, dass ich nicht vorher durchbeleidigt worden bin. Grundsätzlich habe ich ein Konzept ausgearbeitet, für mich persönlich, was ich auch vorher angesprochen habe, dass wir sogenannte Regionalkonferenzen im innerparteilichen Aufstellen, einmal im Osten, einmal im Süden, einmal im Norden und im Westen. Und das möchte ich so schnell wie möglich umsetzen. Das wäre zum einen, das Reden ist, was ich vorher sagte, elementar wichtig. Wir müssen eine Umsetzung unserer Gedanken bringen. Ich war vor zwei Wochen bei der Gründung der SG-Wahlen. Da waren verschiedene Strömungen. Und da habe ich festgestellt, wir sind alle gar nicht unterschiedlich. Wir sind eigentlich sehr, sehr ähnlich. Wir haben einen Kern. Nur wir haben Ängste. Und diese Ängste müssen besprochen werden. Was hat jeder persönlich für Ängste? Und diese Ängste, wenn du die rausbringst und die einmal ausgesprochen hast, hast du aus meiner Sicht eine Befreiung der Person. Und dann kann man wieder Sachpolitik machen. Es gibt bei uns das Problem, es sind Lautsprecher da. Natürlich kann ich auch gestikulieren und schreien und machen. Natürlich ist hier ein Weltklasse-Rhetoriker wie Christoph Lauer da. Natürlich sind Leute, die da waren. Aber wir müssen nicht uns präsentieren, sondern wir müssen alle mitnehmen. Die Basis. Das ist für mich entscheidend. Danke. Dann Frage Nummer zwei, bitte. Ja, mein Name ist Ingo. Ich bin aus Berlin. Was mir bei den Vorstellungen so aufgefallen ist, dass man über alles schön redet. Man will keine Atomkraftwerke dahin und dahin verschieben. Man will die Basis zusammenbringen. Man will den Vorstand zusammenbringen. Man will alles Mögliche zusammenbringen. Ich habe noch nie auf einen Parteitag von irgendwelchen Politikern oder von Leuten gehört, die sich vorgestellt haben, dass wir ein Problem haben mit Altersarmut, dass die Alten besonderen Beschubs bedürfen in unserer Gesellschaft und die Kinder auch. Und das ist nie benannt worden. Und ich frage mich, warum nicht? Warum wir jetzt die letzten 150 Jahre das nicht besprochen haben? Da musst du die SPD fragen. Die hat Scheiße gebaut. Da musst du die CDU fragen. Die hat dieses ganze System nach vorne gebracht. Da musst du nicht uns fragen. Wir wollen revolutionieren. Wir wollen was verändern. Wir wollen die Gesellschaft digital verändern. Wir sind dabei, dass wir in irgendeiner Richtung was verändern wollen. Die alte Eingesessenen, die Altparteien, die sind sicherlich nicht so. Dann kommen wir zur nächsten Frage, bitte. Meine Theorie ist ja, dass man mit der Wahl von jemandem nur glücklich werden kann. Nicht nur, wenn er ein Quorum erreicht oder eine Mehrheit, sondern wenn auch die Erwartungshaltung klar ist, was die Leute eigentlich wollen. Und ich erlebe zwei Erwartungshaltungen hier. Die eine ist, wir haben ziemlich viel internen Scheiß am Hacken. Das muss irgendjemand auf die Reihe bekommen und das wird auch auf den Buffo projiziert. Wahrscheinlich müssen wir da alle dran mitarbeiten. Die zweite Erwartungshaltung ist aber an den politischen Geschäftsführer, dass er auch mal eben unsere politischen Gegner attackiert und unsere Positionen rüberbringt. Den letzten Teil hast du eben mit Werf gemacht, bis die Redezeit rum war. Aber ja, also meine Frage ist, wo siehst du da eher einen Schwerpunkt? Wir müssen erst mal Respekt wieder voneinander haben. Wenn wir Respekt untereinander haben, dann haben wir auch Respekt nach außen. Dann hat der Wähler wieder Respekt vor uns und dann nimmt man uns auch ernst. Und dann können wir auch natürlich parallel dazu die anderen angreifen. Wenn wir irgendwas können, dann ist es bashen. Und wenn wir dieses bashen mal gegen die anderen benutzen würden, dann wären wir Weltklasse. Das war es schon. Okay. Dann nach meiner Zählweise sind fünf... Einer ist noch da. Ja, ich bin noch dran. Kurze Frage. Kannst du mir bitte kurz erläutern, an welchen programmatischen Inhalten du bis jetzt mitgearbeitet hast? Ich habe zwei oder drei Anträge in den letzten Jahren gearbeitet, habe aber sehr viel Vorstandsarbeit getätigt, habe auch in Hessen gearbeitet. Wir haben mit Patrick Bayer und ein paar anderen Leuten einen Antrag gestellt. In Neumünster, glaube ich, war das. Ich habe leider Gottes Willen seit vier Jahren Vorstandsarbeit getätigt, sodass ich extrem, wenn du dich daran erinnerst, war es so, dass wir Vorstände früher eher verwaltend tätig waren. Heutzutage ist es eher so, dass wir mehr nach außen gehen. Ich habe mich im Fracking-Antrag damals in Hessen mit eingebracht. Es gibt diverse Sachen. Also ich müsste gucken, wo ich überall gearbeitet habe. Danke. Dann, ich habe mich vorhin erzählt, es ist tatsächlich noch einer da. Dann bitte. Christoph, du hast vorhin den Basisentscheid angesprochen. Kannst du mal kurz erläutern, wie du bisher im LAFO in Hessen die Basis mitbeteiligt hast an den Entscheidungen des Landesvorstands und allgemein der Basisentscheidung ermöglicht hast? Die letzten Umfragen waren, glaube ich, also wir haben in Hessen V&B, das heißt ein Tor, das wir die Basis befragen können. Wir haben leider in den letzten Umfragen nur an die 30 Prozent erreicht. Ansonsten hatten wir mehr. Diese 30 Prozent ergaben, glaube ich, ob wir sozialliberal sind, mit etwas über 50 Prozent, dass wir nicht wollen, dass die Gewalt, also den Gewaltpass, fast 90 Prozent der Hessen haben das verneint, was ich auch sehr toll fand. Das waren jetzt so die letzten Sachen. Also das ist ein Tool, wo wir benutzen. Wir haben noch ein Team, was ein LS, also Lime-Survey-Umfragen macht. Auch da haben wir letztes Jahr zum Beispiel bei der Wahl die Plakate und die Tonalitäten der einzelnen Aufgaben dann halt der Basis befragen lassen. Wenn ich mich nicht richte. War richtig, mich am, oder? Danke. Danke. Nicht weglaufen. Wollt ihr den Kandidaten weiter befragen? Nein. Wir sehen alle drei rot. Das würde Nein bedeuten. Ich danke den Fragen, die sich angestellt haben. Ich danke dem Kandidaten. Und wir kommen zum nächsten. Als nächsten Kandidaten haben wir den Ali Utlu. Bitte sich auf die Bühne begeben. Auch du hast drei Minuten und ich würde mich freuen, wenn ich dir nicht ins Wort fallen muss. Also das, was mein Beitritt in diese Partei ausgelöst hatte, war ein Gefühl des Glücks, weil endlich hatte ich eine Partei gefunden, die aus so vielen Richtungen bestand, aus so vielen Menschen aller Couleur. Und alle haben im demokratischen Wettkampf versucht, ihre Themen einfach nach vorne zu bringen. Irgendwann war es so, dass sich wohl einige gleicher gefühlt haben als alle anderen und dieses Gefüge einfach plötzlich nicht mehr funktionierte. Das Ergebnis davon ist, dass wir heute in Halle sind und einen neuen Bufo wählen. Ich möchte auf jeden Fall, dass die Basis wieder das ist, was diese Partei prägte. Und zwar der Hauptteil unserer Arbeit. Der Bufo muss offen sein für die Basis. Sie muss den BO vorantreiben, der bisher fahrlässig vernachlässigt wurde. Wir müssen einfach auch wieder offene Sprechstunden haben. Wir müssen einfach da sein, ein Ohr haben und vor allem brauchen wir Ruhe innerhalb der Partei. Damit wir endlich das machen können, wofür wir da sind. Uns werden jeden Tag erneut Themen geschenkt, die an uns vorbeigehen und die von anderen Parteien einfach aufgegriffen werden. Die Grünen sind keine Netzpartei. Sie werden es auch niemals sein. Sie sind ja bis heute noch IT-feindlich. Die SPD ist diejenige, die uns abhören wollte. Sie sind diejenigen, die der NSA erlauben, auch hier unsere E-Mails, unsere Nachrichten mitzulesen. Und das muss endlich aufhören. Ich möchte niemanden von der NSA bei mir im Wohnzimmer haben und ihm Tee geben müssen, damit er noch direkt vor Ort noch mitschauen kann, was dort passiert. Ich möchte nicht, dass der Staat sich einmächelt in mein Leben. Es geht niemandem was an, was ich zu Hause mache. Es geht auch niemandem was an, was bei mir im Schlafzimmer passiert. Aber genau das ist nicht mehr unter Schutz. Wir sind offen wie ein Glas Wasser. Alle können sehen, was wir machen. Wir können doch damit nicht zufrieden sein. Das Einzige, was wir professionell gemacht haben, ist diese Partei zerlegen. Und damit muss endlich Schluss sein. Und ich habe keinen Bock mehr, dass sich irgendeiner hier nach vorne stellt und irgendetwas von Flausch sagt. Wenn Flausch, dann mit Stahlwolle, weil irgendwo muss auch mal eine Grenze sein. Ich kann mit jedem Piraten professionell zusammenarbeiten. Ab der Ebene, wo es persönlich wird, muss ein Stoppschild aufgestellt werden. Und dieses Stoppschild hat jeder in dieser Partei. Und jeder hat das Recht, auch darauf hinzuweisen. Und da ist es auch egal, ob man gut in Politik ist oder sonst was. Auch die Leisen haben das Recht, in dieser Partei gehört zu werden. Sie sind unser Rückgrat. Und vor allem möchte ich unserer Verwaltung danken. Ich möchte unserer IT danken. Ich möchte all denen danken, die nicht twittern, sondern jeden Tag dafür sorgen, dass wir hier überhaupt arbeiten können. Und das war ein schönes Schlusswort, weil deine Zeit ist leider vorbei. Okay, war kurz, aber danke. Dann kämen wir zu der Befragung, ob ihr den Kandidaten befragen wollt. Das ist für mich eindeutig. Dann würde ich euch bitten, euch aufzustellen an der Schlange zum Mikrofon. Und ich habe einen GO-Antrag. Den werde ich dann jetzt zuerst behandeln. Ja, GO-Antrag auf Festlegung des Abstimmungsmodus auf Präferenzwahl mit folgender Begründung. Wir haben hier sehr viele, sehr wortgewaltige Kandidatoren erlebt. Und ich möchte einfach, dass diese Versammlung die Möglichkeit erhält, da entsprechend abzustufen und nicht nur hopp oder top jemanden zu wählen. Denn Statistiken etc. zeigen, dass dieser Better-than-expected-Effekt der Präferenzwahl sehr viel höher ist als bei Simbel im Ja oder Nein. Gut, damit ich sehe, dass es da auf jeden Fall zumindest mal formale Gegenrede gibt. Gibt es auch begründete Gegenrede? Dann könnt ihr euch ans Mikrofon begeben. Ich sehe gerade niemanden, der sich zum Mikrofon bewegt. Das wäre dann nur eine formale Gegenrede. Dementsprechend stimmen wir darüber ab. Wer ist für oder gegen den GO-Antrag auf Änderung des Wahlverfahrens? Und ohne Absprache mit meinen beiden Mitteamlern hier sehe ich da ganz klar rot. Damit wäre der GO-Antrag abgelehnt. Der Wahlleiter sagt, ich soll sagen, es wäre orange und nicht rot. So, wie viele Leute stehen denn jetzt an für die Kandidierendenbefragung? Sechs. Dann werden wir die Liste jetzt schließen und dann losen wir... Da laufen noch Leute. Ich lasse da Kulanz walten. Wenn Leute sich zu der Rednerschlange begeben, dann wäre es sehr schön, wenn sie irgendwie laut wedelnd mit ihrer grünen Karte anzeigen würden, dass sie nicht gerade aufs Klo gehen. Dem schließe ich mich als Versammlungsleitung an. Wir haben dementsprechend jetzt sieben Leute anstehen. Dann werden wir aus diesen sieben die fünf glücklichen Fragesteller auslosen. Die fünf, die drei, die sieben, die eins und die sechs. Angebote von Öffentlich-Rechtlichen für die Lotto-Glücksfee nehme ich dankend an. Übrigens nur mit der Assistenz. So, dann kämen wir zur Befragung. Kann bitte jemand das Mikrofon dementsprechend einstellen? Und dann würde ich dir die Frage geben. Ali, ich habe dich am Anfang sehr geschätzt. Ich bin dir auch gefolgt auf Twitter. In den letzten Monaten musste ich allerdings feststellen, dass dieses Danke, was du mir gerade gesagt hast, nicht zu vernehmen war. Du hast gehetzt gegen die Partei. Du hast Leute, ganze Gruppen ausgeschimpft, bemeckert, gemacht und getan. Und ich frage dich ganz deutlich, du willst das Sprachrohr dieser Partei werden als politische Geschäftsführer. Wie willst du das machen, wenn du nicht zu 100 Prozent zu dieser Partei in dieser Situation stehst? Das kann ich mir sehr schwer vorstellen. Danke für die Frage. Also, wenn du in letzter Zeit meinen Twitter-Account einfach mal angeschaut hast, wirst du gesehen haben, dass ich mich da sehr, sehr zurückgenommen habe. Weil es funktioniert in dieser Partei auch, wenn man auf Menschen zugeht und ihnen die Fehler vorhält und ihnen auch die Möglichkeit gibt, davon zu lernen. Und das habe ich. Und das war für mich selber auch persönlich wichtig gewesen, zu merken, dass nicht jeder Angriff persönlich gemeint ist, sondern politisch und nehme ihn auch so mittlerweile. Und deswegen nehme ich mich zurück. Ich gebe jedem die Möglichkeit, sich mit mir zu unterhalten, bevor einfach über Twitter zum Beispiel abgeurteilt wird. Jeder hat die Möglichkeit, mich anzurufen und das zu klären. Die meisten Probleme, die wir auf Twitter haben, wir sind nicht deswegen, weil wir uns abgrundtief hassen, sondern die meisten kommen aus dem Missverständnis heraus, weil wir einfach uns nicht unterhalten. Und das ist das, was in dieser Partei fehlt. Einfach miteinander zu reden und Dinge auch mal zu klären. Und wer den Mut dazu hat, sich beim anderen einfach zu melden und mit ihm diese Dinge zu klären, hat für unsere Partei sehr viel getan. Weil er hat gezeigt, dass es funktioniert, im Dialog zu bleiben. Und das ist für mich ein wichtiger Schritt, auch Fehler einzusehen und sich gegebenenfalls auch zu korrigieren. Ich hoffe, man merkt das mittlerweile, dass das bei mir auch funktioniert hat. Danke. Dann kommen wir zur nächsten Frage, bitte. Hallo Ali. Du hast zweimal die Brocken hingeschmissen. Einmal im Landesvorstand NRW und einmal bist du, glaube ich, ausgetreten, wenn ich mir da noch irgendwie sicher sein kann, dass das so war. Woher weiß ich denn, dass du das jetzt nicht nochmal machst, die Brocken hinzuschmeißen und den Rest alleine zu lassen? Ich nehme mal die direkte Antwort für die zweite Frage. Ich bin niemals ausgetreten. Ich hatte das vor, habe es aber nicht gemacht, weil mir einfach die Partei zu wichtig war. Das hängt aber auch mit der Antwort Nummer eins zusammen. Ja, wir hatten damals im LAFO das ein oder andere Problem gehabt. Das hätten wir aber auch auf Dauer mit Gesprächen lösen können. Dazu kam es aber nicht. Wie jeder weiß, hatten wir in der Türkei wochenlang diese Demonstrationen gehabt, wo die Menschen auf der Straße gekämpft haben für das, wofür wir eigentlich stehen. Weil Erdogan Twitter verboten hat, er hat YouTube verboten, er hat den Menschen die Meinungsfreiheit genommen und die Menschen waren auf der Straße und haben demonstriert. Und meine Familie war in der Türkei mit auf der Straße und hat mitgekämpft für das, wofür hier auch alle Piraten eigentlich stehen. Jetzt wurde meine Mutter damals in der Türkei verletzen und ist infolgedessen in Deutschland verstorben. Und das war für mich so der Punkt gewesen, wo ich einfach meine Arbeit nicht mehr wahrnehmen konnte. Das hat nichts mit Politik zu tun, das hat nichts mit der Partei zu tun, ich konnte einfach menschlich nicht mehr. Weil das Ganze ging über Wochen, was dann eben mit dem Tod eines Familienangehörigen geendet hat. Und sowas passiert nur ein einziges Mal im Leben. Und ich hoffe, dass niemandem so etwas passiert. Und das hat meine Arbeit einfach im LAFO auch behindert. Ich konnte meine Arbeit nicht mehr wahrnehmen. Und natürlich nehme ich mich dann raus, bevor ich meine Kollegen im LAFO einfach behindere in der Arbeit, einen Arbeitsflussstörer. Und das sollte jeder andere Mensch auch machen. Weil ihr verlangt oftmals, dass hier ein Messias steht, der 24 Stunden für die Partei arbeitet, der kein Privatleben hat, der keine Familie hat. Aber das haben wir alle. Und jeder muss auch die Zeit nehmen, um auch für die Partei geerdet zu sein. Und wenn mir das einer vorwirft, dass ich deswegen zurückgetreten bin, dann kann er das gerne machen. Und das würde ich in dem Fall vielleicht auch nochmal tun. Aber ich hatte bisher nur eine Mutter gehabt und das wird nicht normal vorkommen. Danke. Danke. Dann kommen wir zur nächsten Frage, bitte. Hallo, du hast gesagt, du hast aus früheren Fehlern gelernt. Ich beziehe mich auf einen früheren Tweet von dir. Da ging es um Chilischoten jemandem in den Arsch zu schieben. Bist du der Meinung, das ist Teil der politischen Auseinandersetzung oder einer respektvollen Kommunikation? Oder bewährst du das heute anders? Also sagen wir es mal so, das ist ein ganz witziger Tweet, der mir immer wieder vorgehalten wird. Ja, damals habe ich eine Sendung gesehen, wo die AfD bei Illner war. Und es wurden die unmenschlichsten Sachen dort ausgesagt. Ja, und irgendwann habe ich dann vor Wut gesagt, ja, manchen würde ich eine aufgeschnittene Chilischote gerne rektal einführen, damit sie wissen, was für einen Scheiß sie da im Fernsehen abblassen. Und dazu stehe ich auch. Und das gehört auch mit zur Politik. Entschuldigung, ja. Wenn man sich mal überlegt, was die anderen Parteien sich untereinander vorwerfen, mir diesen Tweetern vorzuhalten, finde ich das lächerlich. Da werden ganz andere Dinge gesagt. Gut, Moment. Du bist sofort dran. Kein Thema. Ich gebe dir jetzt erst mal das Wort. Wir klären während dem den Fuh hier. Bitte. Ja, hallo Ali. Das Amt des politischen Geschäftsführers kann man ja unterschiedlich interpretieren. Es gibt Leute, die sagen, der politische Geschäftsführer sollte nach außen in die Medien wirken. Andere sagen, nein, er muss in die Partei wirken, in Richtung der Beauftragten. Ich möchte dich gerne fragen, wie möchtest du dieses Amt ausfüllen? Was ist da dein Ansatz dabei? Und zweite Frage, wie glaubst du, sollte der politische Geschäftsführer oder du eben zum Beispiel auf ein Ereignis wie das Bombergeld reagieren? Ja, also zuerst einmal ist unsere Aufgabe als politischer Geschäftsführer inklusive Stellvertreter den BO voranzubringen. Das ist für mich das Wichtigste, um einfach die Basis wieder mit in die Verantwortung zu nehmen und die Lähmung aus dieser Partei zu nehmen. Und zwar die Lähmung, dass wir einfach keine Entscheidungen treffen können. Die zweite Sache ist, natürlich würde ich die Partei nach außen repräsentieren. Ich war in vielen Talkshows gewesen, die waren immer, also sie hatten immer sehr gute Kritiken gehabt, was mir selber sehr wichtig war und wir müssen da einfach Präsenz zeigen. Also die Menschen kommen nicht zu uns, sie bedienen sich der Medien, um sich über uns zu informieren. Und wenn wir uns da wieder einfach setzen und genauso wieder vorhanden sind wie andere Parteien, denke ich schon, dass wir da viel für uns wieder rumreißen können. Aber die erste Zeit ist für mich wichtig, die Basis erstmal wieder in den Bufo reinzuholen, sie wieder zu versöhnen und voranzugehen. Alles Weitere wird sich dann geben. Danke. Gut, das wäre nach meiner Rechnung diesmal dann jetzt die letzte Frage für diese Runde. Bitte. Wie möchtest du die internationalistische Ausrichtung unserer Partei befördern, indem man nutzt, dass es überall in Europa und in anderen Ländern der Welt große Migrationsgruppen gibt, die miteinander vernetzt sind? Okay. Also erstmal sollten wir uns überhaupt als die Piratenpartei Deutschland als eine internationale Partei begreifen. Wir sind die einzige Partei, die in Europa in so vielen Ländern Ableger hat, wo man sich überall als Piraten einfach begreift. Das hat doch überhaupt keine andere. Vielleicht noch die Grünen im Kleinen, aber das ist doch das, was uns voranbringt. Das mit den Migrationsgruppen, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Das ist in meinem Fall auch ein bisschen komisch zu verstehen. Migrationsgruppen, das heißt, es sind Menschen aus verschiedenen Ländern in anderen Ländern tätig und leben dort. Also wie beispielsweise hier in Deutschland oder in Frankreich oder in anderen Ländern. Also ich benutze jetzt mal ein Wort, was mittlerweile sehr ungern benutzt wird. Wir hier in Deutschland sind eine bunte, multikulturelle Gesellschaft. Wir haben Zuzug aus der ganzen Welt und ich bin froh, dass es auch so ist, weil das macht unser Leben bunt. Für mich gibt es eigentlich keine Menschen mit dem Migrationshintergrund. Es gibt Menschen, die bei uns in Deutschland leben wollen. Das ist für mich sehr wichtig. Ich mag auch dieses Wort Migrationshintergrund nicht. Ich bin hier in Deutschland geboren. Macht mich das zu Migranten oder waren meine Eltern Migranten? Ja? Keine Zwischenfragen und Nachfragen. Tut mir leid. Also das, was wir vielleicht mal öfters machen sollten, ist uns auch mit den Parteien, die in Europa auch noch als Piraten unsere gute Sache voranbringen wollen, öfters mal treffen. Ja? Also, dass wir auch internationale Piratenparteien hier einladen. Ich weiß jetzt nicht, was heute alles da ist, aber so viel habe ich leider gar nicht gesehen. Ich brauche diesen Austausch. Wir können alle voneinander lernen. Nicht jeder muss das Rad neu erfinden. Und wenn es gute Ideen aus dem Ausland gibt, warum sollten wir die hier nicht aufnehmen? Und dafür brauchen wir eben mehr Vernetzung. Danke. Damit wäre diese Fragerunde abgeschlossen. Und ich weise noch mal darauf hin, dass es keine Zwischenfragen gibt. Ich habe die erste aus Kulanz zugelassen, weil die Frage auch für mich ganz ehrlich etwas unklar war. Aber grundsätzlich gilt, es gibt keine Zwischenfragen. Ich sehe, dass im Moment noch eine Person in der fragenden Reihe steht. Möchte die Versammlung den Kandidaten weiter befragen? Das Resultat ist sehr uneindeutig. Dementsprechend würde ich jetzt einfach als Versammlungsleiter ganz gerne die Frage zulassen, weil wir verbrauchen mehr Zeit, wenn wir das anders regeln. Danke. Also wenn der Lauer im Bundesvorstand sitzt, dann geht die Streiterei so weiter, wie es vorher gewesen ist. und das darf nicht sein. Und ich möchte gerne wissen von dir Ali, vertragst du dem Stefan oder wie ist das bei dir? Ich muss jetzt mal ein bisschen übersetzen. Also den letzten Teil mit dem Stefan habe ich nicht so ganz verstanden. Also mit Stefan habe ich mich im Vorfeld schon unterhalten. Natürlich habe ich auch sortiert, ob ich mit ihm gut zusammenarbeiten kann. Wir sind auch übereingekommen, dass wir die gleichen Ziele hier innerhalb der Partei haben. Das habe ich auch genauso mit Stefan Bartels. Das habe ich aber auch mit Hermi. Also natürlich gab es ganz viele, mit denen ich mich unterhalten habe, um einfach zu wissen, können wir zusammenarbeiten, ja oder nein, weil sonst würde die ganze Scheiße wieder von vorne anfangen. und dafür war mir das sehr wichtig gewesen. Und natürlich sind diejenigen, die bisher gewählt wurden, auch meine Favoriten gewesen. Danke. Danke, damit wäre auch die Fragenden Liste erschöpft. Damit danke ich sowohl den Fragenden als auch den Kandidaten. Und wir kämen, ja Applaus dürft ihr gerne geben, dann kämen wir zum nächsten Kandidaten, das ist der Also wir aber nach Kenntnis vom Wahlleiter hat der zurückgezogen. Stimmt das? Okay. Ist Martin kandidiert er noch? Wenn ja, jetzt bitte schreien. Okay, ich höre ihn nicht schreien und normalerweise hört man ihn, wenn er schreit, dann würde ich jetzt den letzten Kandidaten dieser Runde den Wolf Marvin Weidner auf die Bühne bitten. Wie bei allen Kandidaten gilt, drei Minuten zur Vorstellung und danach dann die Fragerunde. Die drei Minuten laufen, bitte. Okay. Moin Moin zusammen, mein Name ist Wolf Marvin Weidner, wie richtig schon gesagt wurde, bitte nicht wegen dem Mitteln verwirren lassen, ich politischen Geschäftsführer, ich bin seit 2011 Mitglied, davon drei Jahre habe ich in Heidelberg, wo ich lebe und wohne, als Schatzmeister, als stellvertretender Vorsitzender und als Beisitzer im Vorstand gearbeitet und dort habe ich gute Erfahrungen machen können, weil bei uns gibt es eine Kultur, natürlich, das ist nicht die große Ebene, aber es sind auch immerhin 300 Leute, was ein kleinerer Landesverband leider inzwischen ist und deshalb glaube ich, dass ich da Dinge beitragen kann. Ihr kennt mich vielleicht mehr dafür, dass ich die Krypto-Partys gemacht habe unter meinem Nickname Nivatius, damit habe ich es auch in die Presse geschafft, ganz ohne Ämter oder irgendwas anderes. Das funktioniert, man kann auch einfach Dinge tun, nach wie vor und ich glaube, wenn wir einfach kreativ nach vorne gehen und unsere Inhalte einfach leben und ich möchte das nicht fordern, ich kann heute und hier sagen, dass ich es getan habe, dass es funktioniert, wenn man irgendwas Lustiges bastelt, wenn man einfach mal macht, dann funktionieren Dinge hier auch. Es ist alles nicht so furchtbar, wie es hier gesagt wird. Es wird jetzt hier so viel von Aufgeben geredet und alles ist so furchtbar und wenn ihr darüber nachdenkt, denkt darüber nach, warum ihr hierher gekommen seid, warum ihr angefangen habt. Bei mir gibt es da ganz viele Gründe und einer ist zum Beispiel, als ich auf so einer Krypto-Party war, hatte ich das Glück, in einer Schule zu reden. Zuerst habe ich gefragt, wer denkt denn, dass er nichts zu verbergen hat und im Prinzip waren alle Hände oben. Nachdem ich fertig war mit meinem Vortrag, keine Hände mehr für so etwas und was noch viel schöner war, war die Tatsache, danach hat der Lehrer gefragt, sag mal, wer regiert denn jetzt im Internet, werden wir alle von der NSA kontrolliert, wer hat denn das Sagen? und ein Mädchen, 16, 17 Jahre alt, hat sich gemeldet, eine, die vorher noch meinte, sie hat nichts zu verbergen und meinte dann zu mir und zu den anderen, ja, also, ja, die NSA hat vielleicht viel Geld und die sind bestimmt auch schlau, aber wir sind viel mehr. Wir zusammen entscheiden, was passiert und wenn wir zusammenstehen, dann bestimmen wir, was im Netz und in der Welt passiert. Und genau dafür, dass Menschen diese Ideen in ihre Köpfe kriegen, dafür bin ich in der Piratenpartei, weil ich tatsächlich glaube, dass eine bessere Welt möglich ist, transparenter, offener, bunter und einfach lebenswerter. Und ich glaube nicht, dass wir so zerstritten sind, wie es im Internet scheint. Immer wenn ich den Leuten außerhalb von Twitter begegne, dann sehe ich einen anderen Mensch. Es gibt diese Partei, die existiert in Twitter, die behauptet auch, die Piratenpartei zu sein und es gibt die Piratenpartei, in der ich Mitglied bin, in der Piratenpartei, für die ich gerade kandidiere. Und deshalb würde ich euch bitten, wählt mich, fragt mich Dinge, wenn es euch zu ungenau war. Vielen Dank. Danke für diese Vorstellung. Auch danke, dass du die Zeit eingehalten hast. Ich würde dann zuerst die Versammlung fragen, wollt ihr den Kandidaten befragen? Das ist eindeutig ja. Dann würde ich euch jetzt, genau jetzt, bitten, euch zum Mikrofon zu begeben und das bitte, indem ihr eure grüne Karte klar in die Höhe zeigt, damit jeder weiß, also jeder, der die Karte zeigt, soll jetzt bitte auch zum Mikrofon gehen. Danke. Sonst wird das schwierig. Also ich sehe hier noch Leute, die sich zum Mikro bewegen. wir haben Zeit. Ja, ich sehe da hinten auch noch jemanden zum Mikro laufen. Das wären dann, wenn ich richtig zähle, von hier aus sechs Leute, dann würde ich auch, da ich keine grüne Karte mehr sehe, jetzt die Rednerliste schließen. Bitte niemanden mehr anstellen und wir losen den Unglücklichen quasi aus, der jetzt erst mal in der Runde keine Frage stellen darf. Der Erste, der nachher eine Frage stellen darf, ist der Fünfte in der Reihe, bitte. Dann der Zweite aus der Reihe, bleibt Zweiter, der Erste darf jetzt als Dritter eine Frage stellen, die Nummer Sechs darf auch und der Unglückliche ist dann die Nummer Vier, weil der Nummer Drei darf auch eine Frage stellen. Nummer Vier, du darfst aber gerne stehen bleiben, falls es eine zweite Fragerunde gibt, wovon eventuell ja bei nur einer Frage eine Möglichkeit besteht. Ich würde dann die erste Frage zulassen, bitte. Nivatius, politischer Geschäftsführer arbeitet entweder nach innen oder nach außen. Ich, als ich das in Baden- Württemberg gemacht habe, habe er nach innen gewirkt. Wie willst du auf Bundesebene als politischer Geschäftsführer wirken? Nach innen stabilisierend oder nach außen uns vertreten? Also es muss beides gemacht werden. Wir haben gesehen, die Presse akzeptiert irgendwie nicht, wenn wir ihnen beliebig Leute zuschmeißen. Das ist entweder der Vorsitzende oder der politische Geschäftsführer. Das hat sich so mir dargestellt. Aber es ist ganz klar so, dass die politische Arbeit hoffentlich von einer breiten Basis gemacht wird. Und deshalb muss ich erst mal nach innen wirken, damit das wieder funktioniert. Viele AGs sind im Koma und daraus müssen sie raus. Und deshalb ist meine Agenda erst mal nach innen wirken, dann nach außen, weil dann werden wir überhaupt wieder wahrgenommen. Natürlich müssen wir aktiv nach außen gehen. Beides muss gemacht werden, aber meine Präferenz erst mal zum Beispiel Dinge wie den BO umsetzen, also nach innen und dann nach außen als zweite Wichtigkeit. Danke für die kurze Antwort. Dann käme der nächste Fragende dran. Bitte. Hallo, die letzten paar Bundesvorstände haben interne Konflikte gehabt. Du warst selbst auch schon in einigen Gremien tätig, hast du gesagt. Meine Frage ist, hast du da auch schon Konflikte erlebt? Wie bist du damit umgegangen und wie denkst du, dass du mit Konflikten innerhalb des zukünftigen Bundesvorstandes umgehen würdest? Also es waren viele Fragen. Also erst mal, ja, ich habe Konflikte erlebt, ja, ich bin damit umgegangen. Lustigerweise haben Menschen, wenn sie mit mir zusammen arbeiten, die Tendenz, ein wenig freundlicher miteinander umzugehen, sich besser zuzuhören. Keine Ahnung, ob es an meiner Ausstrahlung liegt oder an meiner Arbeitsweise, aber diese Probleme waren lösbar. Wenn man eine Kultur etabliert, was wir zumindest auf Kreisebene geschafft haben, weil wir diese Werte gelebt haben und es einfach nicht anders ging. Wir hatten Leute, die ausgetreten sind, auch außerhalb, aus unserem Vorstand heraus und das hat funktioniert einfach deshalb, weil der Rest solide funktioniert hat und weil das von einem gegenseitigen Respekt geprägt war. Ich würde da gerne konkreter werden, aber es sind leider weiche Faktoren, die bei sowas wichtig sind. Wenn man sich einfach freundlich guten Tag sagt, Respekt lebt, Dinge sagen wie Danke sagen, auch wenn man eigentlich findet, viele Fehler wurden gemacht und zu sagen, Danke, dass du diesen Fehler gemacht hast, Danke, dass wir aus diesem Fehler leben lernen dürfen und das tatsächlich auch so meinen, das hilft schon unheimlich viel. Danke, dann kommen wir zur nächsten Frage bitte. Ja, Hallöchen, wir haben uns ja vor kurzem mal kennengelernt, da habe ich dich als sehr charmanten und als wirklich engagierten Piraten kennengelernt, der unbedingt wählbar ist. meine konkrete Frage ist, wie willst du die Zusammenarbeit der Landesverbände verbessern und zwar in dem Zusammenhang, dass man sich gegenseitig in Aktion unterstützt. Ich erlebe es oftmals, dass ich ziemlich lange brauche, um andere Mitglieder von Landesverbänden irgendwie zu aktivieren und als politischer Geschäftsführer, weil du ja auch nach innen arbeiten willst, ist das ja gerade eins der Hauptthemen, die du wahrscheinlich das Jahr lang überschreiten wirst. Also interne Zusammenarbeit zwischen den Landesverbänden, wie willst du die verbessern? Danke. Okay, also ich habe mit vielen Landesvorsitzenden reden dürfen und ich kenne auch einige, die dort sind und die haben mir halt gesagt, dass es ihnen zu aufwendig ist, oftmals in so einem zweistündigen Ländertreffen zu sitzen. Und ich muss sagen, das ist ihr gutes Recht. Ich meine, die Vorstandsarbeit ist genug, das wissen die Leute, die das schon gemacht haben. Und auch unsere Parlamentarier haben genug damit zu tun, im Parlament ihre Arbeit zu tun. Vielen Dank an der Stelle für diese beiden Gruppen. Aber was funktionieren kann, ist zum Beispiel Delegierte zu setzen, die dann berichten und sagen, pass auf Landesvorstand X, in Y passiert gerade das und die brauchen noch Leute. Oder dass wir eben tatsächlich diese ganzen freiwilligen Börsen, die wir haben, dass wir die wirklich befüttern und als Bufo sagen, das ist the place to go, wenn du Aktive brauchst oder auch fertig geschnürte Pakete zu machen. Keine Ahnung, ein Infostand mit so einem Neulandruder, den ich mal gefrickelt habe, da braucht man halt irgendwie für 100 Euro Material und zwei Leute. Und dann bietet man das einfach als Paket an, dass die Leute nicht alles selber denken müssen, immer wieder neu, weil es gibt viele geile Dinge. Wenn ich mich daran erinnere, wie diese Reaper Drohne auf einen Marktplatz geklebt wurde. Das sind Dinge, die wir alle machen können. Jeder hat einen Marktplatz und Klebeband. Das ist alles nicht so schwierig. Und so können wir da die Verzahnung weiter aktivieren, also delegieren, dass der Vorstand nicht selber machen muss von Menschen, denen er vertraut und zentrale Angebote schaffen. Das bedeutet nicht, dass ich irgendjemandem verpflichte, Aktion oder X oder Y zu machen, sondern den Leuten es einfacher machen, aktiv zu werden. Danke. Dann kommen wir zur nächsten Frage, bitte. Von dir als Polgf wird auch die Auswirkung verlangt, dass du unter politischen Gegner spontan und deutlich angreifen kannst. Gestern hat es eine Steilvorlage in einem Thema gegeben, das wahrscheinlich nicht dein Leib- und Magen-Thema ist. Erneuerbare- Energiegesetz ist quasi abgeschafft worden. Könntest du eine Replik innerhalb ad hoc liefern dazu? Okay. Ja, man kann natürlich einfach der Energiewende direkt den Saft abdrehen, den Geldhahn abdrehen und dann meinen, dass es dann auch auf einmal von selber funktioniert, dass Windräder auf Bäumen wachsen und Salatzellen kein Geld kosten und dass man auch die lokale Industrie abwürgen darf und sich dann nicht wundern muss, wenn auf einmal die chinesischen Hersteller davor herrschen. Also ja, grundsätzlich habe ich da ein bisschen Ahnung auch von. Und ja, ich denke, ich bin dazu in der Lage und wir sind ja viele Leute. Ich bin auch in der Lage, dann zu fragen und mich einteachen zu lassen. Das dauert ja zehn Minuten für so ein kurzes Ding. Und ja, wir müssen auch wieder mehr angreifen. Das Problem ist, wenn ich gerade dabei bin, zu verhindern, dass mir nicht der Laden um die Ohren fliegt, dann habe ich nicht den Nerv dafür. Ich möchte, dass die Menschen endlich wieder den Nerv haben können, sich zu engagieren, weil sie sich keine Sorgen machen. in der Arbeit erklären müssen, warum sie eigentlich in dieser Piratenpartei Mitglied sind, sondern dass sie wieder mit Stolz da hingehen und das Piraten-T-Shirt anhaben und sagen, ja, ich bin in der verdammten Piratenpartei Mitglied. Und solche Dinge kann ich tun, ja. Danke für die Antwort. Dann kommen wir zu der letzten Frage, die in der Fragerunde vorgesehen ist. Bitte. Hallo Wolf. Wie hättest du dir oder wie würdest du dir eine gute Reaktion von einem Bundesvorstand, auch vom politischen Geschäftsführer vorstellen, bei so sehr spaltenden Sachen, wie zum Beispiel Bombagate oder Ähnlichem? Was würdest du da als eine gute Reaktion für dich sehen? Dankeschön, sorry. Zum einen lebe ich nicht in der Vergangenheit, sondern ich möchte in die Zukunft schauen. Deshalb finde ich es ziemlich unfair, jetzt hier nachträglich den schlauen Max zu markieren und zu sagen, ich hätte es so gemacht und es hätte auf jeden Fall supergeil funktioniert. Das glaube ich nämlich nicht. Was wichtig gewesen wäre, wäre ganz klar, dass man sich auf irgendwas hätte einigen können als Bufo und daran ist es ja dann wohl auch gescheitert, dass man direkt sagt, ja, wir haben das gesehen, ja, wir haben das als Problem erkannt, gebt uns zwei Tage und wir einigen uns auf was, gleich kommt mehr von uns. Das heißt, einig, direkt und besonnen handeln. Das besonnen ist dabei das Wichtige. Und wenn wir besonnen irgendeine Antwort geben, dann wird das auch akzeptiert. Menschen machen Fehler. Ich will nicht in einer Partei leben, in der nur Menschen akzeptiert werden, die keine Fehler machen. Dann stehe ich nämlich ziemlich alleine in der Partei. Danke für deine Antwort. Ich gebe... Ich frage die Veranstaltung dann, ob die eine Frage, die noch übrig ist, auch gestellt werden darf. Das ist jetzt mit Ja oder Nein zu beantworten. Das ist überwiegend Ja im Moment. Dann lasse ich die Frage zu und dann bitte ich dich ans Mikrofon. Ja. Servus Wolf. Eines unserer grundsätzlichen Probleme ist, dass wir eine Million Inhalte haben, aber oft nicht in der Lage sind, diese den Leuten zu kommunizieren und die Brisanz klar zu machen. In meinen Augen hat die Crypto Party Präsentation von dir und Cheater uns ein geiles Werkzeug in die Hand gegeben, dass viele Leute nutzen, also diese Presse Präsentation, zusammen mit der Vorlage, wie man sie nutzt, um Inhalte rauszutragen. Die Leute sind davon nachhaltig begeistert. Siehst du irgendwie eine Möglichkeit, wie wir das auch mit anderen Inhalten machen können, dass wir Leute gewinnen können, innerhalb der Partei die Inhalte nach außen tragen? Wie Physiklehrer zu werden? Das habe ich mich dann auch umentschieden, wie unser Hof, na da vorne auch. Physik war dann doch nicht so meins. Aber ja, klar, man muss das didaktisch aufbereiten. Es gibt so ein Ding, das nennt sich SG innerparteiliche Bildung und die probiert das gerade. Ich probiere mich da auch zu engagieren. Im Augenblick habe ich die ein bisschen alleine gelassen. Sorry Jungs, aber ich kandidiere halt gerade. Und sowas ist möglich. Wir müssen es einfach den Menschen relevant machen. Zum Beispiel sagen, Netzneutralität ist nicht dieses abstrakte Ding. Das macht, dass du für YouTube extra zahlen musst. Das macht, dass du beim Amt anrufen musst und sagst, ja, ich will Pornos schauen. Das ist, was Leute bewegt, ja. Wir müssen es an die Leute ranbringen und es ist nicht so schwierig. Didaktik ist eine Wissenschaft und Wissenschaft können wir. Danke für die Antwort. Damit werden die Fragenden alle abgearbeitet. Alle Kandidierenden haben sich vorstellen können. Ich danke euch allen. Das ging ja doch sehr gesittet vonstatten. Ihr habt euch alle schön brav an die Zeiten gehalten. Jetzt ist es so, dass ich ein kurzes Problem habe, nämlich dass der Wahlleiter dringend noch etwas klären muss. Dementsprechend unterbreche ich jetzt die Versammlung, bis der Wahlleiter wieder auf der Bühne ist und dieser den Wahlgang eröffnen kann. Ich bitte euch nicht wegzulaufen, weil gleich geht es mit dem Wahlgang zum POLL-GF weiter. Also, ich habe das akustisch nicht verstanden. Vertagung ist nach meinem Kenntnisstand für 20 Uhr angesetzt. Ich kann das aber nicht sicher bestätigen, da wir leicht in Verzug sind, wie das bei BPTs ja so üblich ist. Und dementsprechend kann das auch später gehen. Ich würde also keine Tischreservierungen irgendwo vornehmen, wenn ihr bei allen Wahlen dabei sein wollt. Main Orga sagt mir gerade, dass die uns um 21 Uhr den Saft abdrehen wollen und uns um 22 Uhr hier aus der Halle ausgesperrt haben wollen. Das heißt, wenn ihr einen Tisch reservieren wollt, so alles nach 21 Uhr, sollte dann mehr oder weniger sicher klappen. Ich würde die Technik bitten, die Musik abzuschalten und dann gibt es eine, ich würde sagen, wichtige Durchsage vom Wahlleiter. Ja. Laut GO bin ich verpflichtet, euch jede Unregelmäßigkeit bei einer Wahl direkt mitzuteilen. Das hier ist die Kandidatur zu einer Wahl. Das heißt, ich tue das hier mit. Wir haben ein Problem bei der Unterstützerunterschriftenliste von Christopher Lauer. Diese, Moment, 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 bitte, bitte. Diese Unterschriftenliste, als sie ausgefüllt wurde, wurde unterschrieben für den stellvertretenden Vorsitzenden. Als Christopher zum Front Office kam, war da ein zweites Kreuz bei der Kandidatur für den politischen Geschäftsführer und am Front Office wurde durch Christopher Lauer der zweite Vorsitzende durchgestrichen. Ich würde gerne Christopher Lauer dazu hören und möchte deswegen ihn bitten, hier hinzukommen, damit wir das klären können. Christopher, wenn du mich hörst. Liebe Versammlungen, wir würden dann die Unterbrechung aufheben und weitermachen mit dem außerordentlichen Bundesparteitag der Piratenpartei Deutschland. Wie der Wahlleiter euch diese Unregelmäßigkeit verkündet hat, hatten wir auch die Gelegenheit mit Christopher darüber zu reden. Und von der Versammlungsleitung aus, die ich gerade inne habe, ergeht dann der Beschluss, Christopher nach Anhörung und Bestätigung der Tat, ihn nicht zur Wahl zum Polgf zuzulassen. Ich übergebe damit das Wort an. Ich habe einen GO-Antrag vorliegen. Ein GO-Antrag auf Meinungsbild. Findet ihr, dass Christopher trotzdem antreten sollte? Das Meinungsbild ist zum Sachverhalt. Das Meinungsbild ist zulässig. Bitte abstimmen. Das ist knapp dagegen. Und außerdem kann ich darauf hinweisen, dass es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr für Christopher möglich wäre, als Polgf anzutreten, da die Kandidatenliste bereits geschlossen ist. Trotzdem kann er als stellvertretender Vorsitzender kandidieren. So, damit übergebe ich dann das Wort an den Wahlleiter zur Durchführung der Wahl zum Polgf. Okay, also. Wir führen die dritte Wahl durch. Wir benutzen den roten Stimmzettel mit der Nummer 3 drauf. Ich weise noch auf Folgendes noch einmal hin. Erstens. Ihr braucht auf die Wahlzettel nicht den Namen des Kandidaten schreiben. Das macht den Wahlzettel ungültig. Ihr müsst nur Kreuz machen. Die Namen wissen wir selber. Zweitens. Nochmal zum Falten. Der Wahlzettel wird hochkant gefaltet, so dass Farbe und Nummer noch zu erkennen sind. Da gab es gerade einige Probleme. Beim ersten Mal war es gut, beim zweiten Mal, als ich es nicht noch mal gesagt habe, hat es noch nicht so geklappt. Die Nummer und die Farbe müssen erkennbar sein. Drittens. Wir haben ein paar neue Wahlhelfer. Und deswegen würde ich einmal bitten, dass alle Wahlhelfer, die jetzt hoffentlich schon an die Uhren gegangen sind, wenn nicht, gehen Sie jetzt bitte an die Uhren, einmal aufzeigen. Und wir sehen uns die wieder an und meckern gegebenenfalls. Gut. Ich hoffe, dass diesmal nicht Wahlhelfer einfach kurz vor Anfang der Wahl, so wie vorhin passiert, ihre Urne stehen lassen und sagen, ich gehe mich jetzt betrinken. Kann man machen, ist kurz vor der Wahl aber etwas unglücklich. Gut. Dann möchte ich, dass die Wahlhelfer jetzt einmal bitte ihre Urne hochzeigen, dass sie leer ist. Da hinten ist es. Okay. Da. In der Mitte. Da. Jawohl. Haben wir alle gesehen. Gut. Und ich würde euch darum bitten, wenn sie nicht schon da stehen, einmal Platz zu machen für die Wanderunnen. Vor allen Dingen da hinten, dass sie da durchkommen. Und wenn es jetzt weiter nichts gibt, ich gucke noch einmal nach rechts. Und die sind zwar ganz aufgeregt, aber anscheinend wissen sie über ihre Situation. Ich höre gerade, wir haben noch ein ganz kleines Problem mit der Wanderurne, das gerade gelöst wird. Kurze Durchsage. Guillaume, kannst du bitte zur Bühne kommen? Bist du bereit für deinen Vortrag? Dann würden wir das in der Auszählpause machen. In Erwartung der Auszählpause seht ihr hier hinter mir schon den Christoph Zerbe stehen. Der wird jetzt von mir die Versammlungsleitung übernehmen. Und damit übergebe ich die Versammlungsleitung für heute an Christoph Zerbe. Es war mir eine Freude. Ihr wart sehr diszipliniert. Ich muss euch wirklich loben. Merci. So Guillaume, wer ist du soweit? Gut, die Probleme mit der Wanderurne sind geklärt. Die Probleme mit der Wanderurne sind geklärt. Wir können anfangen. Damit eröffne ich jetzt den dritten Wahlgang. Viel Spaß. Ich wurde gerade gebeten, euch mitzuteilen, dass das Fahrradfahren in der Halle bitte einzustellen ist. Das ist nicht besonders gut, wenn ihr mit euren Fahrrädern hier quer durch die Halle fahrt. Vielleicht draußen oder auf dem anderen Teil der Halle. Aber nicht hier drin, bitte. Ich darf euch wieder bitten, euch ein bisschen zu verteilen. Wir haben hier drüben ganz viele Freiräuren. Hier in der Mitte hat sich eine riesige Schlange gebildet. Verteilt euch ein bisschen auf die Uhren. Dann geht das alles ein bisschen schneller. Eine kleine Durchsage, dass bitte alle Kandidierenden für Genseck 2V und die nächsten Wahlen bitte mal hier vorne zum Frontoffice kommen mögen. Das wäre sehr lieb. Nicht alle, sondern alle, die... Okay, Berichtigung, alle, die die Unterschriften schon abgegeben haben. Ihr kennt das. Mein vorletzter Wahlaufruf. Wer wählen möchte, geht jetzt bitte zur Urne. Die Wanderurnen sind auf dem Weg zurück. Gut, letzter Aufruf. Wer jetzt euch gewählt hat, Wildwedeln zur Urne laut schreien. 3, 2, 1, keins. Von daher schließe ich jetzt diesen Wahlgang. Wir kommen zur Auszählung. Gut. Und während der Auszählung wird der Guillaume uns ein bisschen was erzählen zur Identität 2.0. Guten Nachmittag. Ich bin der Guillaume Sauli. Ich bin politisch Geschäftsführer der Schweizerischen Piratenpartei. Ich habe heute zugehört, wie ihr den Partei entwickeln wollen. Ich habe auch zugehört, wie die Anwärter auf die Stelle von politisches Gefühl, Geschäftsführer, weiter wollen gehen. Ich komme aus der französischen Seite der Schweiz, aber ich bin von schwäbischer Herkunft. Wenn mein Deutsch nicht ganz gut ist und dass ich so ein bisschen wie ein Schwarzwald ertöne, ich bitte um Verzeihung. Vor ungefähr zwei Jahren wurde ich von der Genfer Sektion der Piratenpartei Schweiz gefragt, wie man könnte einen Wahlkampf führen und was wir dafür brauchten. Und wir waren an, zu schauen, was da los war in Deutschland und wie die Probleme auftauchten und welche Antwort man könnte daran bringen. Was wir hier heute präsentieren, diese Werkzeugkaste, das ist nicht eine piratische Ideologie. Es ist nicht eine Programmdefinition. Es ist eine Werkzeugkaste, um den Leuten die Fähigkeit zu geben, politische Sachen zu treiben. Es ist ein Mittel zur Entwicklung eines kohärenten Kommunikationstrategies. Politische Kommunikation für alle zu ermöglichen und eine Zusammenfassung und Aufbau der Arbeit von allen, die die Charta, der Pirat-Wheel und die Essenzen der Pirat entwickelt haben. Wir haben im Winter 2012, 2013 eine Umfrage gemacht im Genfer-See-Gebiet. Und die Ergebnisse waren weit von gut für den Partei. Leute wussten nicht, was der Parteistand vor stand. Politiker sagten, es ist eine schöne Idee. Ja, Guillaume, ich kenne dich. Okay, ich werde dich antworten. Das ist eine schöne Idee, aber damit kannst du nichts anfangen. Die Bürger hatten keine klare Übersicht, über was der Partei hatte als Vision und was er stand vor. Was der Eindruck war, war, dass wir waren ein paar technophobische, Neinsager-Aktivisten. Durch unsere Aktion betreffen wir den biometrischen Ausweis, die elektronische Abstimmungssystem und die Abschaffung der Rundfunkgebühr im Kassosystem. Aber warum hatten wir diese Probleme? Was war da falsch? War das ein Mangel an Ressourcen? War das ein Mangel in die Kommunikationsstrategie? Oder war das ein Mangel an politischer Treibung? Ich hatte ein solches Gespräch vor einem halben Jahr in Arrau an der Parteiversammlung. Und ich fragte, wer in diesem Raum ist fähig, in 30 Sekunden der Piratenpartei an jemanden auf der Straße zu beschreiben. Und ganz einfach, niemand im Raum war fähig, das zu machen. Niemand war fähig, den Partei zu beschreiben und was da losging. Man könnte einen Pirat beschreiben. Man könnte die Pirat-Wheel beschreiben. Aber was der Partei war, da konnte niemand eine Antwort geben. Ah, man könnte mich an die Geschichte, dass die Partei irgendwo in Schweden irgendwann gegründet worden ist und dann das hat es sich verbreitet. Aber weiterzugehen, das war nicht möglich. Nächste Slide. Könnte die Technik die nächste Slide bitte bringen? Danke. Gut. Das war ganz einfach. Ein Spruch von Albert Einstein. Der sagt, wenn man etwas nicht einfach erklären kann, hat man es nicht verstanden. Na ja, wenn man sich die Pirat-Wheel anschaut, dann hat man es verstanden. Da ist es ein bisschen kompliziert, um Politik zu treiben, um einfach zu gehen. Alles, was sich hier präsentiert, wurde in Urabstimmung genehmigt. Das deutet, dass, was der Inhalt kommt, das ist nicht der Vorstand, der da spricht, sondern der Partei. Es ist eine laufende Arbeit und nicht jetzt etwas, das fertig gebaut ist. Und basteln ist nötig, um es zu anpassen an jeder. Es ist nicht, dass das Gespräch, der hier präsentiert wird, muss eins zu eins übernimmt werden. Also, wir wünschen ein kurzes Überblick auf das gesamte Werkzeugkiste gehen. Und dann werden wir Identität 2.0 sehen. Und die schweizerische gesellschaftliche Vision, wie die aufgebaut ist. Und dann der politische Entwicklungsprozess, wie man die Meinung in der Schweizer Partei aufbaut. Und dann die Ergebnisse und eine Konklusion. Nächste Slide. Wir haben in unserer Identität 2.0 mehrere Schritte, Entwicklungsschritte gemacht. Zuerst eine Entwicklung einer Identität, etwas Einfaches, der auf einer A4-Seite hält. Der, der die Relation zwischen der Partei und den Bürger verfasst. Die Werten der Partei erklärt. Eine Zusammenfassung der gesellschaftlichen Vision. Und dann, wie der Partei sein Gemeinschaftsprojekt aufbaut. Welche Werten wir haben, die klar zu beschreiben. Und dann, wie man das gesamte Vision umstrukturiert. Und von dort aus, wie man ein Programm aufbaut. Nächste Slide. Okay, ich weiß nicht, warum das auf, nicht eine orange Seite ist. Aber, naja, Schweizer Partei ist auch orange. Der Überblick ist ganz einfach. Das, um politische Sachen zu treiben, man braucht ein gutes und festes Grund. Und die Identität ist da dafür. Und von dort aus braucht man eine gesellschaftliche Vision. Und dann eine Programmstruktur. Und dann, von dort aus baut man auf die Politik. Ein Wahlkampfprogramm. Das ist der ganz letzte Schritt in eine politische Treibung. Ja, notfallmäßig muss man ein Wahlkampfprogramm umbasteln. Aber, um das in die längere Zeit zu verkraften und das zu unterstützen, braucht man einen Entwicklungsprozess. Braucht man einen Meinungsbildungsprozess, der durch White Papers und Positionspapier, durch strategische Programmelementen unterstützt wird. Sodass, wenn der Wahlkampfpunkt erledigt ist, der nächste Schritt kann weiterkommen. Und nicht warten, bis wir nach fünf Jahren wieder einen Wahlkampf haben. Und das muss sie, sodass, man kann weitergehen. Nächste Slide. Wie Sie sehen, die Identität wurde nicht auf einem festgelegten weißen Board entwickelt, sondern an einem Stammtisch. Auf einer ganz einfachen Decke. Und der Mensch ist zentral zu das. Nächste Slide, bitte. Es gibt etwas wichtig. Die Technologie ist nicht ein Ziel. Es ist eine Unterstützung, es ist ein Werkzeug, aber keine Antwort. Man kann der beste Liquid-Feedback-System der Welt tragen. Aber wenn man kein politisches Werkzeug hat, der das unterstützt, dann ist es nützlos. Nächste Slide. Für uns, die Digital-Revolution ist hinter uns. Das war der 20. Jahrhundert. Jetzt muss man die Konsequenz dieser Revolution wahrnehmen. Man muss die benützten, zugunsten der Mensch und die Besserung der Gesellschaft. Und nicht eine Ausschreibung des Mensch in die Gesellschaft zu einer Konsumentrolle. Der Bürger, der ist die Eckpfeile unserer Demokratie. Ja, unser demokratisches System in der Schweiz ist etwas anders als Deutschland. Und der hat andere Möglichkeiten, der bietet andere Möglichkeiten als nur zu sagen, man wählt einen Repräsentant am Land oder am Bund. Oder man wählt einen Bürgermeister. Der Partei, der hat gewisse Vorteile. An dieselbe Parteivorsammlung vor 18 Monaten gab es so einen Phytorolog. Und der kam und erklärte, was die Zukunft wäre für alle. Ein einziges Problem ist, der Raum hier, der war voll von Leuten, die schon in die Zukunft lebten. Weil alles, was er da am Beschreiben war, das war schon Realität für diese Leute. Und das ist auch der Fall hier. Das ist der größte Vorteil der Piratenpartei. Ist, dass seine Mitglieder, die leben schon in Zukunft. Aber die sind auch, die haben auch die Fähigkeit, das mit anderen Leuten zu teilen. Und da die Probleme zu erklären. Und nicht nur in ein technisches Gespräch. Was kann der Partei machen für den Bürger? Der kann zuerst eine Schnittstelle werden, wo Transparenz, Respekt und Gerechtigkeit da sind. Wo alle Leute können teilnehmen und eine Kontribution geben. Was immer die bringen zu dich, ist interessant zu nehmen. Das ist auch eine Brücke zwischen dieser Informationsrevolution und seiner Konsequenz und der heutigen Gesellschaft. Und es ist die Brücke mit Leuten, die in der Gesellschaft leben und nicht nur in einem Forum sind. Nächster Slide. Auf welche Werte sollen wir das aufbauen? Solidarität? Ja. Respekt? Grundsätzlich ist unbedingt da. Es braucht es, um ein Debat zu führen, um Ideen zu tauschen, um Lösungen aufzubauen. Transparenz? Ja, man braucht Transparenz. Das bedeutet nicht, dass der Individuum transparent werden soll, sondern dann die Institution und die Struktur geöffneter werden. Gerechtigkeit? Ja. Wir sind alle Teile dieser Gesellschaft und diese Gesellschaft sollte uns alle mit dieselbe Gerechtigkeit handeln. Verantwortung. Ja, Verantwortung. Man muss verantwortlich sein für unsere eigenen Entscheidungen, aber die Gesellschaft und die politische Leitung, die Gesellschaft, muss auch verantwortlich sein für seine Entscheidung und die Lage, in wo die uns steht. Um eine gesellschaftliche Vision aufzubauen für die Schweizerische Piratenpartei, haben wir vier große Brocken gemacht. Ein, der die Gesellschaft betreut. Was deutet das? Das sind alle Aspekte, strukturierende Aspekte der Gesellschaft. Sicherheit, Justiz, Sozialhilfe und Versicherung. Alles, was im Grunde genommen der Mensch ermächtigt, den nächsten Tag zu sehen, ohne Fürcht. Ganz kurz. Ich würde euch bitten, ein bisschen leiser zu sein, dass der Individuum die Möglichkeit geben, seinen Vortrag zu beenden. Das kann man antreten als ein Dach oder eine Schütze. Und dann haben wir das Umwelt, unsere Umwelt direkt vor unserer Nase. Die unterstützt unsere Wachstum, die gibt uns Nahrung und die muss man sorgfältig betreuen. Der Gemeingut, ja, davon stammen eigentlich die ersten Punkte der Piratenprogramm. Copyright, Kenntnisverteilung. Das sind Punkte, die eigentlich schwerwiegende für uns sind. Wie man der Gemeingut schützt, entwickelt und unterstützt. Es sind unsere Telekommunikationsinfrastruktur, unsere Transportinfrastruktur, die Kenntnisse, die Kultur. Alle diese Punkte, die ohne die keine Entwicklung kann kommen und keine Wirtschaft sich entwickeln kann. Und dann die Wirtschaft. Die Internet-Generation hat sehr wahrscheinlich mehr technologische Änderungen gesehen in den letzten 20 Jahren. Mit dem Rhythmus von dieser Änderung, als was je vorher gewesen ist. 2000 Jahren, ich denke, es gab nicht einmal ein Zehntel von dieser Änderung. Und diese Wirtschaft kann nur sich umwandeln und adaptieren, wenn wir die Gesellschaft und die Gesellschaft auch treiben. Wenn zum Beispiel der, wie heißen sie das in Deutschland, grundlos, bedingungslos Grundeinkommen. Das sind Punkte, die dieses Wachstum, diesen ökonomischen Darwinismus unterstützen kann. Aber das ist auch ein Punkt, der ermächtigt die Leute, eine Kontrastitution zu leisten im Kulturbereich, im Kenntnisbereich. Weil so Leute werden nicht mehr anstrahlen vom Morgen und sagen, wenn ich nicht Geld zu Hause bringe, dann haben wir nichts am Tisch. Aber das ist auch, dass die Leute, die schwer erkrankt geworden sind, können auch wieder einen Platz in der Gesellschaft kriegen. Aber eine solche Gesellschaftsvision kann nur aufgebaut werden, wenn man ein starkes Rechtsstaat hat. Wenn man eine klare Vision von was Ethik ist und wie man das kann inkorporieren in sein Leben. Und wenn man eine gesellschaftliche Vision auf die piratischen Werte aufbaut. Weil umsonst hat es keinen Sinn. Man kann ein faschistisches System aufbauen auf so eine Struktur. Wie ein ganz perfektes sozialistisches System. Wir haben als Vorteil die Zukunft gesehen. Wir sind in der Kenntnis- und Informationwelt schon drin. Und um das zu teilen, um das solidar zu machen, dann braucht man auch zu anerkennen, dass ein Mensch ist nicht allmächtig. Und dass die Gesellschaft nicht eine risikofreie Lebenszone ist. Ja, man kann krank werden. Ja, man kann einen Unfall haben. Ja, ein Projekt kann scheitern. Nächster Slide. Noch ein Nächster. In der Schweiz haben wir etwas ganz Besonderes. Na, ihr kennt schon Föderalismus. Ja. Aber die demokratische Werkzeugkiste, die Gesellschaft ist im Voraus größer als was hier in Deutschland zur Verfügung stellt. Man hat Initiativen, wo die Bevölkerung kann ein Gesetz oder ein ähm ... Komm, dann bitte. Nichts. Okay. Ähm ... Oder ein Referendum gegen ein Gesetz, der wurde im Parlament gewählt. Oder ... Man kann eine Vernehmlassung teilnehmen. Es deutet, bevor ein Gesetz oder bevor ein Projekt am Parlament geht, da kann man sich schon ausdrücken. Man kann da E-Fluss nehmen. Und der Piratpartei wird in der Schweiz jetzt gut anerkannt an dieser Praxis. Ja, wir haben sehr wahrscheinlich noch keine Nationalräten oder Standräten. Aber wir nehmen Teil in dieser Vernehmlassung. Und jetzt, die Deputés, die im Nationalrat sind, im Stand der Rat sind, laden uns ein, um Gespräche zu halten, um Meinungen aufzubauen. Zum Beispiel über die Revidierung des BÜPF-Gesetzes, das ist das Abhörgesetz in der Schweiz und das Interzeptiongesetz betreffend Telekommunikation und Post. Heute Nachmittag, der SP hat gewählt, keine Unterstützung zu geben, betreffend diese Revision. Weil wir haben gestürmt und gegen dieses Gesetz rumgeprügelt seit jetzt zwölf Monaten. Ich möchte euch bitte nochmal an die Lautstärke erinnern. Wenn ihr euch unterhalten wollt, geht bitte raus ins Foyer oder nach draußen, das wäre Sinn von euch. Danke. Aber wie machen wir das? Ja, wir benutzen Foren, wir benutzen Stammtische, wir benutzen Social Medias, Twitter und so weiter. Das geht beides Weg. Die Sektion, die Geschäftsleitung machen ihre Arbeit und gehen und suchen die Leute und ihre Erkenntnisse. Wir sind erreichbar durch Post, durch E-Mail und wir sind verfügbar mit direkter Kontakt mit der Bevölkerung. Unser politisches Leben hält sich nicht innerhalb Foren und Social Medias. Und das ist nicht nur an Bundesebene oder an Regionsebene, sondern auch in die lokale Stufe. Nächste Slide. Der Framework, den wir entwickelt haben, der ist nicht ideologisch inhaltlich, der ist nicht programminhaltlich. Der ist nur da, um die Fähigkeit zu geben, an Leute die politische Sache zu treiben, die Basis zu interagieren und ihre politische Meinung zu strukturieren. Und dann eine Konsens zu erreichen durch Urabstimmung. Und nicht Plauscherei zu haben, um nur zu gefechten und sehen, wer die bessere Art und Rede hat. Sondern wie kann man die beste Lösung und die beste Governance aufbauen. Und wie kann man das machen mit Integrität gegenüber unseren Werten, Respekt gegenüber unseren Prinzipien und mit einer strukturierten Abdeckung die gesellschaftlichen Themen. Unsere Programmstruktur hat 38 thematische Bereiche, sodass man kann da die gesamte politische Sache fassen. Nächste Slide. Im Grunde genommen, die Politik in der Schweiz wird durch ganz einfache Themen Positionspapier aufgebaut. Also einfache, gründliche Positionspapier, die dann in Parteiversammlungen wie diese angenehm werden oder zurück für Kommentar gestellt werden. Nächste Slide. Von dort, nächste Slide. Bauen wir auf Programmelementen, sodass man kann eine strukturierte Approach haben gegenüber den Problemen, die heutzutage sind. Und Lösungen anzubieten. Nächste Slide. Und schlussendlich ein Wahlkampfprogrammelement zu haben. Und alle diese Schritte werden durch Euroabstimmung genehmigt. Entweder an lokal, an regional oder auf Bundebene. Das bedeutet, dass gemeinsam der Partei kann auftreten. Ja, Leute können ihre eigene Meinung haben gegenüber den gewissen Elementen und Programmen. Aber das wird dann demokratisch durch das gesamte Prozess bespricht. Was sind die Ergebnisse? Nächste Slide. Mehr oder weniger haben wir unsere Medienpräsenz vierfacht. Wir wurden als ein Ansprechpartner wahrgenommen und nicht nur als ein Gefechtspartner. Wir wurden im Bundesrat, also im Bundesrat, ähm, eingeladen an Arbeitsgruppe. Wir hatten unseren Präsidenten als Keynote im Schweizerischen Datenschutztag, also der Beauftragte an Datenschutz, der das gemacht hat, auf Bundesebene. Nachrichtsmäßig, ja, wir haben einen Hit gemacht. Wir haben uns gegenüber die Snowden-Affäre sehr stark investiert. Wir haben zuerst der ETOB-Repräsentant gemailt, ein öffentliches Brief geschickt. Und wir fragten, dass der Seefarber ein Ende dazu gemacht war. Der hat es abgelehnt. Da haben wir, der Präsident, die Schweiz, einen Brief geschickt. Und, ja, der Brief wurde am 30. Juli geschickt. Und am 1. August, am Nationalfeiertag, der Präsident der Partei wurde eingeladen, um ein Fernsehinterview zu machen, mit Flagge und ganzen Drum und Dran. Das war das erste Mal in der Geschichte unserer Fernsehtagesschau, dass ein politisches Leiter am Nationaltag gerade hinter dem Konfederationspräsident Zeit hatte. Und nicht eine kleine Zeit, sondern drei Minuten. Ja, das kann man sehen als ein Erfolg. Man kann auch die Wachstum in der Zahl der Wähler als Erfolg sehen. Wir haben unsere Anzahl der Wähler verdoppelt. Ja, wir sind nicht die Hürde der Chorum weitergegangen. Ja, sieben Prozent ist ein sehr hohes Chorum. Es geht noch sogar schlimmer als zehn Prozent. Das wird noch eine Weile dauern, bis wir dort sind. Konklusion. Es ist machbar, ein demokratisches politisches System innerhalb einer Piratenpartei aufzubauen und denen zugut die Wachstum des Parteis einzusetzen. Ja, es ist machbar, der Partei in 30 Sekunden zu beschreiben. Und ja, man braucht nicht Popcorn zu fressen, um politische Sache zu treiben. Wenn ihr wollt, ein bisschen mehr über die Beschreibung der Partei und was da losging und wie wir das entwickelt haben, habe ich in Frankfurt an die Singtweiß-Konferenz der International Piratenpartei teilgenommen und eine Rede dort gegeben im Januar. Ja, ihr könnt das auf YouTube und auf der Singtweiß-Website finden. So, jetzt können Sie das benutzen. Vielen Dank, Guillaume. Gut, Guillaume, vielen Dank. Es ist mir eine wahre Freude, noch eine kleine Durchsage zu machen. Und zwar ist die Sandra vorhin mit der FSA-Spendendose rum und möchte euch hier bedanken. Ihr habt alle 785 Euro in diese Spendendose eingezahlt. Das ist grandios. So, gleich zum nächsten Highlight. Wir haben ein Ergebnis, oder? So sieht es aus. Wir haben ein Ergebnis. Bei 939 gültigen und diesmal nicht so gut 26 ungültigen Stimmen hat Mirko da Silva 14,16 Prozent der gültigen Stimmen erreicht. Platz 5. Platz 4. Platz 4. Babak Tubis 14,59 Prozent. Platz 3. Ali Utlu 24,71 Prozent. Folie Nummer 680. Platz 2. Wolf Marvin Weidner mit 34,61 Prozent. Und gewählt ist Christos mit 69,22 Prozent. Christos, du darfst nach vorne kommen, wo immer du bist. Jetzt hast du den ganzen Applaus verpasst. Nimmst du die Wahl an? Ja. Ich danke euch alle. Wahrhaftig. Und jetzt lasst uns alle zusammen nach vorne schauen. Lasst uns die anderen Parteien gucken, dass sie wieder Respekt vor uns haben, dass sie Angst vor uns haben, dass sie, wenn sie wieder Piraten hören, dass sie wissen, dass wir ihnen an den Arsch hängen. Lasst uns nach vorne gucken und lasst uns die anderen Parteien alle wieder bäschen. Ich muss aber noch so eine Meinungsumfrage, also hier so ein Meinungsbild machen, glaube ich. Ich bin ja noch 1V in Hessen und das würde ich gerne bis zur Wahl in September oder Oktober noch bleiben. Dafür bräuchte ich eure Unterstützung. Darf ich das überhaupt selber fragen? Nein, eigentlich nicht. Das kann ich aber gerne für dich übernehmen. Ihr habt das eben mitbekommen, der Christus ist gerade noch 1V in Hessen. Er würde damit zwei Ämter haben. Im September haben wir einen normalen Landesparteitag und er bittet jetzt eure Zustimmung, diese Zeit zu überbrücken und 1V in Hessen so lange bleiben zu dürfen. Jetzt bitte mal die grünen Karten hoch, wenn ihr dafür seid, dass er diese Koalition machen darf und die orange Farben dann für nein. Das ist aber ein ziemlich deutliches Ergebnis. Du darfst. Ich danke euch. Ich danke euch wirklich vom Herzen, Leute. Es ist eine Ehre für mich, für die Piraten diese Position haben zu dürfen. Ich habe Vorgänger wie Katascha, die ich gerade vor mir sehe, die hat das so gigantisch gemacht. Ich danke euch. Lass uns die Progressiven und die Sozialliberalen zusammennehmen und wirklich gegen die ganzen anderen lospoltern. Danke. Ich darf als nächste Durchsage die Kandidatenliste zum Generalsekretär hiermit schließen, damit wir mit der Vorstellung direkt beginnen können. Das tue ich hiermit. So, und dann kommen wir auch direkt zur Auslosung der Rangfolge der Kandidierenden. Die Lottofee. Danke. Dringende Durchsage. Hat jemand Dutzi gesehen? Oder jemanden, der Dutzi durch die Gegend schleppt? Es ist... Ah, da. Wunderbar. Danke. Mike Saunus, bitte zur Bühne. Inflationäres Kindersuchen. Lucy wird auch irgendwie vermisst. So, die Lottofee darf ran. Wir ziehen die Kandidatenreihenfolge für die Vorstellung zum Genseck. Auf Platz 1 Ralf Hurnig. Danach Stephanie Schmidke. Danach Arnold Schiller. Ich danke dir. Dann Marcel Ritschel. Und als letztes darf sich vorstellen Michael Ebner. Gut. Und noch eine ganz kurze Durchsage. Es wurden jetzt einige Fragen gestellt bezüglich der Versammlung heute. Ich habe gerade eben erfahren wir machen bis 9. So, dann möchte ich den Ralf Hurnig auf die Bühne bitten. Er ist die Nummer 1. Und seine Kandidatur vorzustellen. Ja, hallo. Mein Name ist Ralf Hurnig. Man kennt mich wahrscheinlich besser unter Sokratos. Ich bin 53 Jahre alt, komme aus Nordrhein-Westfalen und kandidiere hier an dieser Stelle jetzt für den Genseck. Ja, die meisten Leute kennen mich wahrscheinlich vielleicht von den Landesparteitagen, vom Sehen, von der Bühne, aus den Grillen, von dem was ich alles so geschrieben habe. Ich kandidiere für den Genseck, weil ich dort die Arbeit machen will. Im Genseck-Bereich ist was zu tun. Da liegt Arbeit, die Mitgliederratenversammlung, das BEO. Und das will ich umsetzen, das will ich zum Laufen bringen. So und da wir heute schon viel Zeit mit viel Reden verplappert haben, beende ich hier meine Vorstellung und bitte euch mir Fragen zu stellen. Danke. Gut. Dann möchte ich die Versammlung fragen, ob sie Fragen an den Kandidaten hat. Ist das der Fall? Hebt bitte die grüne Karte. Ist das nicht der Fall? Die rote. Die orange Farben. Entschuldigung. Genau, komm, ein paar Karten. Komm. Ich sehe kaum Karten. Trotzdem eine Mehrheit dagegen. Auch hier meine eigene Mehrheit dagegen. Gut. Eben noch einmal die Aufforderung bekommen, euch hinzuweisen, dass es hier sehr laut ist. Ein bisschen leiser bitte. Das würde allen helfen. Pssst. Aber das Meinungsbild ist eher negativ. Das heißt, wir befragen dich nicht. Ein GO-Antrag. Ja. GO-Antrag auf Meinungsbild. Wer hat gemerkt, dass sich da eben ein Kandidat vorgestellt hat? Kannst du das zu einer Ja-Nein-Frage umformulieren? GO-Antrag auf Meinungsbild. Hast du gemerkt, dass sich gerade eben ein Kandidat vorgestellt hat? Gut. Nun gut. Okay. Liebe Versammlung, ihr seid doch mal so gut und sagt mir, ob ihr das eben mitbekommen habt, dass der Ralf Honig sich vorgestellt hat. Ja. Wenn ihr die grüne Karte hebt, sagt ihr Ja und ist gut. Okay. Fass keine Worten. Wer hat es nicht mitgekriegt? Die orangefarbene? Gut. Also es haben wohl die meisten mitbekommen. Danke. So. Dann möchte ich die Stefanie bitte bitten, auf die Bühne zu kommen und ihre Kandidatur vorzustellen. Wir haben noch einen GO-Antrag. Ganz kurz, Stefanie. GO-Antrag auf Vertragung auf morgen, da ich den Eindruck habe, dass die Versammlung nicht mehr konzentriert genug ist, um überhaupt irgendwie zu folgen. Okay. Wer ist Ihre Unterbrechung bis morgen? Fragen wir das mal in die Runde. Das ist ein wichtiger GO-Antrag. Gut. Also es gibt einen GO-Antrag auf Unterbrechung der Sitzung. Bis morgen früh. Also nicht vertragen, sondern wir würden die Sitzung unterbrechen. Das ist... Genau. Gibt es dazu eine Gegenrede? Zunächst einmal. Formal? Formal? Also das stimmt. Gut. Dann stimmen wir das... Ah, da gibt es eine Gegenrede. Dann lassen wir den Redner reden. Also ich glaube, wir sind ja alle freiwillig hier. Also wer nach Hause fahren möchte, darf das gerne tun. Aber wir müssen unsere Kandidaten wählen und dementsprechend lassen wir das jetzt machen. Gut, dann checken wir das mal ab. Wer ist denn dafür, dass wir die Versammlung unterbrechen und morgen früh fortfahren? Nach der Gegenfrage frage ich jetzt gar nicht. Das ist ein ziemlich eindeutiges Votum dagegen. Wir fahren also fort. Stefanie, du hast das Wort. Danke. So, nach meiner Wahl zum Genseck im Dezember gab es einige kritische Stimmen, auch aus der Verwaltung. Ein paar dieser Leute haben vorhin auf meiner Unterstützerliste unterschrieben. Dafür danke ich Ihnen. Bevor ich mich entschlossen habe, meine Kandidatur bekannt zu geben, habe ich mit den Teams der Geschäftsbereichen, mit denen ich sehr viel zusammengearbeitet habe, gesprochen, über diese Zusammenarbeit und über meine Kandidatur. Sie haben mir grünes Licht gegeben und ich habe Ihre Unterstützung. Auch dafür bin ich sehr dankbar. Applaus Was meine Agenda für eine neue Amtszeit betrifft, so hat sich an meinem Vorhaben, dieses Organisationshandbuch zu erstellen, nichts geändert. Ich habe außerdem mit dem Mark Huger zusammen, der als stellvertretender Genseck kandidiert, noch ein paar Baustellen aufgeschrieben, die es aufzuarbeiten gilt. Ihr findet eine Auflistung davon in meinem Wiki-Profil. Ich würde nämlich jetzt gerne die verbleibende Zeit dieser Rede noch nutzen, um ein paar Dinge zu sagen, die für mich sehr wichtig sind. Viele von euch haben mir nach dem Rücktritt Verantwortungslosigkeit vorgeworfen. Ich denke, die Tatsache, dass ich jetzt heute hier auf dieser Bühne stehe und mich euren Blicken und euren kritischen Fragen stellen werde, beweist das Gegenteil. Nach Wochen voller Anfeindungen und Provokationen und Non-Menschens wäre es echt verdammt leicht gewesen, einfach still und leise zu gehen. Aber ich stehe heute hier, weil ich an die Idee dieser Partei glaube. Ich glaube daran, dass wir diejenigen sind, die der Gesellschaft den Weg ins digitale Zeitalter zeigen können. Aber wir fehlen ungemein, weil wir aufgehört haben, uns unserer Wurzeln zu besinnen. Reclaim your Netz-Partei heißt nicht, dass ich das Programm von 2009 zurückhaben will oder dass alles außer Netzpolitik bei uns nichts verloren hat. Es geht darum, dass wir uns unserer Werte und unserer Wurzeln besinnen. Wir haben uns in den letzten Monaten viele Labels gegeben. Sozialliberal, linksliberal, progressiv, Zukunftspartei. Also für mich gibt es eigentlich nur ein Label, das zählt. Wir sind Piraten. Das ist die eine Sache, die uns alle eint. Und unsere Aufgabe in den nächsten Monaten wird es sein, unsere aller Aufgabe wird es sein, dieses Label Piraten zu definieren, sodass wir selber wissen, wer wir sind, damit wir das den Bürgern, die uns wählen sollen, auch beibringen können. Keiner, der uns nicht kennt und der nicht weiß, wofür wir stehen, wird uns wählen. Bitte kommt zum Ende. Ja. Noch kurz dazu. Ich würde mich auch freuen, wenn wir auch einen innerparteilichen Deal erneuern. Wir machen gute Politik und dafür bekommen wir von einem großartigen Verwaltungsteam, von tollen IT-Piraten und von allen anderen ehrenamtlichen Helfern und Orga-Helfern den Rücken freigehalten. Danke, Stefan. So, dann möchte ich die Versammlung fragen, ob die Stefanie befragt werden soll. Bitte mal die grünen Karten, wenn ihr Fragen stellen möchtet und die orangefarben, wenn ihr darauf verzichten wollt. Das ist eher eine Mehrheit dafür, das heißt, wir befragen die Stefanie. So, dann möchte ich bitten, die Leute, die Fragen stellen möchten, sich vor dem Mikrofon einzufinden und Monopol wird dann wieder die Zählung übernehmen und wir losen. Also wer jetzt sich zum Mikro begibt, bitte hebt die grüne Karte und lauft einfach schnell dahin. Das wäre mir sehr wichtig, dass wir das nicht zu viel Zeit verlieren und heute in den Wahlgang noch durchbekommen. So, würde ich sagen, in drei, zwei, eins schließen wir die Rednerliste. Wir haben vier, das heißt, wir brauchen kein Los. Ich würde sagen, wir starten vom Fleck weg. Der erste darf ans Mikrofon. Hallo, danke für deinen Rechenschaftsbericht. Wenn ich ihn richtig gelesen habe, gab es eine Phase, wo Liquid Feedback mehr oder weniger hinten runtergefallen ist und gewisse Probleme nicht mehr gelöst werden konnten. Könntest du kurz die Probleme darstellen, die es zurzeit rund um die Bundesliquid-Feedback-Installationen aus Generalsekretärs Sicht gibt? Also in meinem Tätigkeitsbericht kam nichts von Liquid Feedback vor, weil das nicht mein Geschäftsbereich ist. Und ich sage ganz eindeutig, dass ich mich mit dem Thema während meiner Amtszeit nicht intensiv beschäftigt habe und dir nicht sagen kann, wie der aktuelle Stand da ist. Gut, der nächste bitte. Dein Rückzeit ist jetzt ein paar Monate her. Siehst du das jetzt immer noch als richtige Entscheidung an? Ja oder nein? Ja. Da wir jetzt schon einige Kandidaten im Bufo haben, wäre jetzt die Frage, gibt es für dich unter den jetzt gewählten Kandidaten einige, mit denen du nicht klarkommen könntest oder kommst du mit allen so, wie sie jetzt gewählt wurden, zurecht oder gibt es da irgendwelche zu erwartenden Reibungsstellen? Ich bin davon überzeugt, dass ich mit den bisher gewählten Kandidaten klarkommen werde. Deswegen stehe ich auch hier. Ich hatte ja im Vorfeld gesagt, dass ich meine Kandidatur davon abhängig mache, wer gewählt wird. Aber eindeutig ja. Ja, hallo Stefanie. Ich möchte dich gerne fragen, inwiefern du glaubst, dass du durch deinen Rücktritt im Bundesvorstand die Piratenpartei im Europawahlkampf unterstützen konntest? Ich glaube nicht, dass wir den Europawahlkampf unterstützt haben. Ich glaube aber auch nicht, dass wir ihm geschadet haben. Vielen Dank. Danke dir, Stefanie. Und ich möchte dann den Arnold Schiller auf die Bühne bitten, um seine Kandidatur vorzutragen. Hallo, mein Name ist Arnold Schiller. Wer mich nicht kennt, ich war mal Genseck im Bezirksverband Oberbayern, habe mich im Wiki eingetragen gehabt, so als da zwei Kandidaten bereits drin standen und habe dann den Spruch dazu geschrieben. Nur motzen ist zu billig. Das kommt einfach daher, weil ich bei Bewerbungen zu Bundesparteitagen mich mit dem Bund habe mal auseinandersetzen dürfen. Und der Meinung war, wer dann einfach nur motzt und nicht macht, das ist eben zu wenig. Also man sollte sich dann auch, wenn man Kritik äußert, durchaus die Alternative bereitstellen. Und das habe ich gemacht und ich will euch jetzt nicht viel Zeit klauen. Ich bin auch ziemlich geschafft von diesem Parteitag und ich danke aber, den Dank will ich loswerden, allen Verwaltungspiraten, deren Arbeit man teilweise nicht so mitbekommt, wo sich auch manchmal beschwert wird, dass das vielleicht hier und da nicht läuft, aber die machen einen tollen Job. Und ich möchte ganz einfach allen Verwaltungspiraten hier an dieser Stelle mal danken, dass sie diesen tollen Job machen. Ob das jetzt die Akkreditierung heute war und überhaupt, die haben den Dank verdient. Sie sind nicht so in der Öffentlichkeit, aber sie machen einen super Job, den manche Leute leider Gottes nicht so mitgekriegen. Danke und ja, wählt mich oder nicht, wenn ihr glaubt, dass ich der Richtige bin. Gut. Möchtet ihr den Kandidaten befragen? Bitte mal die grünen Karten, wenn das der Fall ist und die roten, wenn das nicht der Fall ist. Möchtet ihr ihn befragen? Vielleicht noch ein paar mehr Karten nach oben, das sind recht weniger, aber das ist eher negativ. Arnold, ich danke dir. So, der nächste Kandidat ist der Marcel. Ich bin der Marcel da, da vorne, genau. Liebe Piraten, mein Name ist Marcel, ich bin 29 Jahre alt, ich kandidiere für den Posten des Bundesgeneralsekretärs. Ich bin seit 2009 Pirat, war schon zwei Jahre im Vorstand des Kreisverbandes Dresden und bin seit November letzten Jahres der Vorsitzende des Landesverband Sachsen. Ich habe mich entschieden, für dieses Amt zu kandidieren, weil ich den gewählten Vorstand, die ja jetzt gewählt wurde, sehr gerne unterstützen möchte. Verwaltung ist ein Job, den nicht jeder gerne macht. Verwaltung macht keinen Spaß, aber ohne geht es halt nun mal leider nicht. Ich hatte schon auf unterer Ebene Erfahrungen gesammelt als Generalsekretär. Ich habe gemerkt, diese Arbeit macht mir immens viel Spaß und ich würde sehr gerne wieder in der Mitgliedsverwaltung tätig sein. Und in Sachen Mitglieder haben wir so einiges zu tun. Zum einen müssen wir endlich unsere Mitgliedsdatenbank sauber bekommen. Wir haben Mitglieder in der Datenbank, die eigentlich keine mehr sind. Wir haben Mitglieder, die nicht einmal in ihrem Dasein den Beitrag gezahlt haben. Hier müssen wir die Gründe dafür finden. Und wenn Menschen wirklich nur noch auf dem Papier ohne Beitrag Mitglied sind, dann müssen wir diese auch ehrlicherweise streichen. Wir brauchen unbedingt eine funktionierende Möglichkeit, um zwischen den Parteitagen Entscheidungen zu treffen. Wir als basisdemokratische Partei kriegen es nicht hin, außer zweimal im Jahr Entscheidungen zu treffen. Auch innerparteilich kann uns das sehr, sehr viel helfen, indem wir ad hoc Fakten schaffen können. Ich bin der Meinung, dass das Konzept des dezentralen Parteitages unbedingt ausprobiert werden muss. So haben viel mehr Mitglieder die Möglichkeit, sich an der politischen Willensgebung dieser Partei zu beteiligen. Wir haben uns die Teilhabe ins Programm geschrieben, dann sollten sie verdammt auch mal leben. Eine andere Sache ist unsere Satzung. Es braucht dringend einen Upgrade. An vielen Parteitagen wurde darum herumgedaukt und jetzt ist da ein Text, der nicht wirklich flüssig ist und an vielen Sachen wirklich Bedarf hat, verbessert zu werden. Hier soll natürlich der Vorstand nicht alleine machen, aber ich brauche jemanden, der genau das antreibt und der genau das den Mitgliedern schwackhaft macht. Das ist eine tolle Satzung, worauf was tolles ist. Jetzt sind wir hier in Halle, wir haben einen neuen Vorstand und ich höre immer wieder sowas wie, wir brauchen ein Label. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte nicht viel davon, weil ich sehe kein Label, was uns wirklich beschreibt. Zum einen, wir sind liberal, weil wir gegen die Überwachung der Menschen sind und weil uns die Freiheit eines jeden Einzelnen am Herzen liegt. Wir sind sozial, weil wir uns unter anderem das BGE ins Programm geschrieben haben und soziale Teilhabe leben. Wir sind links, weil politische und gesellschaftliche Gleichberechtigung unsere Ziele in dieser Gesellschaft sind. Und wir sind progressiv, weil wir mit unserem Programm die Welt von morgen sehen und gestalten wollen. Der gesellschaftliche Fortschritt ist nicht aufzuhalten und wir sind es, die die richtigen Antworten und Visionen haben. Wir müssen uns wieder darauf besinnen, dass wir das hier alles machen. Warum wir das hier alles machen? Damals haben wir im Internet einen Gesellschaftsentwurf gefunden und wollen den hinaustragen in diese Welt. Bitte kommt zum Ende. Ich komme zum Ende. Ganz kurz. Ein neuer Buwo wird unsere Probleme halt einfach nicht lösen. Ihr seid es, die entscheiden müssen, ob wir wieder dahin gehen wollen, diese Welt zu sehen, zu kritisieren, Missstände aufzuzeigen und den Leuten die Politik schmackhaft zu machen. Das geht aber nur mit euch allen hier im Saal. Ihr habt die Wahl. Danke für eure Aufmerksamkeit. Gut, dann möchte ich die Versammlung fragen, ob wir den Marcel befragen. Bitte die grünen Karten, wenn ihr ihn befragen wollt und die orange waren, wenn ihr ihn nicht befragen wollt. Das ist eher positiv. Warte mal. Lass sie nochmal oben gerade. Unklar. Also befragen wir. Im Zweifelsfall befragen wir ihn. Okay. Im Zweifelsfall befragen wir. Das heißt, wir stellen ihm Fragen. Bitte seid so gut und geht zügig ans Mikrofon, dass wir an der Fragestellerliste schnellstmöglich zusammenbekommen und loslegen können. Drei, vier. Gut. Drei, zwei, eins. Damit schließe ich die Rednerliste. Ich nehme an, es sind... Ja. Okay. Nummer fünf. Gut. Nummer fünf. Dann würde ich den ersten bitten, ans Boot zu treten. Hallo. Welche Auswirkungen hat deine Kandidatur hier auf den Landesverband Sachsen? Gar keine. Weil auch hier werde ich dann, wenn ich gewählt werde, ein Meinungsbild einholen, ob ich bis zum Oktober, November diese Wörbelfunktion ausübe. Wir haben einen Wahlkampf. Das würde sich nicht sehr gut machen, einen neuen Vorstand zu wählen. Die Wahlkampforga arbeitet sehr gut. Ich habe wirklich nur noch so Orgasachen zu tun und von daher ist es auch nicht wirklich eine Schwierigkeit, diese beiden Ämter für die drei Monate unter einem Hub zu bekommen. Der Nächste. Da du dich als integrativ dargestellt hast, auch an dich die Frage, wie willst du mit Leuten umgehen, die deiner Meinung nach Grenzen überschreiten und eigentlich unerträglich werden? Hast du davor... Beispiele gab es ja in letzter Zeit. Also erstmal, was ich persönlich denke, sollte als Bundesvorstand erstmal ein bisschen nebenher sein. Wir haben eine Satzung, wir haben ein Programm, darin steht eigentlich, wie wir uns zu verhalten haben. Das mit den Grenzen überschreiben ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil uns fehlt wirklich ein Regelwerk. Uns fehlt ein Regelwerk, was dürfen wir, was für politischen Aktivismus wollen wir haben. Das Regelwerk fehlt uns, deswegen tun wir uns auch immer so schwer mit OMs. So ein Regelwerk muss erarbeitet werden, muss von einer breiten Basis beschlossen werden, mitgearbeitet werden und dann können wir anfangen zu sagen, das ist eine grenzüberschreitende Aktion aus dem und dem Grund, jetzt machen wir eine Ordnungsmaßnahme oder halt auch nicht. Nächste. Marcel, ich stelle dir eine Frage, die irgendwie in Neumünze mal aufkam. Wie geil bist du denn? Danke. Hallo Marcel. Hallo. Ich wüsste gerne, ob du und wenn ja wie, du mit dem jetzigen Verwaltungsteam schon bekannt bist, ob du mit denen schon mal gearbeitet hast und ob du glaubst, dass du dich da integrieren kannst. Also ja, ich war ein Jahr Genseck in Dresden, ist jetzt eine Kreisebene, aber hier war ich derjenige, der das Sage und die Programme erstmal wirklich eingeführt oder das CRM eingeführt hat, dass die Mitgliedsverwaltung wirklich dort in Dresden auch gemacht wird, vor Ort. Das wird bis heute halt so gemacht. In dem Fall konnte ich natürlich zwangsweise in der Verwaltung schon ein bisschen Fuß fassen, aber ich bin dort nicht wirklich so groß vernetzt, sehe das aber nicht als so ein Riesenproblem. Ich kann mit allen möglichen Menschen arbeiten und von daher bin ich da sehr entspannt, dass es gut geht. Nächste. Geht das? Ja. Okay. Hallo Marcel. Eine kurze Frage. Gäbe es für dich Umstände oder Szenarien, in denen du dich bewogen sehen würdest, zurückzutreten und wenn ja, welche? Ne. Ganz einfach, aufgeben ist keine Option. Und ich bin Bundesvorstand, um diese Partei zu verwalten und sie nicht irgendwie an den Abgrund zu strengen, weil ich halt keinen Bock mehr habe, sondern ich weiß, ich bin für ein Jahr gewählt, ich ziehe die dieses Jahr durch und werde in diesem Team Bovo ein Jahr lang meine Arbeit verrichten und persönliches auch so vorlassen. Gut, da wir eben eine vollständige Fünferrednerliste zusammenbekommen haben, möchte ich die Versammlung jetzt doch nochmal fragen, ob wir den Marcel weiter befragen möchtet. Bittet die grünen Karten, wenn ihr das tun wollt und die orange Karten, wenn ihr das nicht tun wollt. Das ist ein ziemlich eindeutiges Ergebnis. Danke dir Marcel. Dankeschön. Danke. Jetzt der nächste wäre der Michael Ebner, wenn er in die... Da ist er. Einen schönen guten Abend. Michael Ebner, 44 Jahre alt, so beruflich unterwegs, ich nenne es immer akademischer Gelegenheitsarbeiter, IT-Freiberufler, Sachbuchautor, habe eine Firma für Schallpegelmessungen, also mal dies, mal das. Seit 2009 in der Partei ziemlich gleich dann die Leitung der Bundesgeschäftsstelle übernommen, habe das knapp anderthalb Jahre gemacht. Danach musste ich das aufgeben, weil meine finanziellen Reserven so ein bisschen knapp wurden. Bin dann ins Bundesschiedsgericht und bin seit Mitte 2012 einer von zwei Bundesbeauftragten für die Bundesparteitage, bereite also solche Veranstaltungen wie diesen Bundesparteitag hier mit vor. Was möchte ich im Bundesvorstand tun? Ich habe da auf meiner Wiki-Seite, die könnt ihr bei Gelegenheit euch mal anschauen, habe ich eine Agenda dargelegt, die eigentlich nur drei Punkte beinhaltet. Der erste Punkt ist, wir brauchen mehr Respekt. Und zwar zu allerersten Mal mehr Respekt vom Bundesvorstand der Basis gegenüber. Der Bundesvorstand selber muss sich diesen Respekt erst erarbeiten, aber die Basis als diejenigen, die diesen Vorstand wählt, über seine Entlastung befindet, die hat wieder stärker vom Bundesvorstand respektiert zu werden. Aber wir wollen auch den innerparteilichen Respekt von verschiedenen Strömungen miteinander, dieser innerparteiliche Respekt sollte gefördert werden. Der zweite Punkt der Agenda ist, ich möchte mehr Transparenz haben. Das, was wir politisch fordern, sollten wir auch praktisch vorlegen, sonst kann keine Glaubwürdigkeit entstehen. Und der dritte Punkt dieser Agenda ist der innerparteiliche Umgang. Marcel hat es gerade schon ein bisschen ausgeführt. Das sind auch meine Gedanken in dieser Richtung. Lasst uns gemeinsam eine Art Kodex erarbeiten, was geht, was nicht geht. Weil das sieht im Moment jeder anders, wo die Grenzen sind, was man tun darf. Und das sollten wir ein bisschen präzisieren. Und dann gibt es Regeln und die gelten für alle. Ansonsten, ich habe natürlich auch eine politische Ausrichtung. Auf meiner Kandidaturseite findet ihr diesen sogenannten politischen Test. Wer das einfacher braucht, komplexitätsreduziert, darf mich als sozialliberal verorten. Aber das ist eine Geschichte, die weitgehend treffend ist, aber nicht vollständig. Programmatisch habe ich an verschiedenen Stellen gearbeitet. Schaut nach, was ich in Liquid Feedback eingebracht habe. Die sind auch im Wiki verlinkt. Und ich habe das Grundeinkommensmodell Sozialstaat 3.0 maßgeblich mit verfasst. Dankeschön. Applaus Gut. Danke Michael. Ich war jetzt eine Sekunde abgelenkt. Die Befragung des Kandidaten. Ihr kennt die Frage, wollt ihr ihn befragen? Ja oder nein? Bitte die grünen Karten, wenn ihr ihn befragen wollt. Die roten, die orange warmen, wenn ihr ihn nicht befragen wollt. Das ist eher ein positives Ergebnis. Das heißt, wir befragen ihn. Die Menschen, die Fragen stellen möchten, bitte zügig zum Monopol. Zügig. Ihr wolltet ihn doch befragen. Gut. Ihr wollt ihn befragen, aber keiner will ihn befragen. Monopol, magst du vielleicht einen Satz zur... Hast du eine Frage? Du hast ja auch gefragt, wollt ihr, dass er befragt wird und nicht, wollt ihr ihn befragen? Ich weiß. Ja. Ihr wolltet noch etwas hören, aber wir haben leider keinen, der eine Frage stellen möchte. Dann kommen wir jetzt zur Auslosung der Reihenfolge der Fragen. Ja, wir haben doch eine Rednerin. Gut. Dann schieß los. Ja, Michael, du hast ja gesprochen, du willst die Basis ernst nehmen. Weil ich frage mich, ich habe gerade nochmal nachgeguckt im Liquid, denn Sozialstaat 3,0 hat nicht mal das Quorum erreicht. Aber du vertrittst ihn immer weiter, immer weiter, als ob er das wäre, was das Nonplusultra ist. Und ich finde, das ist nicht die Basis ernst nehmen. Ich weiß jetzt gerade noch nicht einmal, auf welche Initiative du anspielst. Meines Wissens wurde das nie wirklich abgestimmt. Ich sehe zum derzeitigen Zeitpunkt auch gar nicht die Notwendigkeit. Das Konzept müsste erst in der Partei deutlich mehr bekannt gemacht werden. Im Bereich der Sozialpiraten ist das, glaube ich, ein Begriff. Aber innerparteilich wüssten die meisten noch nicht besonders viele Details damit zu verbinden. Von daher habe ich das auch aus gutem Grund noch einerseits nicht ins Liquid gestellt, andererseits auch noch nicht so als Positionspapier oder so auf den Parteitag eingebracht. Gut. Michael, danke sehr. Dann übergebe ich hiermit an den Michel. Zum weiteren, wir machen jetzt mal eine Minute Pause und gleich geht es weiter. Gut. Sasa und Gaby, ich erteile euch hier mal das Wort. Okay. So. Lieber Bundesvorstand, alter Bundesvorstand. Wir wollten das einführen mit der Dankeskultur. Nachdem wir festgestellt haben, also bei den letzten Parteitagen hat das nicht so richtig funktioniert. Achso. Nachdem wir festgestellt haben, dass das mit dem letzten Parteitag nicht so gut funktioniert hat, wollen wir das einführen mit der Dankeskultur. Deswegen haben wir hier ein Dankeschön für euch. Schön der Reihe nach. Vielleicht kommt ihr zu mir. Oh, wie macht ihr das? Ich gucke mal gerade. Ja, ganz genau. So, das sind aber noch nicht alle. Da fehlen ja noch die Hermi, der Björn und der Stefan. Wo sind die denn? Die Basis, genau. Die Basis. Die Basis, genau. Hermi und Stefan, seid ihr noch da? Letzter Aufruf, Hermi und Stefan, sieht keiner, okay, die scheinen gerade irgendwie anderweitig beschäftigt, ach nee, da kommt die Hermi. Applaus Okay, der Stefan fehlt jetzt, damit haben wir die erste Dankesrunde fertig. Vielen Dank nochmal an euch für eure Arbeit, ganz unabhängig davon, was man jetzt von irgendwelchen Entscheidungen halten mag, ihr habt alle Zeit und Kraft in diese Partei investiert und dafür einfach ein dickes, fettes Dankeschön. Applaus 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 So, dann kommen wir gerade noch in die nächste Runde. Ich bitte einmal alle Kassenprüfer nach vorne. Ich habe jetzt leider nicht alle Namen auf dem Schirm. Namentlich weiß ich die Solzken, ist auf jeden Fall Kassenprüferin, der Thomas Gaul, Sabrina Augustin, Christoph Lörr, Robert Geislinger, Robert Geislinger, einer fehlt mir jetzt. Ach, und die Wika, genau. Die Solzken ist da. Ist der Thomas Gaul auch da? Den habe ich auf jeden Fall hier rumrennen sehen. Ach, guck mal, da kommt noch einer. Hallo, wir sind die Börsen. Applaus Leute, ein bisschen enthusiastischer hier. Applaus Applaus Die ehemaligen Vorstände, die noch anwesend sind, auch einmal bitte auf die Bühne. Wir möchten das gerne an dieser Stelle nachholen. Applaus Also ich habe den Alios gesehen, den Incredible, die Julia, die Kata, den Bernd. Sind die alle noch da? Bitte einmal auf die Bühne. Die Svanelt habe ich gesehen. Applaus Wo seid ihr? Rauskommen. Applaus Also jeder, der jetzt gerade den ehemaligen Bufu sieht, schickt ihr mal ganz schnell zur Bühne. Hinter dir. Guck mal, die Svanelt kommt. Dreh dich mal rum. Best habe ich gesehen. Der Alios ist auch schon da. Wo ist denn der Bernd? Der war auf jeden Fall gerade auch noch da. Applaus Oh, und eine Brille sieht man so wenig. Ich erkenne die Gesichter gar nicht. Ach, da ist der Bernd. Wunderbar. Ist die Kata noch da und der Incredible und die Julia? Steht auch hinter dir. Applaus So, sehe ich gerade noch jemanden wild hier hinflitzen. Die anderen scheinen irgendwie nicht mehr da zu sein. Okay, dann auch nochmal an euch. Die haben es ja wie gesagt leider Gottes in Bremen verpasst. Ein riesengroßes Dankeschön. Auch ihr habt verdammt viel Zeit und Kraft in diese Partei investiert. Vielen, vielen Dank von uns allen. Applaus Ach, und den Johannes habe ich auch noch vergessen. Der ist auch irgendwo rumgelaufen. Applaus Das ist gleich das Herz. Von unten des Herzens. Dankeschön. Vielen Dank. Sven ist glaube ich auch da. Ja, genau. So, ich weiß, ich habe hier so ein Geschenk bekommen, das ist für mich. Aber ich glaube, ich möchte das gerne an Sasa weitergeben, weil ich das total klasse finde, dass es Leute wie sie gibt, die einfach mal dran denken, Danke zu sagen. Applaus Und ich habe eine 57-minütige Runterschäde vorbereitet. Du hast fertig noch 10 Tüten da? Alles was auf der Bühne stehen bleibt, wenn die Wahl beginnt, Punkt, Punkt, Punkt. Gut, nichtsdestotrotz, um bis 9 fertig zu werden, würde ich jetzt mal an den Michel, nein, werde ich jetzt an den Michel übergeben. Und wir schreiten zur Wahl. Ja, vielen Dank dafür. Ich muss, also wenn wir hier schon bei so einer Dankesorgie sind, muss ich auch nochmal Danke sagen und ich hoffe, dass ihr das auch tut. Bevor ich das vergesse, an die ganzen Wahlhelfer, die wir hier haben und die hier bei jeder Wahl mithelfen, das ist nicht selbstverständlich, da geht auch Zeit drauf. Deswegen herzlichen Dank, liebe Wahlhelfer, dass ihr mir und euch allen da so zur Seite steht. Applaus So, ich mache wieder ein paar Voransagen, nachdem der Schlumpf mir eben was gesagt hat. Okay. Das ist ja gültig. Ja, das sage ich. Also. Ich beantworte zur nächsten Frage. Es hat jemand gefragt, was passiert, wenn ich einen leeren Zettel abgebe. Das kann man tun. Dann lehnt man alle Kandidaten ab. Der ist trotzdem gültig. Ein leerer Wahlzettel, den man abgibt, ist trotzdem gültig. Das ist eine Ablehnung aller Kandidaten. Das dazu. Wir benutzen, nein eins noch. Ich weiß nicht, ob ihr Mitglied oder ob ihr nicht Mitglied seid, der AG Single mault. Bitte, wir hatten vorhin eine Menge ungültige Wahlzettel, die waren nicht alle willentlich ungültig. Konzentriert euch beim Kreuz machen. Ich lasse das mal so stehen. Macht bitte im Kästchen das Kreuz und nicht irgendwo zwischen zwei Kästchen und dann so mit Tendenz in das eine rein oder so. Das ist unglücklich. So, wir benutzen Wahlzettel Nummer 5. Wir haben es extra nochmal dahingeschrieben. Nicht Wahlzettel Nummer 4 weiß, sondern Wahlzettel Nummer 5 blau. Das hat eine ganz einfache Begründung. Es gab einige Leute, die schwitzen wie ich. Die haben gerade beim Abreißen des Wahlzettels Nummer 3 Nummer 4 einfach mit abgerissen und haben den dann so verknüttert irgendwie mit eingeschmissen. Das haben wir dann gemerkt. Haben die auch nicht mitgezählt oder so. Keine Angst. Aber diese Wahlzettel waren dann in dem Moment natürlich über. Jetzt sind sie nicht mehr da. Das heißt, wer gerade seinen Wahlzettel sozusagen verloren hat, der könnte jetzt nicht mitwählen. Deswegen benutzen wir Wahlzettel Nummer 5 blau auch nochmal an die Wahlhelfer. Jetzt bitte ich, wir haben nochmal Wahlhelfer ersetzen müssen. Jetzt bitte ich nochmal alle Wahlhelfer aufzuzeigen, die an den Urnen stehen oder die mit der Wanderurne unterwegs sind. Das sind eure Wahlhelfer für diesen Wahlgang. Gibt es da ein oder Widerspruch? Das funktioniert genauso gut wie beim letzten Mal. Sehr gut. Dann ernenne ich euch alle jetzt für das Protokoll auch nochmal zu Wahlhelfern. Dann möchte ich jetzt bitte einmal die leeren Urnen sehen und sehen, dass die überall besetzt sind. Die äußere Reihe okay. Diese Reihe ist okay. Hier alles gut. Da drüben, jawohl. Da drüben die äußere Reihe ist auch gut. Die Wanderurne habe ich schon gesehen. Da an der Wand macht bitte Platz für die Wanderurne, wobei ich sehe, die sind schon durch. Dann habe ich alles gesagt, was ich sagen muss und eröffne den Wahlgang Nummer 4 auf Wahlzettel. Stimmzettel Nummer 5 blau. Okay, Moment. Jetzt kommen winkende Leute auf mich zu. Ja, achso. Für die Wahlhelfer, genau, damit das kein Problem ergibt, bitte die 5 ankreuzen, nicht die 4. Die 5 ankreuzen das Stimmzettel Nummer 5. So, jetzt hole ich mir eben noch ein Go von meinem Team und dann gucken wir nochmal. Alles klar, das war das Go von meinem Team. Dann eröffne ich jetzt den Wahlgang. Ihr dürft jetzt Zettel einschmeißen. Viel Spaß. Der Matthias Bjarne mal möchte bitte mal auf die Bühne kommen. Eine Durchsage. Alle Juristen vom Dienst möchten bitte zur Akkreditierung kommen. Also alle Juristen vom Dienst möchten bitte zur Akkreditierung gehen. Danke. Robert Schiever möchte sich bitte hier vorne melden. Noch einmal die Durchsage an die Juristen vom Dienst. Sie möchten sich bitte zur Akkreditierung begeben. Die Juristen vom Dienst, bitte zur Akkreditierung. Sofort. So, wir machen das ganz fix. Diesmal vorletzte Warnung. Wer wählen will, jetzt bitte zu den Urnen. Es sind kaum bis keine Schlangen mehr da. Letzter Aufruf zum Wählen. Wer jetzt noch nicht gewählt hat, rennt bitte schreiend auf eine Urne zu. Alles klar, dann schließe ich hier mit dem Wahlgang. Ab jetzt kann kein Wahlzettel, kein Stimmzettel mehr abgegeben werden. Und wir schreiten zur Auszählung, bitte. Wunderbar. Ja, und während der Auszählpause möchten wir euch noch mit etwas Informativen unterhalten. Und ich bitte jetzt hier mit erst mal Martin Bochmann auf die Bühne. Martin, komm ruhig auf die Bühne, aber noch einen kurzen Blick warten. Nur ganz kurz bitte an meine Wahlhelfer. Ihr benutzt natürlich Wahlgang Nummer 4 den Zettel, nur damit ihr euch nicht, damit ihr nicht verwirrt seid. Das ist Zettel Nummer 5, Wahlgang Nummer 4. Ihr könnt die Auszählzettel benutzen, gar kein Problem. Ja, ich spreche zu euch als Kreisverbandsvorsitzender der Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und Basisdemokratische Initiative. Die Partei! Halle! Ich soll euch alle im Namen des gesamten Kreisverbands herzlich grüßen, euch viel Erfolg wünschen. Wir haben unsere Wahlerfolge in Halle gehabt. Wir haben die NPD gedemütigt bei der Europawahl. Wir hatten fast ein halbes Prozent mehr als die NPD. Also, falls es innerhalb der nächsten 50 bis 100 Jahre wieder einen Parteitag der Piraten in Halle geben sollte, verspreche ich euch auch, dass wir bis dahin den Halleschen Hauptbahnhof tiefer gelegt haben, damit wir und auch ihr nicht mehr diese unglaublichen kumulierten Bausünden am Riebeckplatz sehen müsst. Gut, in einer anderen Bausünde befinden wir uns gerade. Das ist ja also auch nicht schön, aber es lässt sich gerade nicht vermeiden. Ich kann euch auch glaubhaft versichern, dass die Partei nicht mehr allzu sauer darüber ist, dass ihr einfach mal die Basisdemokratie aus unserem Parteinamen geklaut habt. Ihr führt sie ja heute vor und wir können damit leben. Wir stellen euch als die natürlich ältere und erfahrene Partei auch gern zur Verfügung für weitere Koalitions-, Fraktions-, Machtübernahmegespräche. Denn immerhin in Essen ist es ja so, dass eure Vertreter und unsere Vertreter erfolgreich eine Fraktion gebildet haben. Und ich gebe euch mein Ehrenwort. Ich wiederhole, nein, nicht nur euch, nicht nur euch, nicht nur euch. Ich gebe euch und der gesamten deutschen Öffentlichkeit mein Ehrenwort. Ich wiederhole mein Ehrenwort, dass die Piratenpartei nach der Machtübernahme der Partei, die Partei, nicht verboten wird. Danke. Das ist ganz wunderbar, dass du uns nicht verbieten willst. Das finde ich super. Wir sprechen dir hier mit dem Vertrauen aus. Gut, jetzt haben wir noch was für euch und zwar den Matthias Bjarne Malm aus Schweden. Der möchte euch etwas erzählen zur Online-Assembly. Ist der Matthias? Der ist er. Well, one of the good things about talking late on the first day is that you don't have to worry what you say because most of you will not be paying attention. Someone paid attention. So, my name is Matthias Bjarne Malm. I'm normally called Mab, so if you have any problem pronouncing my last name, just go for Mab. It's much shorter. I'm a member of the Swedish Pirate Party and currently working in Brussels to help Julia Reda set up her office in the European Parliament. But I'm here to talk about the Swedish model on our General Assembly, which is an online General Assembly. And I was given 15 minutes, and I think that talking about our General Assembly will take me three to four minutes. So there will be room for questions in the end, and I will also waste some of the time talking about myself. Because that is what I actually prefer to do. So, I've been a member of the Swedish Pirate Party since 2006. I was the party, well, I'm part of the management team of the Swedish Party from 2006 to 2009, in charge of internal organizations. And I was also the General Secretary of the Young Pirates of Sweden when we formed. After that, I have been working in Brussels for the office of Amel Anderstotter in the European Parliament, and been involved with organizing and setting up the Young Pirates of Europe, and also the European Pirate Party. And, well, thank you. I have a clapper. I've also been a board member of the Swedish Pirate Party, and currently I'm the chair of the election committee. Now, I would like to take a brief moment to explain what an election committee is. It is an elected group who suggests to the General Assembly who they should elect for positions such as the board. You might want to consider getting one. Okay, well, skip to, skip me and go to the Swedish model. So, the Swedish Pirate Party formed in 2006, and from the very start we decided to have online assemblies. So, the Swedish Pirate Party only have online assemblies. In the beginning we had it once a year, for a weekend, basically mimicking a physical assembly, but online. That was a really, really crappy idea. You have all the negative sides of a physical assembly, you need to pay attention all the time or you will miss things, and you have all the drawbacks of an online assembly with the lack of social interaction and the possibility for mediation on the spot. So, over time, and with some statute changes, we have evolved this. Now we have two assemblies every year, one in the spring, one in the fall. They stretch for six weeks. So, an assembly in Sweden takes six weeks. Two of those weeks will be dedicated to voting. The other four weeks will be dedicating to preparing the motions and trying to find common grounds and compromises. Generally, we don't find common ground and compromises. That is why the two voting weeks are so fun. The rules for our assembly is regulated in our bylaws and in an appendix to the bylaws that has been adopted by the general assembly. So, all the rules of procedure for our meeting is fixed before the meetings. There are never any, well, there are rarely any discussions on rules of procedure during the meetings. And let's see. The characteristics of the meeting would be the following. Every topic that will be handled during the meeting is known before the meeting starts. That means that you can look at the agenda for the meeting and you know exactly when the topics will be discussed. And a part of, well, a week in the meeting or two weeks, there will be a motion on when the proposals should also be voted on. So, you will know exactly when to vote before the meeting. You will not be needing to attend the meeting on a regular basis because you can put in your calendar when to vote. There will also be emails reminding the members when the voting starts so that people can actually go to vote. Every motion will have a separate thread. It will be separate. I might want to tell you that it's done in a web forum that we evolved a little bit. If you ever get an online assembly, I would suggest you don't put it in a web forum. But we have developed it quite well. Every thread is separate. There will be possibilities of like and dislike proposals so that people can see whether they should try to find a compromise or whether they should withdraw their proposal. And every member can put forth motions to the assembly and all members can put proposals to change any proposals. And this has to be done in a fixed interval before the assembly and then counter-proposals can be within a fixed interval during the second week of the assembly. And all the motions are handled as well for a structure where you put any proposal to a yes or no vote and or against another proposal. In the end, all proposals will end up with a yes or no vote and you need a 50% majority for any proposal to pass. So it's basically the same, the most normal rules of procedure of most assemblies. There are a few exceptions. Changing bylaws will need two assemblies. Changing the core political platform of the party needs a quorum of 75%. All voting sessions are stretched out over two days, which will allow people to decide when to vote. And it will not be depending on work hours and so on. You will always have roughly 48 hours to vote on any topic. And that is pretty much the basic outline. Now, the reason we have two general assemblies is to give people time to make proposals more often. And also so that we can split a few key decisions. So in the fall, we will always select the board for the coming year. So you will be elected in October and you will start your mandate in January. And in the spring, we will have the discharge. So the previous board will be discharged in the spring where we go through all the accounting and their activities to see if we will give them a discharge. This allows us to have the new board members and everyone else we elect prepared before they actually take office. And it will also give us some time to finish up the paperwork before the discharge without delaying it for eight or nine months. But when it comes to the political decisions, you can put a motion on policy on either one. That's open on both. The management of our assembly is done by an assembly board that is elected for the next assembly on the previous one. We recognized early on that if you have an electronic voting platform where decisions are being made, you want the people in charge of that platform to be elected by the members so they can be held accountable to the members. So for every general assembly, we will always elect the assembly board for the upcoming assembly. That will also give them the time to prepare the assembly so that it can be properly prepared. So what are the pros and cons with this model? The biggest pro is, of course, that every member can participate. You don't have to have the time to go to any location to participate in the decisions of the party. Another pro is that it's transparent. You can't see who voted for what because we have voter secrecy, but you can see exactly the numbers of votes on every topic. And you can see on every proposal in every part of the decision making. And it stays online, well, forever. We can go back and look to the previous decisions. And the negative sides would be that it's extremely difficult to navigate our forum. We have developed it over years, and we add new features all the time that will make it better. And for some reason, better tend to be more complicated and less transparent in the decision making process. So there will always be some new features, and no one will know beforehand how to handle them. But that is a minor technical problem. The biggest problem is that allowing all members to put motions bogs us down with a lot of motions that have no chance of succeeding. We are currently looking into asking a quorum to put any motions up for debate. But currently, we allow all motions to be handled directly by the Assembly. Another drawback is that there is no real social interaction between the participants. Which means that you generally polarize the debates in two fractions that will fight viciously. Almost as if they were using Twitter. And the final drawback is that with anonymous voting in an online assembly paired with a low voter turnout, we would normally have between 2% and 5% of the members voting in our assemblies. The legitimacy of the decisions are almost always questioned. But if you are willing to live with those drawbacks, an online assembly, the Swedish model, is very useful to give everyone an equal chance of participating in the decisions. And after I, this is my fourth general assembly of the German Pirate Party I attend. I always have a great pleasure being here. It's so interesting to see the similarities and dissimilarities between different Pirate Parties. And what I think you will have to realize when you decide in the future on how you want to organize your organization and your decision-making process is that whatever solution you choose, it will be flawed. Physical meetings will have their flaws. Online assemblies will have their flaws. And basically, at the end of the day, you will have to pick something and then live with the problems that solution causes. But since I'm at the end of my paper, I will... Can I open up for questions? Excellent. I will open up for questions. I'm sure there's a microphone somewhere and a system for you to do this. Also, if you have questions, you have a few minutes, so you can ask one or two questions, Matthias. None. Hi. How do you feel about the latest results of the Swedish Pirate Party in the elections and the drawbacks in the number of members? Well, that was two questions. The election results, I'm quite disappointed, but not overly surprised. We were at the top of our hype curve in 2009 and benefited enormously from media attention and so on. After that, we went down to under 1% and in this election, we managed to crawl back to 2.2. So I'm disappointed with election results, but I'm not surprised. Now, the members of the Swedish Pirate Party always fluctuates. So in 2009, we got 50,000 members. It's quite easy to become a member. You just go online and register. And in the following year, we lost 40,000 of them because most people will become members when they're angry and when they're no longer angry, they don't renew their membership. So this election results this year has not either increased or decreased our members. Currently, I think we have like 300 more members than we had at the day of the elections. So losing an election can be quite good in the sense that people get angry and when people get angry, they also get active. Wait, wait. I see only one, two questions. We can go on a bit more and then ask them a question. Or are you next in the line? And how do you want to change the situation? Change what? Oh, yeah. I want to get better results in the next elections. But there's four years. We have national, regional and municipal elections in September this year. After that, it will be four years until we have any elections in Sweden. So I'm pretty sure we will have plenty of time to look at the results, reflect on the outcome and then improve. In Germany we had a big discussion about online tools and about trust in admins. How do you prevent cheating in this system by admins? Well, it's very simple. Same as for a physical assembly, you can't. There is always the possibility of misuse and abuse by the people handling the tools you are using. So you can't stop that. What you can do is that you can hold the people accountable. So our solution is that we elect by a member vote the people managing our platform. And that means that if there is any cause for mistrust, those people will not be trusted to handle future assemblies. And that means that the Swedish Pirate Party had nearly the same curve of members and activity like the German Party. First very high and then the drop down to nearly nothing. And I hope we are at the end of the drop here, but I want to know what have you done that you had increased the numbers and the voting results in the last year or so. Well, I think that going through everything we've done since 2010 will take more than my 15 minutes. But we're basically, we changed organization. We created local entities that can run for local elections, which we didn't have before. Since the threshold of getting into local parliaments are much lower, that will give us some election victories even without getting into the national parliament. We've also decentralized a lot of decision making in the party so that the local chapters are more in control of the local politics where they live. We've also created better structures internally and we've made the board more accountable for their decisions. We've expanded the size of the board. We've made sure that the fighting factions ended up inside of the board so they can mediate and negotiate there instead of fighting in public. And we've tried to change the atmosphere within the party to still allow for an open debate, but try to get a better atmosphere in our internal discussions. A lot of Swedish pirates that join now look at the German pirates and at your Twitter conversations and then they say, I hope we will never get there in Sweden. And the few of us that has been around since 2009 usually tell them that we spent the years of 2009 and 2010 of being exactly there. So we have had those fun times, but we've actually gotten past it by internalizing strife in the board and also by actively mediating between different factions. So, ich werde jetzt noch diese beiden Fragen zulassen und danach kommen wir dann zum Wahlergebnis. Hallo, um, with your experience with online participation in the Swedish Pirate Party, um, do you have any ideas how to formalize the debate or if it can be made machine-readable? And as a follow-up, I'd like to know in one word, what is your favorite board game? Um, okay, I will quickly answer the second one and then you will have to repeat the first question because I didn't hear it. My favorite board game is Setlos of Catan, but I play a lot of the others as well. And if anyone is bored later on tomorrow, I have a very nifty little game called Love Letter with me which takes 15 minutes to play. Awesome. And the first question was... The first question was, um, with your experience in the Swedish Pirate Party with online participation tools, um, do you have any idea how to formalize the debate or if it can be made machine-readable? Uh, well, the formula is the debate by setting up structures on how to handle it. The problem is that the debate will never be where you want it to be and you can't steer it in that direction. Whatever tool you have for voting, the debate will probably not be there. It will be somewhere else where people feel comfortable having the debate. So what you need to do with your online tool is to make it easy to find the debate from the online tool. Don't try to push the debate into your online tool. Try to link the tool to the debate wherever it's held. That's... And for formalizing it, no, people will talk the way they want. In an online environment, you can't control people at all. It's a little bit easier in a physical meeting where someone can shut off the microphone. So, das ist jetzt die letzte Frage. Der Kollege da hinten, sorry, hat er vorhin schon zugemacht. Die letzte Frage an den Matthias und dann. Hey, Sand, Kühle, du herr. Once again on the security issue and the trust issue. Is your code open source so that anyone who wants can check it for back doors, whatever? Excellent question. It's built up on a proprietary forum platform that the party got 2006 and haven't changed. So the answer is no. There is also a huge consensus. It should be open source. And the day someone builds an open source version that fills all our criteria, we might migrate. Matthias, thank you very much. Und Applaus ist immer gut. Und den nächsten Applaus möchte sich gerne unser Wahlleiter abholen, weil ich glaube, er hat ein Ergebnis, oder? So, ich mache ganz schnell, weil es Elfmeterschießen und die bereiten sich da gerade vor. Also wer es nicht weiß, Brasilien-Chile 1-1. Und jetzt Elfmeterschießen, ich würde das gerne sehen. Das wollte ich sagen. Ja, tut mir total leid, aber ich muss mich jetzt beeilen. Ich brauche bitte noch, sehe ich gerade eine BIMA-Nummer. Ihr habt die. Okay, ihr habt die BIMA-Nummer. Bitte noch nicht aufrufen. Sehr gut. Wir haben 791 gültige und eine unglaubliche Zahl von nur zwei ungültigen Stimmzetteln. Dafür, und das muss ich leider sagen, einfach um der Ehrlichkeit halber hatten wir ganz, na ganz viele ist nicht richtig, aber eine Handvoll weiße Stimmzettel, Nummer 4. Ich weiß nicht deutlicher, konnte ich es nicht sagen, dass wir Nummer 5 benutzen. Ihr wart teilweise echt so schnell, dass ihr den Wahlhelfern gar nicht die Chance gelassen habt, euch da zurückzuhalten. Einige wissen es, die sind darauf hingewiesen worden sofort. Die anderen halt nicht. Da ist es dann halt irgendwie untergegangen. So wie ich vorher gesagt habe, Wahlzettel 4, wenn die da reingerutscht sind. Wir haben die einfach nicht mitgezählt. Deutlicher kann ich es nicht sagen. Tut mir leid, dann habt ihr an dieser Wahl nicht teilgenommen. So, Platz 5. Mit 5,18 Prozent der gültigen Stimmen Arnold Schiller. Platz 4. Mit 6,57 Prozent der gültigen Stimmen Ralf Hurnig. Platz 3. Mit 32,11 Prozent der gültigen Stimmen Marcel Ritschel. Und jetzt könnt ihr die Folie machen. Platz 2. Mit 43,49 Prozent Michael Ebner. Und gewählt ist mit 55,25 Prozent der Stimmen Stephanie Schmidke. Stephanie, komm bitte auf die Bühne. Ich sehe sie nirgends. Wo ist sie? Ja, das geht aber auch schneller. Es ist Elfmeterschießen. Nimmst du die Wahl an? Bevor ich die Wahl annehme, habe ich noch einen kleinen Disclaimer. Habe ich vorhin vergessen. Tut mir leid. Ich bin seit ungefähr drei Wochen offiziell stellvertretende Vorsitzende im wunderschönen Rhein-Erft-Kreis. Ist das für die Versammlung okay? Ja, stopp, stopp, stopp. Mit einem Ja. Wenn ihr dafür seid. Darf ich ganz kurz fragen? Jetzt für die gesamte Zeit, nächstes Jahr. Okay? Also für die nächsten Monate. Wenn das für euch okay ist, dass diese Ämterkumulation von Stephanie, ja, diese Ämterkumulation, dann hebt bitte die grünen Karten. Wenn nein, dann die orangefarbenen. Wenn egal, dann die blauen. Das ist ein positives Zeichen. Okay, vielen Dank. Ich nehme die Wahl an. Danke. Dann möchte ich mich als Wahlleiter bedanken, dass wir heute vier Wahlgänge richtig gut durchgezogen haben. Danke nochmal an alle Wahlhelfer, an mein Team. Noch ganz kurz, wer es nicht über Funk gehört hat, wir treffen uns jetzt gleich zur Nachbesprechung da drüben. Den Rest macht der Versammlungsleiter. Ja, meine Damen und Herren, liebe Piraten, wir, das Versammlungsleiter-Team in Form des Bühnenteams und das Office, Front, Backoffice, wie ihr es auch immer haben wollt, bedanken sich für den tollen Ablauf heute. Es galt nur den Bereichsleitern gerade, meine Durchsage, nicht alle Wahlhelfer, die ihr Gedanke haben. Ist vollkommen egal. Wir bedanken uns für den tollen Ablauf und an dieser Stelle unterbreche ich jetzt den ABPT bis morgen früh um 10 Uhr. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen früh um 10 Uhr wiederfinden und praktisch nochmal so einen Tag durchmachen, damit wir unseren Vorstand vollkriegen. Ihr wart toll. Danke.